um sechs stand das wahlresultat so gut wie fest einige meldungen fehlten noch aber das war aus ortschaften die mit ihren paar stimmen nichts mehr ändern konnten es lag zu tage daß die sozialdemokraten einen glänzenden sieg davon getragen hatten der alte stechlin stand weit zurück fortschrittler katzenstein aus gransee noch weiter im ganzen aber ließen beide besiegte parteien dies ruhig über sich ergehen bei den freisinnigen war wenig bei den konservativen gar nichts von verstimmung zu merken dubslav nahm es ganz von der heiteren seite seine parteigenossen noch mehr von denen eigentlich an jeder dachte siegen ist gut aber zu tische gehen ist noch besser und in der tat gegessen mußte werden alles sehnte sich danach bei forellen und einem guten schabli die langweilige prozedur zu vergessen und war man erst mit den forellen fertig und dämmerte der rehrücken am horizont herauf so war auch der sekt in sicht im prinzregenten hielt man auf eine gute marke durch den oberen saal hin zog sich die tafe der mehrzahl nach rittergutsbesitzer und domänenpächter aber auch gerichtsräte die so glücklich waren den hauptmann in der reserve mit auf ihre karte setzen zu können zu diesem gros d'armee gesellten sich forst und steuerbeamte rentmeister prediger und gymnasiallehrer an der spitze dieser stand rektor thormeier aus reinsberg der große vorstehende augen ein mächtiges doppelkinn noch mächtiger als koseleger und außerdem ein renommee wegen seiner geschichten hatte daß er nebenher auch ein in der wolle gefärbter konservativer war versteht sich von selbst er hatte was aber schon jahrzehnte zurück lag den großartigen gedanken gefasst und verwirklicht die ostelbischen provinzen da wo sie strauchelten durch gustav kühnsche bilderbogen auf den richtigen pfag zurückzuführen und war dafür dekoriert worden es ist denn auch von ihm er gellte was nach oben hin was aber nicht recht zutraf man kannte ihn oben ganz gut um halb sieben lichter und kronleuchter brannten bereits war man unter den klängen des dannhäusermarsches die hie und da schon ausgelaufene treppe hinaufgestiegen unmittelbar vorher hatte noch ein schwanken wegen des präsidiums bei tafel stattgefunden einige waren für dubslav gewesen weil man sich von ihm etwas anregendes versprach auch speziell mit rücksicht auf die situation aber die majorität hätte doch schließlich dubslavs vorsitz als ganz undenkbar abgelehnt da der edle herr von alten friesack trotz seiner hohen jahre mit zur wahl gekommen war der edle herr von alten friesack so hieß es sei doch nunmal und von einem gewissen standpunkt aus auch mit fug und recht der stolz der gesellschaft überhaupt ein unikum und ob er nun sprechen könne oder nicht das sei wo sich's um eine prinzipienfrage handle durchaus gleichgültig überhaupt die ganze sie geschichte mit dem sprechen könne sei ein moderner unsinn die einfache tatsache daß der alte von alten friesack da säße sei viel viel wichtiger als eine rede und sein großes präbenden kreuztiere nicht bloß ihn sondern den ganzen tisch einige sprechen freilich immer von seinem götzengesicht und seiner häßlichkeit aber auch das schade nichts heutzutage wo die meisten menschen einen friseurkopf hätten sei es eine ordentliche erquickung einem gesicht zu begegnen das in seiner eigenart eigentlich gar nicht unterzubringen sei dieser von dem alten zühlen trotz seiner vorliebe für dubslav eindringlich gehaltenen rede war allgemein zugestimmt worden und baron betz hatte den götzenhaften alten friesacker an seinen ehrenplatz geführt natürlich gab es auch schandmäuler an ihrer spitze stand molchow der dem neben ihm sitzenden katzler zuflüsterte wahres glück katzler daß der alte drüben die große blume vase vor sich hat sonst so bei vort d'ortu vorausgesetzt daß so was feines überhaupt in sicht steht würd ich der sache nicht gewachsen sein und nun schwieg der von einem tormeierschen unterlehrer gespielte tannhäusermarsch und als eine bestimmte zeit danach der moment für den ersten tost da war erhob sich baron betz und sagte meine herren unser edler herr von alten friesack ist von der pflicht und dem wunsch erfüllt den tost auf seine majestät den kaiser und könig auszubringen und während der alte das gesagte bestätigend mit seinem glase grüßte setzte der in seiner alter ego rolle verbleibende baron betz hinzu seine majestät der kaiser und könig lebe hoch der alten friesacker gab auch hierzu durch nicken seine zustimmung und während der junge lehrer abermals auf den auf einer reinsberger schloßauktion erstandenen alten flügel zu eilte stimmte man an der ganzen tafel hin das heildir im siegerkranze an dessen erster vers stehend gesungen wurde das offizielle war hierdurch erledigt und eine gewisse fidelitas an der es übrigens von anfang an nicht gefehlt hatte konnte jetzt nachhaltiger in ihr recht treten allerdings war noch immer ein wichtiger und zugleich schwieriger tost in sicht der der sich mit dubslaff und dem unglücklichen wahlausgange zu beschäftigen hatte wer sollte den ausbringen man ging dieser frage mit einiger sorge nach und war eigentlich froh als es mit einem male hieß gundermann werde sprechen zwar wußte jeder daß der siebenmühle nur nicht ernsthaft zu nehmen sei ja daß sonderbarkeiten und vielleicht sogar scheiterungen in sicht stünden aber man tröstete sich je mehr er scheitere desto besser die meisten waren bereits in erheblicher aufregung also sehr unkritisch eine kleine weile verging noch dann trat baron betz dem die rolle des festordners zugefallen war für herrn von gundermann auf siebenmühlen ums wort einige sprachen ungeniert weiter ruhe ruhe riefen andere dazwischen und als baron betz noch einmal an das glas geklopft und nun auch seinerseits um ruhe bitten eine leidliche stille hergestellt hatte trat gundermann hinter seinen stuhl und begann während er mit affektierter nonchalance seine linke in die hosentasche steckte meine herren als ich vor so und soviel jahren in berlin studierte na nu als ich vor jahren in berlin studierte war da mal eine hinrichtung alle wetter der setzt gut ein war da mal eine hinrichtung weil eine dicke klempner madame nachdem sie sich in ihren lehrburschen verliebt ihren mann einen würdigen klempnermeister vergiftet hatte und der bengel war erst siebzehn ja meine herren soviel muß ich sagen es kamen damals auch schon tolle geschichten vor die ich weil ich den gefängnisdirektor kannte ich hatte zutritt zu der hinrichtung und um mich herum standen lauter assessoren und referendare ganz junge herren die meisten mit nem kneifer kneifer gab es auch damals schon und nun kam die witwe wenn man sie so nennen darf und sah so weit ganz behäbig und beinah füllig aus weil sie was damals viel besprochen wurde nen kropf hatte weshalb auch der block ganz besonders hatte hier gerichtet werden müssen sozusagen mit nem ausschnitt mit nem ausschnitt gut kundermann und als sie nun ich meine die delinquentin all die jungen referendare sah wobei ihr wohl ihr lehrling einfallen mochte keine verspottung unsrer referendare wobei ihr vielleicht ihr lehrling einfallen mochte da trat sie ganz nahe an den schafrotrand heran und nickte uns zu ich sage uns weil sie mich auch ansah und sagte ja ja meine jungen herren dat kommt davon und sehen sie meine herren dieses wort wenn auch von einer delinquentin her rührend bin ich seitdem nicht wieder losgeworden und wenn ich so was erlebe wie heute dann muss einem solch ein wort auch immer wieder in erinnerung kommen und ich sage dann auch ganz wie die alte damals sagte ja meine herren dat kommt davon wovon kommt es von den sozialdemokraten und wovon kommen die sozialdemokraten vom fortschritt alte geschichte kennen wir was neues es gibt da nichts neues ich kann nur bestätigen vom fortschritt kommt es und wovon kommt der davon dass wir die abstimmungsmaschinen haben und das große haus mit den vier ecktürmen und wenn es meinetwegen ohne das große haus nicht geht weil das geld für den staat am ende bewilligt werden muß und ohne geld meine herren geht es nicht zustimmung ohne geld hört die gemütlichkeit auf nun denn wenn es also sein muß was ich zugebe was sollen wir auch unter derlei gern gemachten zugeständnissen anfangen mit einem wahlrecht woher von stechlin gewählt werden soll und wo sein kutscher martin der ihn zur wahl gefahren tatsächlich gewählt wird oder wenigstens gewählt werden kann und der kutscher martin unseres herrn von stechlin ist mir immer noch lieber als dieser torgelow das alles nennt sich freiheit ich nenn es unsinn und viele tun dergleichen ich denke mir aber gerade diese wahl in einem kreise darin das alte preußen noch lebt gerade diese wahl wird dazu beitragen die augen oben helle zu machen ich sage nicht welche augen schluß schluß ich komme zum schluß es hieß daß sich die franzosen als die glorreich besiegten bezeichnet hätten ein stolzes und nachahmenswertes wort für uns meine herren und wie wir ohne uns was zu vergeben diesen sekt aus frankreich nehmen so dürfen wir glaube ich auch das eben zitierte stolze klagewort aus frankreich herübernehmen wir sind besiegt aber wir sind glorreich besiegte wir haben eine revanche die nehmen wir und bis dahin in alle wege herr von stechlin auf schloß stechlin erlebe hoch alles erhob sich und stieß mit dubslav an einige freilich lachten und von mulchow als er einen neuen weinkübel heranbestellte sagte zu dem neben ihm sitzenden katzler weiß der himmel dieser gundermann ist und bleibt ein esel was sollen wir mit solchen leuten erst beschreibt er uns die frau mit nem kropf und dann will er das große haus abschaffen ungeheure dämelei wenn wir das große haus nicht mehr haben haben wir gar nichts das ist noch unsere rettung und die beinahe einzige stelle wo wir den mund ich sage mund einigermaßen auftun und was durchsetzen können wir müssen mit dem zentrum paktieren dann sind wir egal raus und nun kommt dieser gundermann und will uns auch das noch nehmen es ist doch ne wahrheit daß sich die parteien und die stände jedesmal selbst ruinieren das heißt von ständen kann hier eigentlich nicht die rede sein denn dieser gundermann gehört nicht mit dazu seine mutter war ne hebamme in friedsen drum denkt er sich auch immer vor bald nach gundermanns rede die schon eine art nachspiel gewesen war flüsterte baron binz dem alten friesacker zu daß es zeit sei die tafel aufzuheben der alte wollte jedoch noch nicht recht denn wenn er mal saß saß er aber als gleich danach mehrere stühle gerückt wurden blieb ihm nichts anderes übrig als sich anzuschließen und unter den klängen des hohen friedbergers der prager darin sei es schwerienfeld wäre mit rücksicht auf die gesamtsituation vielleicht passlicher gewesen kehrte man in die parterräume zurück wo die majorität dem kaffee zusprechen wollte während eine kleine gruppe von allertapfersten bis in die straße hinaustrat und da unter den bäumen des triangelplatzes sich bei sekt und cognac des weiteren wehne zu tun obenan saß von molchow neben ihm von kratz und van peerenboom molchow ging über direktor thormeyer und der bis dahin mit der festmusik betraute lehrer der bei solchen gelegenheiten überhaupt thormeyers adlatus war sonderbarerweise hatte sich auch katzler hier niedergelassen er sehnte sich wohl nach eindrücken die jenseits aller pflicht lagen und neben ihm was beinahe noch mehr überraschen konnte saß von der nonne molchow und thormeyer führten das wort von wahl und politik nur über gundermann fiel gelegentlich eine spöttische bemerkung war längst keine rede mehr stattdessen befleißigte man sich die neuesten klatschgeschichten aus der grafschaft heranzuziehen ist es denn wahr sagte kratz daß die schöne lilli nun doch ihren vetter heiraten wird oder richtiger der vetter die schöne lilli väter fragte peerenboom ach peerenboom sie wissen auch gar nichts sie sitzen immer noch zwischen ihren delfterkacheln waren doch schon ne ganze weile hier als die lilli geschichte spielte peerenboom ließ sich's gesagt sein und begrub jede weitere frage was er ohne sich zu schädigen auch ganz gut konnte da kein zweifel war dass der der das lilli thema heraufbeschworen über kurz oder lang ohnehin alles klarlegen würde das geschah denn auch ja diese verdammten kerle fuhr von kratz fort diese lehrer entschuldigen sie lukhardt aber sie sind ja beim gymnasium da liegt alles anders und der der hier ne rolle spielt war ja natürlich bloß ein hauslehrer hauslehrer bei lillis jüngstem bruder und eines tages waren beide weg der kandidat und lilli selbstverständlich nach england es kann einer noch so dumm sein aber von gretna green hat er doch mal gehört oder gelesen und da wollten sie denn auch beide hin und sind auch aber ich glaube der gretna greensche darf nicht mehr trauen und so nahmen sie den lodgings in london ganz ohne trauung und es ging auch so bis ihnen das kleine geld ausging ja das kennt man und da kamen sie denn also wieder das heißt lilli kam wieder und sie war auch schon vorher mit dem vetter so gut wie verlobt gewesen und er sprang nun ab nicht so ganz oder eigentlich gar nicht denn lilli ist sehr hübsch und nebenbei auch sehr reich und da soll denn der vetter gesagt haben er liebe sie so sehr und wo man liebe da verzeihe man auch und er halte auch eine entsühnung für durchaus möglich ja er soll dabei von purgatorium gesprochen haben es fällt mir klingt schlecht sagte molchow aber was hat er vorher gesagt entsühnung das ist ein schönes wort und eine schöne sache nur das wie ach man weiß immer so wenig von diesen dingen will mir nicht recht einleuchten als christ muß ich natürlich so schlimm steht es am ende auch nicht mit einem als christ weiß ich daß es eine sühne gibt aber in solchem falle was meinen sie was sagen sie dazu sie sind ein mann vom fach und haben alle kirchenväter gelesen und noch ein paar mehr thormeier verklärte sich das war so recht ein thema nach seinem geschmack seine augen wurden größer und sein glattes gesicht noch glätter ja sagte er während er sich über den tisch zum molchow vorbeugte so was gibt es und es ist ein glück daß es so was gibt denn die arme menschheit braucht es das wort purgatorium will ich vermeiden einmal weil sich mein protestantisches gewissen dagegen sträubt und dann auch wegen des anklangs aber es gibt eine purifikation und das ist doch eigentlich das worauf es ankommt reinheitswiederherstellung ein etwas schwerfälliges wort indessen die sache darum sich sie erhandelt gibt es doch gut wieder sie begegnen diesem hange nach restitution überall und namentlich im orient aus dem noch unsere ganze kultur stammt finden sie diese lehre dieses dogma diese tatsache ja ist es eine tatsache schwer zu sagen aber es wird als tatsache genommen und es ist ebenso gut blut sühnt blut sühnt wiederholte molchow gewiß daher haben wir ja auch unsere duellinstitution aber wo wollen sie hier die blutsühne hernehmen in diesem spezialfalle ganz undurchführbar der hauslehrer ist drüben in england geblieben wenn er nicht gar nach amerika gegangen ist und wenn er auch wieder käme er ist nicht satisfaktionsfähig wär er reserveoffizier so hätte ich das längst erfahren ja herr von molchow dies ist die hiesige anschauung etwas primitiv naturwüchsig das sogenannte blutrache prinzip aber es braucht nicht immer das blut des übeltäters selbst zu sein bei den orientalen ach orientalen dolle gesellschaft nun denn meinetwegen bei fast allen völkern des ostens sühnt blut überhaupt ja mehr nach orientalischer anschauung ich kann das wort nicht vermeiden herr von molchow ich muß immer wieder darauf zurückkommen nach orientalischer anschauung stellt blut die unschuld als solche wieder her na hören sie rektor ja es ist so meine herren und ich darf sagen es zählt das zu dem feinsten und tiefsinnigsten was es gibt ich habe da auch erst neulich eine geschichte gelesen die das alles nicht bloß so oben hin bestätigt sondern beinahe großartig bestätigt und noch dazu aus siam aus siam ja aus siam und ich würde sie damit nicht behelligen wenn die sache nicht ein bißchen zu lang wäre die herren vom lande werden so leicht ungeduldig und ich wundere mich oft dass sie die predigt bis zu ende mit anhören daneben ist freilich meine geschichte aus siam erzählen direktorchen erzählen nun denn auf ihre gefahr freilich auch auf meine da war also und es ist noch nicht lange her ein könig von siam die siamesen haben nämlich auch könige ja natürlich so tief stehen sie doch nicht also da war ein könig von siam und dieser könig hatte eine tochter klingt ja wie aus dem märchen ist auch meine herren eine tochter eine richtige prinzessin und ein nachbarfürst aber von geringerem stande so daß man doch auch hier wieder an den kandidaten erinnert wird dieser nachbarfürst raubte die prinzessin und nahm sie mitten seine heimat und seinen harem trotz allen sträubens na na so wenigstens wird berichtet aber der könig von siam war nicht der mann so was ruhig einzustecken er unternahm vielmehr einen heiligen krieg gegen den nachbarfürsten schlug ihn und führte die prinzessin im triumphe wieder zurück und alles volk war wie von sieg und glück berauscht aber die prinzessin selbst war schwermütig kann ich mir denken wollte wieder weg nein ihr herrn wollte nicht zurück denn es war eine sehr feine dame die gelitten hatte ja aber wie die gelitten hatte und fortan nur dem einen gedanken der entzündung lebte dem gedanken wie das unheilige das berührtsein wieder von ihr genommen werden könnte geht nicht berührt ist berührt mitnichten herr von molchow die hohe priesterschaft wurde herangezogen und hielt wie man es hier vielleicht sagen würde einen synod indem man sich mit der frage der entzündung oder was dasselbe sagen will mit der frage der wiederherstellung der virginität beschäftigte man kam überein oder fand es auch vielleicht in alten büchern dass sie in blut gebadet werden müsse und zu diesem behufe wurde sie bald danach in eine tempelhalle geführt darin zwei mächtige wannen standen eine von rotem porfyr und eine von weißem marmor und zwischen diesen wannen auf einer art treppe stand die prinzessin selbst und nun wurden drei weiße büffel in die tempelhalle gebracht und der hohe priester trennte mit einem schnitt jedem der drei das haupt vom rumpf und ließ das blut in die daneben stehende porfyrwanne fließen und jetzt war das bad bereitet und die prinzessin nachdem sie jamesische jungfrauen sie entkleidet hatten stieg in das büffel blut hinab und der hohe priester nahm ein heiliges gefäß und schöpfte damit und goß es aus über die prinzessin eine starke geschichte bei tisch hätte ich mehrere gänge passieren lassen ich finde es doch entschieden zuviel ich nicht sagte der alte zühlen der sich inzwischen eingefunden und seit ein paar minuten mit zugehört hatte was heißt zuviel oder zu stark dass es stark ist soviel gebe ich zu aber nicht zu stark dass es stark ist ist eben der witz von der sache wenn die prinzessin bloß einen leberfleck gehabt hätte so fände ich es ohne weiteres zu stark es muss immer ein richtiges verhältnis da sein zwischen mittel und zweck ein leberfleck ist gar nichts aber bedenken sie ne richtige prinzessin als knarfin in einem harem da mußten doch ganz anders vorgegangen werden wir reden jetzt soviel von großen mitteln ja meine herren auch hier war nur mit großen mitteln was auszurichten igni et ferro bestätigte der rektor und fuhr der alten zühlen fort soviel wird jedem einleuchten um den teufel auszutreiben als den ich diesen nachbar fürstel und seine tat durchaus ansehe dazu mußte was besonderes geschehen etwas belzebubartiges und das war eben das blut dieser drei büffel ich finde es nicht zuviel tormeier hob sein glas um mit dem alten zühlen anzustoßen es ist genau so wie herr von zühlen sagt und zuletzt geschah denn auch glücklicherweise das was unsere mehr auf schönheit gerichteten wünsche den wir leben ja nun mal in einer welt der schönheit zufrieden stellen konnte direkt aus der porfyrwanne stieg die prinzessin in die marmorwanne darin alle wohlgerüche arabiens ihre heimstätte hatten und alle priester traten mit ihren schöpfkellen aufs neue heran und in kaskaden ergoss es sich über die prinzessin und man sah ordentlich wie die schwermut von ihr abfiel und wie all das wieder aufblühte was ihr der räuberische nachbarfürst genommen und zuletzt schlugen die dienerinnen ihre herrin in schneeweiße gewänder und führten sie bis an ein lager und fächelten sie hier mit pfauen wedeln bis sie den kopf still neigte und entschlief und ist nichts zurückgeblieben und ist später die gattin des königs von annam geworden er soll allerdings sehr aufgeklärt gewesen sein weil frankreich schon seit einiger zeit in seinem lande herrschte hoffen wir daß lilis vetter auch ein einsehen hat er wird er wird darauf stieß man an und alles brach auf die wagen waren bereits vorgefahren und standen in langer reihe zwischen dem prinzregenten und dem auch der stechliner wagen hielt schon und martin um sich die zeit zu vertreiben knipste mit der peitsche suchte nach seinem pastor und begann schon ungeduldig zu werden als lorenzen endlich an ihn herantrat und um entschuldigung bat daß er habe warten lassen aber der oberförster sei schuld der habe ihn in ein gespräch verwickelt das auch noch nicht beendet sei weshalb er vorhabe die rückfahrt mit katzler gemeinschaftlich zu machen dubslav lachte na dann mit gott aber lassen sich nicht zuviel erzählen ermintrud wird wohl die hauptrolle spielen oder noch wahrscheinlicher der neu zu findende name werde wohl recht behalten o nun vorwärts martin damit ging es über das holprige pflaster fort in der stadt war schon alles still aber draußen auf der landstraße kam einen großen und kleinen trupps von häuslern teerschwählern und glashüttenleuten vorüber die sich einen guten tag gemacht hatten und nun singend und johlend nach hause zogen auch frauens volk war dazwischen und gab allem einen beigeschmack so trabte dubslav auf den als halber weg geltenden nemitzsee zu nicht weit davon befand sich ein kohlenmeiler dietrichsofen und als martin jetzt um die nach süden vorgeschobene seespitze herumbiegen wollte sah er daß wer am wege lag den oberkörper unter gras und pinsen versteckt aber die füße quer über das fahrgeleise martin hielt an gnädiger herr da liegt wer ich glaube es ist der alte tuxen tuxen der alte süffel von dietrichsofen ja gnädiger herr ich will mal sehen was mit ihm ist und dabei gab er die leinen an dubslav und stieg ab und rüttelte und schüttelte dem am weg liegenden aber tuxen wat moakst du denn hier wenn kein mond schien wir wirst du nu all kaputt joa joa sagte der alte aber man sah daß er ohne rechte besinnung war und nun stieg dubslav auch ab um den ganz unbehilflichen mit martin gemeinschaftlich auf den rücksitz zu legen und bei dieser prozedur kam der trunkene einigermaßen wieder zu sich und sagte nein nein martin nicht doa pack mich lieber vorn üb'n buck und wirklich sie hoben ihn da hinauf und da saß er nun auch ganz still und sagte nichts denn er schämte sich vor dem gnädigen herrn endlich aber nahm dieser wieder das wort und sagte nu sage mal tuxen kannst du den von dem brandwein nicht lassen legst dich dahin is ja schon nachtfrost noch ne stunde und dann warst du tot waren sie denn alle so mehr stentils da habt ihr denn für den katzenstein gestimmt nein gnäd'ge herr von katzenstein nicht und nun schwieg er wieder während er vorn auf dem bocke unsicher hin und her schwankte na man draus mit der sprache du weißt ja ich reiß keinem den kopp ab is auch alles egal also für katzenstein nicht na für wen denn für torgelohn dubslav lachte für torgelohn den euch die berliner hergeschickt haben hat er denn schon was für euch getan nein noch nicht ja warum denn ja sie sagen herr will wat für uns tun und is so sier für die armen leut und dann kriegen wir ein stück tüffelland und sie sagen oak he is klüger als die andern sin wird wohl aber es ist doch noch lange nicht so klug wie ihr dumm seid habt ihr denn schon gehungert nein dat grad nicht na das kann auch noch kommen ach gnäd'ger herr das wird ja wohl nicht na wer weiß tuxen aber hier ist dietrichs ofen nun steigt ab und seht euch vor daß er nicht fallt wenn die pferde andrucken und hier habt ihr was aber nicht mehr für heut für heut habt ihr genug und nun macht daß er zu bett kommt und träumt vom tüffelland ende des zwanzigsten kapitels theodor fontane der stechlin diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil in mission nach england einundzwanzigstes kapitel waldemar erfuhr am andern morgen aus zeitungstelegrammen dass der sozialdemokratische kandidat feilenhauer torgelow im wahlkreise reinsberg wutz gesiegt habe bald darauf traf auch ein brief von lorenzen ein der zunächst die telegramme bestätigte und am schlusse hinzusetzte daß dubslav eigentlich herzlich froh über den ausgang sei woldemar war es auch er ging davon aus daß sein vater wohl das zeug habe bei dressel oder borchardt mit viel gutem menschen verstand und noch mehr eulenspiegelei seine meinung über allerhand politische dinge zum besten zu geben aber im reichstage fach und sachgemäß zu sprechen das konnte er nicht und wollte er auch nicht woldemar war so durchdrungen davon daß er über die vorstellung einer niederlage daran er als sohn des alten immerhin irgendwie beteiligt war verhältnismäßig rasch hinwegkam pries es aber doch um eben diese zeit mit einem kommando nach ostpreußen hinbetraut zu werden das ihn auf ein paar wochen von berlin fernhielt kam er dann zurück so waren anfragen in dieser wahl an gelegenheit nicht mehr zu befürchten am wenigsten innerhalb seines regiments in dem man sich von ein paar intimsten abgesehen eigentlich schon jetzt über den unliebsamen zwischenfall ausschwieg und in schweigen hüllte man sich auch am kronprinzenufer als woldemar hier am abend vor seiner abreise noch einmal vorsprach um sich bei der gräflichen familie zu verabschieden es wurde nur ganz obenhin von einem abermaligen siege der sozialdemokratie gesprochen ein absichtlich flüchtiges berühren das nicht auffiel weil sich das gespräch sehr bald um rex und czako zu drehen begann die seit lange dazu aufgefordert gerade den tag vorher ihren ersten besuch im barbischen hause gemacht und besonders bei dem alten grafen viel entgegenkommen gefunden hatten auch melusine hatte sich durch den besuch der freunde durchaus zufriedengestellt gesehen trotzdem ihr nicht entgangen war was nach freilich entgegengesetzten seiten hin die schwäche beider ausmachte wovon der eine zu wenig hat sagte sie davon hat der andere zu viel und wie zeigte sich das gnädigste gräfin ganz unverkennbar es traf sich daß im selben augenblicke wo die herren platz nahmen drüben die glocken der gnadenkirchi geläutet wurden was denn man ist bei solchen ersten besuchen immer dankbar an irgendetwas anknüpfen zu können unser gespräch sofort auf kirchliches hinüber lenkte da legitimierten sich dann beide hauptmann czako weil er ahnen mochte was sein freund in nächster minute sagen würde gab vorweg deutliche zeichen von ungeduld während herr von rex in der tat nicht nur von dem ernst der zeiten zu sprechen anfing sondern auch von dem bau neuer kirchen einen allgemeinen uns nahe bevorstehenden umschwung erwartete was mich natürlich erheiterte woldemars kommando nach ostpreußen war bis auf anfang november berechnet und mehr als einmal sprachen die im verlaufe dieser zeit rex und czako bei den barbys vor freilich immer nur einzeln verabredungen zu gemeinschaftlichen besuchen waren zwar mehrfach eingeleitet worden aber jedesmal erfolglos und erst zwei tage vor woldemars rückkehr fügte es sich daß sich die beiden freunde bei den barbys trafen es war ein ganz besonders gelungener abend daneben der baronin berchtesgaden und dr wuschowitz auch ein alter maler professor eine neue bekanntschaft des hauses zugegen waren und eine sehr belebte konversation herbeiführte besonders der neben seinen anderen apartheiten auch durch langes weißes haar und große leuchte augen ausgezeichnete professor hatte gestützt auf einen unentwegten peter cornelius enthusiasmus alles hinzureißen gewußt ich bin glücklich noch die tage dieses großen und einzig dastehenden künstlers gesehen zu haben sie kennen seine kartons die mir das bedeutendste erscheinen was wir überhaupt hier haben auf dem einen karton steht im vordergrund ein tubabläser und setzt das horn an den mund um zu gericht zu rufen diese eine gestalt balanciert fünf kunstausstellungen will also sagen netto fünfzehntausend bilder und eben diese kartons samt dem bläser zum gericht die wollen sie jetzt fortschaffen und sagen dabei in naiver effronterie solch schwarzes zeug mit kohlenstrichen dürfe überhaupt nicht soviel raum einnehmen ich aber sage ihnen meine herrschaften ein kohlenstrich von cornelius ist mehr wert als alle modernen paletten zusammengenommen und die tuba die dieser tubabläser da an den mund setzt verzeihen sie mir altem jüngling diesen kalauer diese tuba wiegt alle tuben auf aus denen sie jetzt ihre farben herausdrücken beiläufig auch eine miserable neuerung zu meiner zeit gab es noch beutel und diese beutel aus schweinsblase waren viel besser ein wahres glück daß könig friedrich wilhelm der vierte diese jetzt etablierte niedergangsepoche nicht mehr erlebt hat diese zeit des abfalls so recht eigentlich eine zeit der apokalyptischen reiter bloß zu den dreien die der große meister uns da geschaffen hat ist heutzutage noch ein vierter reiter gekommen ein mischling von neid und ungeschmack und dieser vierte sichelt am stärksten alles nickte selbst die die nicht ganz so dachten denn der alte mit seinem apostelkopfe hatte ganz wie ein prophet gesprochen nur melosine blieb in einer stillen opposition und flüsterte der baronin zu tubabläser mir persönlich ist die böcklinsche meerfrau mit dem fischleib lieber ich bin freilich partei die abende bei den barbys schlossen immer zu früher stunde so war es auch heute wieder es schlug eben erst zehn als rex und czako auf die straße hinaustraten und drüben an dem langgestreckten ufer tausende von lichtern vor sich hatten von denen die vordersten sich im wasser spiegelten ich möchte wohl noch einen spaziergang machen sagte czako was meinen sie rex sind sie mit dabei wir gehen hier am ufer entlang an den zelten vorüber miss bellevue und da steigen wir in die stadtbahn und fahren zurück sie bis an die friedrichstraße ich bis an den alexanderplatz da ist jeder von uns in drei minuten zu haus rex war einverstanden ein wahres glück sagte er daß wir uns endlich mal getroffen haben seit fast drei wochen kennen wir nun das haus und haben noch keine aussprache darüber gehabt und das ist doch immer die hauptsache für sie gewiß ja rex das für sie gewiß das sagen sie so spöttisch und überheblich weil sie glauben klatschen sei was inferior ist und für mich gerade gut genug aber da machen sie meiner meinung nach einen doppelten fehler denn erstlich ist klatschen überhaupt nicht inferior und zweitens klatschen sie gerade so gern wie ich und vielleicht noch ein bißchen lieber sie bleiben nur immer etwas steifer dabei lehnen meine frivolitäten zunächst ab warten aber eigentlich darauf im übrigen denke ich wir lassen all das auf sich beruhen und sprechen lieber von der hauptsache ich finde wir können unsern freunde stechlin nicht dankbar genug dafür sein uns mit einem so liebenswürdigen hause bekannt gemacht zu haben den wirschowitz und den alten malerprofessor der von dem engel des gerichts nicht los konnte nun die beiden schenk ich ihnen ich denke mir der maler wird wohl nach ihrem geschmack sein aber die andern die man da trifft wie reizend alle wie natürlich obenan dieser frommel dieser hofprediger der mir am tätisch fast noch besser gefällt als auf der kanzel und dann diese bayerische baronin es ist doch merkwürdig daß die süddeutschen uns im gesellschaftlichen immer um einen guten schritt vorauf sind nicht von bildungs aber von glücklicher natur wegen und diese glückliche natur das ist doch die wahre bildung ach czako sie überschätzen das es ist ja richtig wenn sie da so die bürstel aus dem großen kessel herausholen und irgendeine lohni oder tonik mit dem maßkrug kommt so sieht das nach was aus und wir kommen uns wie verhungerte schulmeister daneben vor aber eigentlich ist das was wir haben doch das höhere gott bewahre alles was mit grammatik und examen zusammenhängt ist nie das höhere waren die patriarchen examiniert oder moses oder christus die pharisäer waren examiniert und da sehen sie was dabei herauskommt aber um mehr in der nähe zu bleiben nehmen sie den alten grafen er war freilich botschaftsrat und das klingt ein bißchen nach etwas aber eigentlich ist er doch auch bloß ein unexaminierter naturmensch und das gerade gibt ihm seinen charme beiläufig finden sie nicht auch daß er dem alten stechlin ähnlich sieht ja äußerlich auch innerlich natürlich ne andere nummer aber doch derselbe zwirn pardon für den etwas abgehabelten berolinismus und wenn sie vielleicht an politik gedacht haben auch da ist wenig unterschied der alte graf ist lange nicht so liberal und der alte dubslav lange nicht so jungerlich wie's aussieht dieser barby dessen familie glaub ich vor dem zu den reichsunmittelbaren gehörte dem steckt noch so was von gottes gnaden schafft in den knochen und das gibt dann die bekannte sorte von vornehmheit die sich den liberalismus glaubt gönnen zu können und der alte dubslav nun der hat dafür das im leibe was die richtigen junger alle haben ein stück sozialdemokratie wenn sie gereizt werden bekennen sie sich selber dazu sie verkennen das tschakko das ist ja alles bloß spielerei ja was heißt spielerei spielen wir haben schöne alte fibelverse die vor dem gefährlichkeit des mit dem feuerspielens warnen aber lassen wir dubslav und den alten barby wichtiger sind doch immer zuletzt die damen die gräfin und die kontesse welche wird es ich glaube wir haben schon einmal darüber gesprochen damals als wir vom klosterwutz her über den kremmerdamm ritten viel vertrauen zu freund woldemars richtigem frauenverständnis habe ich eigentlich nicht aber ich sage trotzdem melusine und ich sage armgard und sie sagen es im stillen auch es war zwei tage vor woldemars rückkehr aus ostpreußen daß rex und tschakko die stiergartengespräch führten eine halbe stunde später fuhren sie wie verabredet vom bellevue bahnhof aus wieder in die stadt zurück überall war noch riges leben und treiben und leben war denn auch in den bloß aus drei zimmern verschiedener größe sich zusammensetzenden casino der gardedragoner in dem zunächst am flur gelegenen großen speisesaale von dessen wänden die früheren kommandeure des regiments prinzen und nichtprinzen herniederblickten sah man nur wenig gäste daneben aber lag ein eckzimmer das mehr insassel und mehr flotte bewegung hatte hier über dem schräggestellten kamin darin ein kleines feuer flackerte hing seit kurzem das bildnis des hohen chefs des regiments der königin von england und in der nähe eben dieses bildes ein ruhmreiches erinnerungsstück aus dem sechziger und siebziger krieg die trompete darauf derselbe mann stabs trompeter wollhaupt erst am dritten juli auf der höhe von lippah und dann am sechzehnten august bei mars natur das regiment zur attacke gerufen hatte bis er an der seite seines obersten fiel der oberst mit ihm dies eckzimmer war wie gewöhnlich auch heute der bevorzugte kleine raum drin sich jüngere und ältere offiziere zu spiel und plauderei zusammengefunden hatten unter ihnen die herren von wolfshagen von herbstfelde von wohlgemuth von grumbach von raspe weiß der himmel sagte raspe wir kommen aus den abordnungen auch gar nicht mehr heraus wir haben freilich drei sendens im regiment aber es sind der sendbotschaften doch fast zuviel und diesmal nun auch unser stechlin dabei was wird er sagen wenn er oben in ostpreußen von der ihm zugedachten ehre hört er wird vielleicht sehr gemischte gefühle haben übermorgen ist er von trakenen wieder da wutmaßlich bei dem scheußlichen wetter schlecht ajustiert und dann hals über kopf und in großem trara nach london und london ginge noch aber auch nach alles wenn es sich um schick handelt will doch seine zeit haben und gerade die vettern drüben sehen einem sehr auf die finger laß sie sehen sagte herbstfelde wir sehen auch und stechlin ist nicht der mann sich über derlei dinge graue haare wachsen zu lassen ich glaube daß ihn was ganz anderes geniert es ist doch immerhin was daß er damit nach england hinüber soll und einer solchen auszeichnung entspricht selbstverständlich eine nichtauszeichnung anderer das paßt nicht jedem und nach dem bilde das ich mir von unserm stechlin mache gehört er zu diesen er ficht nicht gerne unter der wiese nur über leichen hat vielmehr umgekehrt den zug sich in die zweite linie zu stellen und nun sieht es aus als wäre er ein streber stimmt nicht sagte raspe für sofarand kann ich keinen von uns halten stechlin sitzt da oben in ostpreußen und kann doch unmöglich in seinen mußestunden hierher intrigiert und einen etwaigen rivalen aus dem sattel geworfen haben und unser oberst da ist doch auch nicht der mann dazu sich irgendwas aufreden zu lassen der kennt seine pappenheimer und wenn er sich den stechlin aussucht dann weiß er warum übrigens dienst ist dienst man geht nicht weil man will sondern weil man muß spricht er denn englisch ich denke nicht sagte von grumbach soviel ich weiß hat er vor kurzem damit angefangen aber natürlich nicht wegen dieser mission die ja wie vom blauen himmel auf ihn nieder fällt sondern der barbys wegen der beinah zwanzig jahre in england waren und halb englisch sind im übrigen habe ich mir sagen lassen es geht drüben auch ohne die sprache herbstfelde sie waren ja voriges jahr da mit guten deutsch und schlechtem französisch kommt man überall durch ja sagte herbstfelde bloß ein bißchen landessprache muß doch noch dazukommen indessen es gibt ja kleine vadimekums und da muß man dann eben nachschlagen bis man's hat sonst sind hundert vokabeln genug als ich noch zu hause war hatten wir da in unserer nachbarschaft einen verdrehten alten herrn der eh ihn die gicht unterkriegte sich so ziemlich in der ganzen welt herumgetrieben hatte pro neues land immer neue hundert vokabeln unter anderem war er auch mal in südrußland gewesen von welcher zeit ab und zwar nach vorgängiger vor einem großen linkörkasten stattgehabten anfreundung mit einem uralten popen er das amendement zu stellen pflegte hundert vokabeln aber bei nem popen bloß fünfzig und das muß ich sagen ich habe das mit den hundert in england durchaus bestätigt gefunden mary please a jug of hot water so viel muß man weghaben sonst sitzt man da denn der nature engländer weiß gar nichts wie lange waren sie denn eigentlich drüben herbstfelde drei wochen aber die reisetage mitgezählt und sind sie so ziemlich auf ihre kosten gekommen einblick ins volksleben parlament oxford cambridge gladstone herbstfelde nickte und wenn sie nun alles so zusammen nehmen was hat da den meisten eindruck auf sie gemacht architektur kunst leben die schiffe die großen brücken die straßenjungen wenn man in einem cab vorüberfahrt sollen ja immer rad neben einem herschlagen und die dienstmädchen was noch wichtiger ist sollen sehr hübsch sein kleine hauben und tändelschürzen ja raspe da treffen sie's und ist eigentlich auch das interessanteste denn sogenannte meisterwerke gibt es ja jetzt überall von kirchen und dergleichen gar nicht zu reden und schiffe haben wir jetzt ja auch und auch ein parlament und manche sagen unseres sei noch besser aber das volk sehen sie da steckt es das volk ist alles na natürlich das volk oberschicht überall ein und dasselbe was da los ist das wissen wir und eigentlich hab ich die ganzen drei wochen auf nem omnibus gesessen und bin abends in die matrosenkneipen an der themse gegangen ein bißchen gefährlich man hat da seinen messerstich weg man weiß nicht wie ganz wie in italien bloß in italien gibt es vorher doch immer noch ein liebesverhältnis was in old wapping so heißt nämlich der stadtteil an der themse nicht mal nötig ist und dann wenn ich zu hause war sprach ich natürlich mit mary viel war es nicht denn die hundert vokabeln die dazu nötig sind die hatte ich damals noch nicht voll na es ging aber doch so leidlich und dabei hätt ich mal ne szene die war eigentlich das hübscheste meine wohnung befand sich nämlich eine treppe hoch in einer stillen querstraße von oxford street und mary war gerade bei mir und in dem augenblicke wo ich mich mit dem hübschen kinde zu verständigen suchte worüber in demselben augenblicke sieht ein chinese grinsend in mein fenster hinein so daß er eigentlich eine ohrfeige verdient hätte wie war denn das aber möglich ja das ist eben das was ich das londoner volksleben nenne alles mögliche wovon wir hier gar keine vorstellung haben vollzieht sich da mitten auf dem straßendamm und so waren denn auch an jenem tage zwei chinesen ihres zeichens akrobaten in die querstraße von oxford street gekommen der eine ein dicker starker kerl hatte einen gurt um den leib und in der öse dieses gurtes steckte ne stange auf die der zweite chinese hinaufkletterte und wie er da oben war war er gerade in höhe meiner belletage und sah hinein als sie mich eben bemühte mich mit mary klar zu machen ja herbstfelde das war nur freilich ein pech und wenn sie wieder drüben sind müssen sie nach hinten hinaus wohnen oder höher hinauf aber interessant ist es doch und ich bezweifle nur daß stechlin in eine gleiche lage kommen wird gewiß nicht daran hindern ihn seine moralitäten und mehr noch die barbys 22. kapitel woldemar von der ihm bevorstehenden auszeichnung unterrichtet kürzte seinen aufenthalt in ostpreußen um 24 stunden ab hatte trotzdem aber nach seinem wiedereintreffen in berlin nur noch zwei tage zur verfügung das war wenig denn außer allerlei zu treffenden reisevorbereitungen lag ihm doch auch noch ob verschiedene besuche zu machen so bei den barbys bei denen er sich für den letzten abend schon brieflich angemeldet hatte dieser abend war nun da die koffer standen gepackt um ihn her er selber aber lehnte sich ziemlich abgespannt in seinen schaukelstuhl zurück nochmals überschlagend ob auch nichts vergessen sei zuletzt sagte er sich was nun noch fehlt fehlt ich kann nicht mehr und dabei sah er nach der uhr bis zu seinem am kronprinzenufer angesagten besuche war noch fast eine stunde die wollte er ausnutzen und sich vorher nach möglichkeit ruhen aber er kam nicht dazu sein bursche trat ein und meldete hauptmann von zschako ah sehr willkommen und woldemar so wenig gelegen in zschako auch kam sprang doch auf und reichte dem freunde die hand sie kommen um mir zu meiner englischen reise zu gratulieren und wiewohl es so so damit steht ihnen glaub ich's daß sie's ehrlich meinen sie gehören zu den paar menschen die denn keinen neid kennen na lassen wir das thema lieber ich bin dessen nicht so ganz sicher mancher sieht besser aus als er ist aber natürlich komm ich um ihnen wohl oder übel meine glückwünsche zu bringen und meinen reise segen dazu donnerwetterstechlin wo will das noch mit ihnen hinaus sie werden natürlich londoner militärattachs sagen wir in einem halben jahr und in ebensoviel zeit haben sie sich drüben sportlich eingelebt und etablieren sich als sieger in einem stipplechase vorausgesetzt daß es so was noch gibt ich glaube nämlich man nennt es jetzt alles ganz anders und vierzehn tage nach ihrem ersten großen sportsiege verloben sie sich mit ruth russell oder geraldine kewendisch haben den betforder oder den devonshire herzog als rückendeckung und gehen als generalgouverneur nach mittelafrika links die zwerge rechts die menschenfresser emin soll ja doch eigentlich aufgefressen sein sie machen sich's zunutze daß die mittagsstunde glücklich vorüber ist sonst könnten sie's kaum verantworten aber rücken sie sich einen sessel heran hier sind zigaretten oder lieber zigarre nein zigaretten ja sehen sie stechlin solche mission oder wenn's auch nur ein bruchteil davon sagen wir anhängsel solche mission ist gerade das was ich mir all mein lebtag gewünscht habe bloß erhörung kam nicht geschritten und doch ist gerade in unserem regiment immer was los immer ist wer auf dem weg nach petersburg aber weiß der teufel trotz der vielen schickerei meine wenigkeit ist noch nicht drangekommen ich denke mir es liegt an meinem namen hier hat czako ja auch schon einen beigeschmack einen stich ins komische aber das slawische drin gibt ihm in berlin etwas apartes während es in petersburg wahrscheinlich heißen würde czako was soll das heißen was soll czako dergleichen haben wir hier echter und besser ja ich gehe noch weiter und bin nicht einmal sicher ob man da drüben nicht lust bezeugen konnte in der wahl von czako einen witz oder versteckten affront zu wittern aber wie dem auch sei winterpalle und kreml sind mir verschlossen und nun gehen sie nach london und sogar nach windsor und windsor ist doch nun mal das denkbar feinste russland wenn sie mir solche frühstücksvergleiche gestatten wollen hat immer was von astrachan england immer was von colchester und ich glaube colchester steht höher in meinen augen gewiß ach stechlin sie sind ein glückspilz ein wort das sie meiner erregten stimmung zugute halten müssen ich werde wohl an der majorsecke scheitern wegen verschiedener mankos aber sehen sie daß ich das einsehe das könnte das schicksal doch auch wieder mit mir versöhnen sie sind der beste kerl von der welt es ist eigentlich schade daß wir solche leute wie sie nicht bei unserem regiment haben oder wenigstens nicht genug fein ist ja ganz gut aber es muß doch auch mal ein donnerwetter dazwischen fahren ein zynismus eine bosheit sie brauchte nicht gleich einen giftzahn zu haben übrigens was die patentheit angeht so fühl ich deutlich daß ich auch nur so gerade noch passiere nehmen sie beispielsweise bloß das sprachliche wer heutzutage nicht drei sprachen spricht gehört in die ecke sag ich mir auch und ich habe deshalb auch mit dem russischen angefangen und wenn ich dann so dabei bin und über meine fortschritte beinahe erstaune dann berapple ich mich momentan wieder und sage mir courage gewonnen alles gewonnen und dabei lasse ich dann zu meinem weiteren trost all unsere preußischen helden zu fuß und zur pferde an mir vorüberziehen immer mit dem gefühl einer gewissen wissenschaftlichen und mitunter auch moralischen überlegenheit da ist zuerst der derflinger nun der soll ein schneider gewesen sein dann kam blücher der war einfach ein jeu er dann kam wrangel und trieb sein verwegenes spiel mit mir und mich bravo czako das ist die sprache die sie sprechen müssen sie werden auch nicht an der majorsecke scheitern eigentlich läuft doch alles bloß darauf hinaus wie hoch man sich selber einschätzt das ist freilich eine kunst die nicht jeder versteht das wort vom alten fritz denke er nur immer daß er hunderttausend mann hinter sich hat dies trostwort ist manchem von uns ein bißchen verloren gegangen trotz unserer siege oder vielleicht auch eben deshalb siege produzieren unter umständen auch bescheidenheit jedenfalls haben sie lieber stechlin zu viel davon aber wenn sie erst ihre ruth haben ach czako kommen sie mir nicht immer mit ruth oder eigentlich seien sie doch bedankt dafür denn dieser weibliche name mahnt mich daß ich mich für heut abend am kronprinzenufer angemeldet habe bei den barbis wo es wie sie wissen freilich keine hut gibt aber dafür eine melusine was fast noch mehr ist versteht sich melusine ist mehr alles was aus dem wasser kommt ist mehr venus kam aus dem wasser ebenso hero nein entschuldigen sie es war leander egal lassen sie es wie es ist solche verwechselte schillerstelle tut einem immer wohl übrigens können sie mich in meinem coup begleiten vom kronprinzenufer aus haben sie knapp nur halben weg bis in ihre kaserne das coup tat seine schuldigkeit und es schlug eben erst acht als woldemar vor dem barbischen hause hielt und sich von czako verabschiedend die treppe hinaufstieg er fand nur die familie vor was ihm sehr lieb war weil er kein allgemeines gespräch führen sondern sich lediglich für seine reise rats holen wollte der alte graf kannte london besser als berlin und auch melusine war schon über siebzehn als man bald nach dem tode der mutter england verlassen und sich auf die graubündner güter zurückgezogen hatte darüber waren nun wieder nah an anderthalb jahrzehnte vergangen aber vater und töchter hingen nach wie vor an hyde park und dem schönen hause das sie da bewohnt hatten und gedachten dankbar der in london verlebten tage selbst armgard sprach gern von dem wenigen dessen sich noch aus ihrer frühen kindheit erinnerte wie glücklich bin ich sagte woldemar sie allein zu finden das klingt freilich sehr selbstisch aber ich bin doch vielleicht entschuldigt wenn besuch da wäre nehmen wir beispielsweise wrschowitz und ich ließe mich hinreisen von der prinzessin von wales und ihr in natürlicher konsequenz von ihren zwei schwestern dagmar und thürer zu sprechen so hätte ich vielleicht wegen denen freundlichkeit heute abend noch ein duell auszufechten was mir doch unbequem wäre besser ist besser der alte barbie nickte vergnüglich ja herr graf fuhr woldemar fort ich komme mich von ihnen und den damen zu verabschieden aber ich komme vor allem auch um mich in zwölfter stunde noch nach möglichkeit zu informieren in dem augenblick wo der gänzlich ignorante kandidatus in seinen frack fährt guckt er so was soll vorkommen noch einmal ins korb miss juris und liest sagen wir zehn zeilen und gerade über diese wird er nachher gefragt und sieht sich gerettet dergleichen könnte mir doch auch vorbehalten sein sie waren lange drüben und die damen ebenso auf was muss ich achten was vermeiden was tun vor allem was muss ich sehen und was nicht sehen das letztere ist vielleicht das wichtigste von allem gewiss lieber stechlin aber ehe wir anfangen rücken sie hier ein und gönnen sie sich eine tasse tee freilich dass sie den tee würdigen werden ist so gut wie ausgeschlossen dazu sind sie viel zu aufgeregt sie sind ja wie ein wasserfall ich erkenne sie kaum wieder woldemar wollte sich entschuldigen nur keine entschuldigungen und am wenigstens über das alles ist heutzutage so nüchtern daß ich immer froh bin mal einer aufregung zu begegnen aufregung kleidet besser als indifferenz und jedenfalls ist sie interessanter was meinst du dazu melusine papa schraubt mich ich werde mich aber hüten zu antworten und so denn wieder zur sache ja lieber stechlin was tun was sehen oder wie sie ganz richtig bemerken was nicht sehen überall etwas sehr schwieriges in italien vertrödel man die zeit mit bildern in england mit hinrichtungsblöcken sie haben drüben ganze kollektionen davon also möglichst wenig historisches und dann natürlich keine kirchen immer mit ausnahme von westminster ich glaube was man so mit billiger wendung land und leute nennt das ist und bleibt das beste die themse hinauf und hinunter richmond hill auch jetzt noch doch trotzdem wir schon november haben und werbekneipen und und wenn sie bei passierung eines stillen squares einem sogenannten straßenraffael begegnen dann stehen bleiben und zusehen was das sonderbayerische nie mit seiner linken und oft verkrüppelten hand auf die breiten straßensteine hinmalt denn diese straßenraffaels haben immer nur eine linke hand und was malt er was das wechselt er ist imstande und zaubert ihnen in zehn minuten eine richtige sixtina aufs trottoir aber in der regel ist er mehr reusdal oder hoppema landschaften sind seine forst dazu seestücke die klippe von dover habe ich wohl zwanzigmal gesehen und über das meer hin den zitternden mondstrahl da haben sie schon was zur auswahl und nun fragen sie melusine die hat von london und umgebung viel mehr gesehen als ich und weiß glaube ich in hentoncourt und walton abbey besser bescheid als an der oberspray natürlich das eierhäuschen ausgenommen und wenn melusine versagen sollte nun so haben wir noch unsere tochter cordelia cordelia war damals freilich erst sechs oder doch nicht viel mehr aber kindermund tut wahrheit kund armgard wie wär's denn wenn du dich unseres freundes annähmest ich weiß nicht papa ob herr von stechlin damit einverstanden ist oder auch nur sein kann vielleicht ging es wenn du nur nicht von meinen sechs jahren gesprochen hättest aber so mit sechs jahren hat man eben nichts erlebt was in den augen anderer des erzählens wert wäre komtesse gestatten sie mir die dinge an sich sind gleichgültig alles erlebte wird erst durch den der es erlebt sagte melusine so bin ich zum erzählen noch mein lebtag nicht aufgefordert worden nun wirst du sprechen müssen armgard und ich will auch selbst auf die gefahr hin einer niederlage keine vorreden armgard am wenigstens wenn sie wie selbstlob klingen also wir hatten damals eine alte person im hause die schon bei melusine kindermume gewesen war und hieß susan ich liebte sie sehr denn sie hatte wie die meisten irischen etwas ungemein heiteres und gütiges ich ging viel mit ihr im heidpark spazieren wohnten wir doch in der an seiner nordseite sich hinziehenden großen straße heidpark erschien mir immer sehr schön aber weil es tag ein tag aus dasselbe war wollte ich doch gern einmal was anderes sehen worauf susan auch gleich einging trotzdem es ihr eigentlich verboten war ei freilich komtesse sagte sie ihn da wollen wir nach martins le grand was ist das fragte ich aber statt aller antwort gab sie mir nur ein kleines mäntelchen um denn es war schon spätherbst so etwa wie jetzt und dunkelte auch schon aus dem was dann kam muss ich annehmen dass es um die fünfte stunde war und so brachen wir den auf unsere straße hinunter und weil an dem parkgitter entlang lauter große röhren gelegt waren um hier neu zu kanalisieren so sprang ich auf die röhren hinauf und susan hielt mich an meinem linken zeigefinger so gingen wir ich immer auf den röhren oben bis wir an eine stelle kamen wo der park aufhörte hier war grad ein droschkenstand und hafer und häcksel lagen umher und zahllose sperlinge dazwischen in der mitte von all dem aber stand ein eiserner brunnen auf den wies susan hin looket it der arm guard there stood tyburn gallows und wer so viel gestohlen hatte wie grad ein strick kostete der wurde da gehängt eine merkwürdige kindermuhme sagte stechlin und sie erschraken nicht komtesse nein von erschrecken solange susan bei mir war war keine rede sie hätte mich gegen eine welt verteidigt das söhnt wieder aus und kurz und gut wir blieben auf unserm weg und stiegen alsbald in ein zweirädigiges cab aus dem heraus wir's sehr gut sehen konnten und jagten die oxfordstraße hinunter in die city hinein in ein immer dichter werdendes straßengewirr drin ich nie wiedergekommen war und auch nachher nicht wiedergekommen bin bloß vor zwei jahren als wir auf besuch drüben waren und ich den alten plätzen wieder nachging und ich glaube sagte melusine daß du bei diesem zweiten besuch eine gute anleihe machst denn von dem mit susan gesehnen wirst du zurzeit nicht mehr viel zur verfügung haben doch doch und nun hielt unser handsome cab vor einem großen hause das halb wie ein palast und halb wie ein griechischer tempel aussah und unter dessen säulengang hinweg wir in eine große mit vielen hundert menschen erfüllte halle traten über ihren köpfen aber lag es wie ein strom von licht und ganz nach hinten zu wo die lichtmasse sich zu verdichten schien standen auf einem podium zwei in rote röcke gekleidete bedienstete mit ein paar großen behältern links und rechts neben sich die wie futterkissen mit weit aufgeklappten deckel aussahen und nun laß stechlin raten was es war er braucht es nicht zu raten fuhr armgard fort er weiß natürlich schon aber er muß trotzdem aushalten denn er hat es selber so gewollt also podium und rot röcke samt aufgeklappter kiste links und rechts und die hell erleuchtete uhr darüber zeigte daß es nur noch eine minute bis sechs war an ein sich herandrängen war nicht zu denken und so flogen denn die brief und zeitungspakete die noch mit den letzten postzügen fort sollten in weitem bogen über die köpfe her der in front stehenden weg was aber dabei statt in die behälter bloß auf das podium fiel das wurde von den rotröcken mit einer geschickten fußbewegung in die futterkisten wie hineingeharkt und nun setzte der uhrzeiger ein und das fliegen der pakete steigerte sich bis genau mit dem sechsten schlag auch der deckel jeder der beiden kisten zuschlug reizend comtesse natürlich seh ich mir das an und wenn ich ein rendezvous mit der königin darüber versäumen müßte nichts antimonarchisches lachte der alte graf und so kommen susanns untaten schließlich doch ans licht und meine eigenen dazu glücklicherweise durch mich selbst das gespräch setzte sich noch eine wähle fort mit allerlei schilderungen aus dem klein und alltagsleben behielten dabei die oberhand ein paarmal weil er wohl sah daß woldemar gern auch anderes zu hören wünschte versuchte der alte graf das thema zu wechseln aber beide damen blieben bei shopping und pfeifer clock tea bis melusine der woldemars ungeduldeten falls nicht entgangen war mit einem male fragte haben sie denn je von traitors gate gehört nein sagte woldemar ich kann es mir aber übersetzen und meine schlüsse daraus ziehen das reicht aus also natürlich tower nun sehen sie traitors gate das war meine domäne wenn besuch aus deutschland kam und ich wohl oder übel den führer machen mußte viel ist im tower langweilte mich aber traitors gate nie vielleicht deshalb nicht weil es ziemlich zu anfang liegt so daß ich wenn wir's erreichten immer noch bei frische war nicht abgestumpft durch all die schrecklichkeiten die dann weiterhin folgen also traitors gate muss ich sehen unbedingt freilich wenn ich dann wieder erwäge dass in dieser berühmten stelle nichts unmittelbar wirkungsvolles zu sehen ist so muß ich mich bei meinen ratschlägen auf ihre fantasie verlassen können und ob das geht weiß ich nicht wer aus der mark ist hat meist keine fantasie der alte graf und armgard schwiegen und auch melusille sah wohl daß sie mit ihrer bemerkung etwas zu weit gegangen war irgendeine reparierung schien also geboten ich will's aber doch mit ihnen wagen nahm sie das gespräch wieder auf und lachte traitors gate nun sehen sie sie kommen da vom eingange her einen schmalen gang entlang und mit einem male haben sie statt der grauen steinwand ein eisenbeschlagenes holztor neben sich hinter diesem holztor aber befindet sich ein kleiner ganz unten in der tiefe gelegener wasserhof von dem aus eine mehrstufige treppe heraufführt und an eben der stelle mündet an der sie stehen nun rechnen sie dreihundert jahre zurück wem sich die pforte damals auftat um sich hinter ihm wieder zu schließen der hatte vom leben abschied genommen es sind da verzeihen sie das wort lauter glibberige stufen und wer alles stieg diese stufen hinauf essex sir walter raleigh thomas morus und zuletzt noch jene clanhäuptlinge die für prince charlie gefochten hatten und deren köpfe wenige tage später von temple bar herab auf die city niedersahen liegt gott sei dank weit zurück ja weit zurück aber es kann wiederkommen und gerade das war es was immer wenn ich so dastand den größten eindruck auf mich machte diese möglichkeit daß es wiederkehre denn ich erinnere mich noch sehr wohl ja du warst es selbst papa der es mir erzählte das lord palmerston einmal unwirsch über die koburgische nebenpolitik ich glaube während der krimkriegtage sich dahin gehäußert hatte dieser prinz consort er täte gut sich unser traitors geht bei gelegenheit anzusehen es ist zwar schon lange daß könige da die glibberige treppe hinauf gestiegen sind aber es ist doch noch nicht so lange daß wir uns dessen nicht mehr entsinnen können und ein prinz consort ist noch lange nicht ein könig woldemar als melusine dies mit überlegener miene gesagt hatte lächelte vor sich hin was die gräfin derartig verdroß daß sie mit einer gewissen gereiztheit hinzusetzte sie lächeln da sehe ich doch wie sehr ich im rechte war ihnen die phantasie abzusprechen verzeihen sie mir und nun werden sie auch noch pathetisch das ist die richtige ergänzung im übrigen wie könnte ich mit ihnen ernsthaft zürnen ein berühmter deutscher professor soll einmal irgendwo gesagt haben niemand sei verpflichtet ein großer mann zu sein und ebensowenig wird er große phantasie als etwas pflichtgemäßes gefordert haben woldemar küßte ihr die hand wissen sie gräfin daß sie doch eigentlich recht hochmütig sind vielleicht aber mancher entwaffnet dich wieder und zu diesen gehören sie das ist nun auch wieder aus dem ton ich weiß nicht aber lassen wir's und versprechen sie mir lieber mir von windsor oder london aus eine karte zu schreiben nein eine karte das geht nicht also einen brief darin sie mir ein wort über die engländerinnen sagen und ob sie jede teienlose rotblondine drüben auch so schön gefunden haben werden wie's von den kontinentalen wenn sie dies thema berühren fast immer versichert wird es wird davon abhängen an wen ich gerade denke nach dieser bemerkung ist ihnen alles verziehen er hatte gleich in den zeilen in denen er sich anmeldete die damen wissen lassen daß er seinen besuch auf eine kurze stunde beschränken müsse so war er denn bei guter zeit wieder daheim auf seinem tische fand er ein briefchen vor und erkannte recks handschrift lieber stechlin so schrieb dieser ich höre eben daß sie nach london gehen in der zeitung wo es schon gestanden haben soll habe ich es übersehen ich beglückwünsche sie von herzen zu dieser auszeichnung und lege ihnen eine karte bei die sie wenn's ihnen passt bei meinem freunde ralph waddington einführen soll er ist advokat und einer der angesehensten führer unter den oewingianern fürchten sie übrigens keine bekehrungsversuche waddington ist ein durchaus feiner mann also zurückhaltend er kann ihnen aber mannigfach behilflich sein wenn ihnen daran gelegen sein sollte sich um das wesen der englischen dissenter ihre chapels und tabernakels zu kümmern er ist ein wissenschaftler auf diesem gebiet und ich kenne ja ihre vorliebe für derlei fragen stechlin legte den brief unter dem briefbeschwerer und sagte der gute recks er überschätzt mich die center studien es genügt mir wenn ich einen einzigen quäker sehe ende des zweiundzwanzigsten kapitel theodor fontane der stechlin diese libriworks aufnahme ist in der public domain dreiundzwanzigstes kapitel was rexter schrieb hatte doch ein gutes gehabt woldemar erheitert bei dem gedanken sich durch ralph waddington in ein tabernakel eingeführt zu sehen sah sich mit einem mal einer gewissen abspannung entrissen und war froh darüber denn er brauchte durchaus stimmung um noch einige briefe zu schreiben das ging ihm nun leichter von der hand und als elf uhr kaum heran war war alles erledigt der andere morgen sah ihn selbstverständlich früh auf fritz war um ihn her und half wo noch zu helfen war und nun fritz so waren woldemars letzte worte sieh nach dem rechten schicke mir nichts nach zeitungen wirf weg und die drei briefe hier wenn ich fort bin die tu sofort in den kasten ist die droschke schon da zu befehl herr rittmeister na dann mit gott und jeden tag lüften und pass auf die pferde damit verabschiedete sich woldemar von den drei briefen war einer nach stechlin hin adressiert er traf weil er noch mit dem ersten zuge fort konnte gleich nach tische bei dem alten ein und lautete mein lieber papa wenn du diese zahlen erhältst sind wir schon auf dem wege wir das will sagen unser oberst unser zweiltältester stabsoffizier ich und zwei jüngere offiziere aus deinen eigenen soldatentagen kennst du den charakter solcher abordnungen nachdem wir regimentkönigin von großbritannien und ihr land geworden sind war dies und trübten vorstellen nur noch eine frage der zeit die submission beigesellt zu sein ist selbstverständlich eine große ehre für mich doppelt wenn ich die namen über die wir in unserem regimentverfügung haben in erwägung ziehe die zeiten wo man das wort historische familie betonte sind vorüber auch an tante adelheid hab ich in dieser sache geschrieben was mir persönlich an glücksgefühl vielleicht noch fehlen mag wird sie leicht aufbringen und ich freue mich dessen weil ich ihr alles in allem doch so viel verdanke daß ich mich von berlin gerade jetzt nicht gerne trenne sei nur angedeutet du wirst den grund davon unschwer erraten mit besten wünschen für dein wohl unter herzlichen grüßen an lorenzen wie immer dein woldemar dubslav saß am kamin als ihm engelke den brief brachte nun war der alte mit dem lesen durch und sagte woldemar geht nach england was sagst du dazu engelke so was hab ich mir all immer gedacht na dann bist du klüger gewesen als ich ich habe mir gar nichts gedacht und nur noch drei tage so stellt er sie mit seinem obersten seiner major vor die königin von england hin und sagt hier bin ich ja gnädiger herr warum soll er nicht ist auch n standpunkt vielleicht sogar der richtige volksstimme gottesstimme na nu geh mal zu pastor lorenzen und sag ihm ich ließe ihn bitten aber sage nichts von dem brief ich will ihn überraschen du bist mitunter ne alte plappertasche schon nach einer halben stunde war lorenzen da haben befohlen haben befohlen ja das ist gerade so das richtige sieht mir ähnlich nun lorenzen schieben sie sich mal nen stuhl ran und wenn engelke nicht geplaudert hat denn er hält nicht immer dicht so hab ich eine richtige neuigkeit für sie woldemar ist nach england mit der abordnung also wissen sie schon davon nein ausgenommen das eine dass eine deputation oder gesandtschaft beabsichtigt sei das las ich und dabei habe ich nun freilich auch an woldemar gedacht dubslav lachte sonderbar engelke hat sich so was gedacht lorenzen hat sich auch so was gedacht nur der eigene vater hat an gar nichts gedacht ach ja von stechlin das ist immer so väter sind väter und können nie vergessen daß die kinder kinder waren und doch hört es mal auf damit napoleon war mit zwanzig ein armer leutnant und an ansehen noch lange kein stechlin und als er so alt war wie jetzt unser woldemar ja da stand er schon zwischen marengo und austerlitz hören sie lorenzen sie greifen aber hoch meine schwester adelheid wird sich ihnen übrigens wohl anschließen und von heut ab eine neue zeitrechnung datieren ich nehme es ruhiger trotzdem ich einsehe daß es nach großer auszeichnung schmeckt und ist er wieder zurück dann wird er auch allerlei gutes davon haben aber solange er drüben ist ich trau der sache nicht von behagen jedenfalls keine rede die vettern sind nun mal nicht zufriedenzustellen vielleicht ärgern sie sich daß es draußen in der welt auch noch ein regimentkönigin von großbritannien und ihr land gibt das besorgen sie sich lieber selbst und nehmen so was wenn andere damit kommen wie ne prätention wie stehen denn sie dazu sie haben die beef eaters vielleicht in ihr herz geschlossen wegen der vielen dissenter ein kardinal der freilich auch noch gourmand war soll mal gesagt haben schreckliches volk hundert sekten und bloß eine soße ja lachte lorenzen da bin ich freilich für die beef eaters wie sie sagen und gegen den kardinal das mit den hundert sekten lasse ich mal auf sich beruhen mein geschmack beiläufig ist es nicht aber unter allen umständen bin ich für höchstens eine soße das ist das einzig richtige weil gesunde die dinge müssen in sich etwas sein und wenn das zutrifft ist eigentlich jede soße und nun gar erst die soße im plural von vornherein schon gerichtet aber lassen wir den kardinal und seine gewagtheiten und nehmen wir den gegenstand seiner abneigung england es hat für mich eine zeit gegeben wo ich bedingungslos dafür schwärmte nicht zu verwundern hieß es doch damals in dem ganzen kreise drin ich lebte ja wenn wir england nicht mehr lieben sollen was sollen wir denn überhaupt noch lieben diese halbe vergötterung hab ich noch ehrlich mit doch gemacht aber das ist nun eine hübsche weile her sie sind drüben schrecklich runtergekommen weil der kult vor dem goldenen kalbe beständig wächst lauter jobber und die vornehme welt obenan und dabei so heuchlerisch sie sagen christus und meinen katun ist leider so wenigstens nach dem bißchen was ich davon weiß und alles in allem und neuerdings erst recht bin ich deshalb immer für russland gewesen wenn ich da so an unseren kaiser nikolaus zurückdenke und an die zeit wo seine uniform als geschenk bei uns eintraf und dann als kirchenstück in die garnisonskirche kam natürlich in potsdam wir haben zwar die reliquien abgeschafft aber wir haben sie doch auf unsere art und ganz ohne so was geht es nun mal nicht mit dem alten fritzen fing es natürlich an wir haben seinen krückstock und den dreimerster und das taschentuch das hätten sie vielleicht weglassen können und zu den drei stücken haben wir nun jetzt auch noch die nikolausuniform lorenzen sah verlegen vor sich hin etwas dagegen sagen ging nicht und zustimmen noch weniger dubslav aber fuhr fort und dann sind sie da forscher in petersburg und alles geht mehr aus dem vollen auch wenn die besten steine mitunter schon rausgebrochen sind so was kommt vor ist eben noch ein naturvolk ich kann das schenken eigentlich nicht leiden es hat so was von bestechung und sieht aus wie ein trinkgeld und trinkgeld ist noch schlimmer als bestechung und es passt mir eigentlich ganz und gar nicht aber es hat doch auch wieder was angenehmes solche tabatiere wenn es einem gut geht ist es ein familienstück und wenn es einem schlecht geht ist es ne letzte zuflucht natürlich ein ganz reinliches gefühl hat man nicht dabei lorenzen blieb eine volle stunde der alte war immer froh wenn sich ihm gelegenheit bot sich mal ausplaudern zu können und heute standen ja die denkbar besten themata zur verfügung woldemar england kaiser nikolaus und dazwischen tante adelheid über die zwar immer nur kurze worte fielen aber doch so dass sie weil spöttisch die gute laune des alten wesentlich steigerten und in dieser guten laune war er auch noch als er um die fünfte stunde seinen eichenstock und einen eingeknautschten filzhut vom riegel nahm um am see hin in der richtung auf klopso zu seinen gewöhnlichen spaziergang zu machen unmittelbar am südufer da wo die wand steil abfiel befand sich eine von buchenzweigen überdachte steinbank das war sein lieblingsplatz die sonne stand schon unter dem horizont und nur das abendrot glühte noch durch die bäume da saß er nun und überdachte sein leben altes und neues seine kindheits und leutnantstage die tage kurz vor seiner verheiratung wo das junge blasse fräulein das seine frau werden sollte noch lieblingshofdame bei der alten prinzess karl war und all das zog jetzt wieder an ihm vorüber und dazwischen seine schwester adelheid in jenen tagen noch leidlich gut bei wege aber auch schon hart und herbe wie heute so dass sie den reizenden kerl den baron krech bloß weil er über ein schon halb abgestorbenes verhältnis und eine freilich noch fortlebende spielschuld verfügte durch ihre tugend weggegraut hatte das waren die alten geschichten und dann wurde woldemar geboren und die junge frau starb und der junge wuchs heran und lernte bei lorenzen all das dumme zeug das neue und daran vielleicht doch was war und nun fuhr er nach england rüber und war vielleicht schon in köln und in ein paar stunden in ostende dabei sah er vor sich hin und malte mit seinem stock figuren in den sand der wald war ganz still auf dem see schwanden die letzten roten lichter und aus einiger entfernung klangen schläge herüber wie wenn leute holz fällen er hörte mit halbem ohr hin und sah eben auf die von globsow her heraufführende schmale straße als er einer alten frau von wohl siebzig gewahr wurde die mit einer reisig bepackten kiepe den leis ansteigenden weg heraufkam etliche schritte vor ihr ein kind mit ein paar enzian stauden in der hand das kind ein mädchen mochte zehn jahre sein und das licht fiel so dass das blonde wirre haar beleuchtend um des kindes kopf stand als die kleine bis fast an die bank heran war blieb sie stehen und erwartete da das näherkommen der alten frau diese die wohl sah daß das kind in furcht oder doch in verlegenheit war sagte das kind sich bezwingend ging nun auch wirklich und während es an der bank vorüberkam sah es den alten herrn mit großen klugen augen an inzwischen war auch die alte herangekommen na buschen sagte dubslav habt ihr denn bloß auch bruchholz in eurer kiepe sonst packt euch der förster die alte griente gnädiger herr wenn sie in toabi sind der wird er ja wohl nicht na ich denk auch is immer nicht so schlimm und wer is denn das kind da dat is jo a karlinens so so karlinens is sie denn noch in berlin und wird er sie denn auch heiraten ich meine den rennschinglob so ne er will jo ein nicht is aber doch von ihm ja se sekt so aber s he sekt er wirret nicht der alte dubslav lachte na hört buschen ich kann's ihm eigentlich nich verdenken der rennsch is ja doch ein ganz schwarzer kerl und nu seht euch mal das kind an und et heb ich ehr og all sekt und karline wetet och nich so recht und lacht man ümmr und sie brugt dem och nich geht es ihr denn so gut joa man kannet secken sie blättet immer alle so ne blätten immer ich wär och diesen summer mit agnesen sie heßt agnes in berlin und da wirren wir der zusammen in zirkus und karline war ganz fidel na das freut mich und agnes sagt ihr heißt sie is n hübsches kind ja det isse und is ocken gaudeskinn sie wehnt glicks und is immer so patschlich mit ere lütten händ sünne is nimmer so ja das is richtig aber ihr müsst aufpassen sonst habt ihr nen urenkel ihr wißt nicht wie na guten abend buschen nabend gnädiger herr vierundzwanzigstes kapitel der baron birchtensgadische wagen fuhr am kromprinzenufer vor und die baronin als sie gehört hatte daß die herrschaften oben zu hause seien stieg langsam die treppe hinauf denn sie war nicht gut zu fuß und ein wenig asthmatisch armgard und melusine begrüßten sie mit großer freude wie gut wie hübsch baronin sagte melusine daß wir sie sehen und wir erwarten auch noch besuch wenigstens ich ich hab solch krippeln in meinem kleinen finger und dann kommt immer wer gewiß denn er war drei tage nicht hier und vielleicht auch professor kujacius und wenn nicht der so doktor pusch den sie noch nicht kennen trotzdem sie ihn eigentlich kennen müßten noch alte bekanntschaft aus londoner tagen her möglicherweise kommt auch frommel aber vor allem baronin was bringen sie für wetter mit lützi sagte mir eben es nebel so stark man könne die hand vor den augen nicht sehen lützi hat ihnen ganz recht berichtet der richtige london fogg wobei mir natürlich ihr freund stechlin einfällt aber über den sprechen wir nachher jetzt sind wir noch so im nebel es war draußen wirklich so daß ich immer dachte wir würden zusammenfahren und am brannenburger tor mit den großen kandelabern dazwischen sah es beinah aus wie ein bild von karbina kennen sie's karbina gewiß sagte melusine den kenn ich sehr gut aber allerdings erst von der letzten ausstellung her und was außer den gaslaternen im nebel mir so eigentlich von ihm vorschwebt das ist ein kleines bild langer hotelkorridor tür an tür und vor einer der vielen türen ein paar damenstiefelchen reizend aber die hauptsache war doch die beleuchtung von irgendwoher fiel ein licht ein und vergoldete das ganze den flur und die stiefelchen richtig sagte die baronin das war von ihm und gerade das hat ihnen so sehr gefallen ja was auch natürlich ist in meinen italienischen tagen wenn ich von italienischen tagen spreche so meine ich übrigens nie meine verheiratungstage während meiner verheiratungstage habe ich gott sei dank so gut wie gar nichts gesehen kaum meinen mann aber freilich immer noch zuviel also während meiner italienischen tage habe ich vor so vielen himmelfahrten gestanden daß ich jetzt für stifeletten im sonnenschein bin ganz mein fall liebe melusine freilich bin ich jetzt nebenher auch noch für japanische wasser und drei binsen und ein storch daneben in meinen jahren darf ich ja von storch sprechen früher hätte ich vielleicht kranich gesagt nein baronin das glaub ich ihnen nicht sie waren immer für das was sie jetzt realismus nennen was meistens mehr ton und farbe hat und dazu gehört auch der storch deshalb lieb ich sie ja gerade so sehr aß daß doch das natürliche wieder obenauf käme kommt liebe melusine melusine ins kribbelnder kleiner finger behielt recht es kam wirklich besuch erst wrschowitz dann aber statt der drei die sie noch nebenher gemutmaßt hatte nur der empfang des einen wie des andern der beiden herren hatte vor nem damenzimmer stattgefunden ohne gegenwart des alten grafen dieser erschien erst als man zum tee ging er hieß seine gäste herzlich willkommen weil er jederzeit das bedürfnis hatte von dem was draußen in der welt vorging etwas zu hören dafür sorgte denn auch jeder auf seine weise die baronin durch mitteilungen aus der oberen gesellschaftssphäre dschako durch avancements und demissionen und virschowitz durch kritik alles was zur sprache kam hatte für den alten grafen so ziemlich den gleichen wert aber das liebste waren ihm doch die hofnachrichten die die baronin mit glücklicher ungeniertheit zum besten gab wendungen wie ich darf mich wohl ihrer diskretion versichert halten waren ihr gänzlich fremd sie hatte nicht bloß allgemein den mut ihrer meinung sondern diesen mut auch im betreff ihrer jedesmaligen spezialgeschichte von der man in der regel freilich sagen durfte daß sie desselben auch dringend bedürftig war sagen sie liebe freundin begann der alte graf was wird das jetzt so eigentlich mit den briefen von bei hofe mit den briefen o das wird immer schöner immer schöner nun immer schöner lachte hier die baronin ist vielleicht nicht gerade das rechte wort aber es wird immer geheimnisvoller und das geheimnisvolle hat nun mal das worauf es ankommt will sagen den charme schon die beliebte wendung rätselhafte frau spricht dafür eine frau die nicht rätselhaft ist ist eigentlich gar keine womit ich mir persönlich freilich ein todesurteil ausspreche denn ich bin alles nur kein rätsel aber am ende man isst was man isst und so muß ich dieses manko zu verwinden suchen es heißt immer üble nachrede drin man sich mehr oder weniger mit vorliebe gefallen sei was sündhaftes aber was heißt hier üble nachrede vielleicht ist das was uns so bruchstückweise zu gehör kommt nur ein schwaches echo vom eigentlichen und bedeutet eher ein zu wenig als zu viel im übrigen wie's damit auch sei mein sinn ist nun mal auf das sensationelle gerichtet unser leben verläuft offengestanden etwas durchschnittsmäßig also langweilig und weil dem so ist setz ich getrost hinzu gott sei dank daß es skandale gibt freilich für armgard ist so etwas nicht gesagt die darf es nicht hören sie hört es aber doch lachte die komtesse und denkt dabei was es doch für sonderbare neigungen und glücke gibt ich habe für dergleichen kein organ unsere teure baronin findet unser leben langweilig und solche chronik interessant ich umgekehrt finde solche chronik langweilig und unser alltägliches leben interessant wenn ich den rudolf unseres portiers hart wie ich unten mit seinem hob und seinen langen dünnen beinen über die straße laufen sehe so finde ich das interessanter als diese sogenannte pikante riemen melusine stand auf und gab armgard einen kuß du bist doch deiner schwester schwester oder mein erziehungsprodukt und zum erstenmal in meinem leben muß ich meine teure baronin ganz im stiche lassen es ist nichts mit diesem klatsch es kommt nichts dabei heraus ach liebe melusine das ist durchaus nicht richtig es kommt umgekehrt sehr viel dabei heraus ihr barbys seid alle so schrecklich diskret und ideal aber ich für mein teil ich bin anders und nehme die welt wie sie ist ein bier und ein schnaderhüpfel und mal ein haberfeld treiben damit kommt man am weitesten was wir da jetzt hier erleben das ist auch solch haberfeld treiben ein stück fehme nur keine heilige nein sagte die baronin keine heilige die fehme war aber auch nicht immer heilig habe mir denn neulich erst den götz wieder angesehen bloß wegen dieser szene die poppe beiläufig vorzüglich und der schwarze mann von der fehme soll im urteig noch viel schlimmer gewesen sein so daß man es goethe war damals noch sehr jung eigentlich kaum lesen kann ich würde mir's aber doch getrauen und nun wende ich mich an unsere herren die dies diffizile kampffeld ich weiß nicht ritterlicher oder unritterlicherweise mir ganz allein überlassen haben dr wrschowitz wie denken sie darüber ich denke darüber ganz wie gnädige frau was wir da lesen wie runenschrift nein nicht wie runenschrift wrschowitz unterbrach sich hier mißmutig über sein eigenes hineingeraten in skandinavische was wir da lesen in briefen vom hofe das ist kritik und weil es kritik ist ist es gut mag es auch sein mißbrauch von kritik alles hat mißbrauch gerechtigkeit hat mißbrauch kirche hat mißbrauch kritik hat mißbrauch aber trotzdem auf die fehme kommt es an und das große messer muß wieder stecken im baum brrrr sagte czako was ihm einen ernsten augenaufschlag von wrschowitz eintrug als man sich nach einer halben stunde vom tisch erhoben hatte wechselte man den raum und begab sich in das damenzimmer zurück weil der alte graf etwas musik hören und sich von armgard fortschritten überzeugen wollte dr wrschowitz hat vielleicht die güte dich zu begleiten so folgte denn ein katremain und als man damit aufhörte nahm der alte barbie veranlassung seiner vorliebe für solch vierhändiges spielausdruck zu geben was wrschowitz dessen künstlerüberheblichkeit keine grenzen kannte zu der ruhig lächelnden gegenbemerkung veranlasste dass man dieser auffassung bei dilettanten sehr häufig begegne der alte graf wenig befriedigt von dieser kritik war doch andererseits viel zu vertraut mit künstlerallüren im allgemeinen und mit dem wrschowitzchen im besonderen um sich ernstig über solche worte zu verwundern er begnügte sich viel mehr mit einer gemessenen verbeugung gegen den musikdoktor und zog auf einer nebenstehenden kosös platznehmend die gute frau von berchtesgaden ins gespräch von der er wusste dass ihre munterkeiten nie den charakter goldener rücksichtslosigkeiten annahmen wrschowitz seinerseits war an dem aufgeklappten flügel stehen geblieben ohne jede spur von verlegenheit so dass ein sich kümmern um ihn eigentlich nicht nötig gewesen wäre trotzdem hielt es czako für angezeigt sich seiner anzunehmen und dabei die herkömmliche frage zu tun ob er herr dr wrschowitz sich schon in berlin eingelebt habe hab ich sagte wrschowitz kurz und beklagen es nicht ihr zelt unter uns aufgeschlagen zu haben au contraire berlin eine schöne stadt eine sehr gute stadt eine sehr gute stadt weil es hat musik und weil es hat kritik ich bin beglückt dr wrschowitz speziell aus ihrem mund so viel gutes über unsere stadt zu hören im allgemeinen ist die slawische besonders die tschechische welt o tschechische welt vanitas vanitatum es ist sehr selten in nationalen fragen einem so freien drüberstehen zu begegnen aber wenn es ihnen recht ist dr wrschowitz wir stehen hier wie zwei schildhalter neben diesem aufgeklappten klavier vielleicht dass wir uns setzen könnten greifen melusine lugt ohnehin schon nach uns aus und als wirschowitz eine zustimmung zu diesem vorschlage czakos ausgedrückt hatte schritten beide herren vom klavier her auf den kamin zu vor dem sich die gräfin auf einem fauteuil niedergelassen hatte neben ihr stand ein marmortischchen darauf sie den linken arm stützte nun endlich herr von czako vor allem aber rückten sie stühle heran ich sah die beiden herren in einem anscheinend intimen gespräche wenn es sich um etwas handelte daran ich teilnehmen darf so gönnen sie mir diesen vorzug papa hat sich wie sie sehen mit der baronin engagiert ich denke mir über berechtigte bayowarische eigentümlichkeiten und armgard denkt über ihr spiel nach und all die falschen griffe was müssen sie gelitten haben wirschowitz und nun noch einmal hauptmann czako vorüber plauderten sie berlin ein unerschöpfliches thema für die worauf dr wirschowitz zu meinem erstaunen verzichtete denken sie sich gnädigste gräfin er schien alles loben zu wollen allerdings waren wir erst bei musik und kritik über die menschen noch kein wort o wirschowitz das müssen sie nachholen ein fremder sieht mehr als ein einheimischer also freiweg und ohne scheu wie sind die vornehmen wie sind die kleinen leute wirschowitz wiegte den kopf hin und her als ob er überlege wie weit er in seiner antwort gehen könne dann mit einem male schien er einen entschluss gefasst zu haben und sagte oberklasse gut unterklasse sehr gut mittelklasse nicht sehr gut kann ich zustimmen lachte melusine fehlen nur noch ein paar details wie wäre es damit mittelklasse berliner findet gut was er sagt aber er findet nicht gut was sagt ein anderer czako trotzdem er sich getroffen fühlte nickte mittelklasse berliner wenn spricht anderer fällt in krampf in verstecktem krampf oder auch in nicht verstecktem krampf in verstecktem krampf ist er ein bild des jammers in nicht verstecktem krampf ist er ein afro bravo wrschowitz aber mehr ich bitte berliner immer an der täte so wenigstens glaubt er berliner immer held berliner weiß alles findet alles entdeckt alles erst borsig dann stefenson erst rudolf herzog dann herzog rudolf erst pfefferküchler hildebrand dann papst hildebrand nicht geschmeichelt aber ähnlich und nun wrschowitz noch eins dann sind sie wieder frei wie sind die damen ach gnädigste gräfin nichts nichts die damen die damen o die damen sehr gut aber nicht specifisch specifisch in berlin bloß die madame da bin ich aber doch neugierig specifisch bloß die madame ich war gnädigste gräfin in petersburg und ich war in moscou und war in budapest und war auch in saloniki ah saloniki schöne damen von helikon und schöne damen von libanon hoch und schlank wie die ceder aber keine madame madame nirgendwo madame bloß in berlin aber wrschowitz es müssen doch schließlich ähnlichkeiten da sein eine madame ist doch immerhin auch eine dame wenigstens eine art dame schon das wort spricht es aus nein knettigste gräfin rien du tout dame dame denkt an galon dame denkt an putz oder vielleicht doch an divorce aber madame denkt bloß an rieke draußen und mitunter auch an paul und wenn sie zu paul spricht der ihr jüngster ist so sagt sie jott dein vater o die madame einige sagen sie stürbe aus andere sagen sie stürbe nie wrschowitz sagte melusine wie schade daß die baronin und papa nicht zugehört haben und daß unser franz stechlin der solche thema da lieb nicht hier ist übrigens hatten wir heute ein telegramm von ihm haben sie vielleicht auch nachricht herr haugmann heute gnädigste gräfin und auch ein telegramm ich habe es mitgebracht weil ich an die möglichkeit dachte bitte lesen und schakolas london charing cross hotel alles über erwarten groß sieben unvergeßliche tage richmond schön winzer schöner und die nelsonsäule vor mir ihr von stechlin velusine lachte das hat er uns auch telegrafiert ich fand es wenig stotterte czako verlegen und als dublette finde ich es noch weniger und ein mann wie stechlin ein mann in mission und jetzt sogar unter den augen ihrer majestät von großbritannien und indien alles stimmte dem daß es wenig sei zu nur der alte graf wollte davon nichts wissen was verlangt ihr es ist umgekehrt ein sehr gutes telegramm weil ein richtiges telegramm richmond winzer nelsonsäule soll er etwa telegrafieren daß er sich sehnt uns wiederzusehen und daß wir da nicht einmal können so riesig verwöhnt er jetzt ist ihr werdet euch alle sehr sehr zusammennehmen müssen auch du melusine natürlich ich am meisten sechster teil verlobung weihnachtsreise nach stechlin fünfundzwanzigstes kapitel drei tage später war woldemar zurück und meldete sich für den nächsten abend am kronprinzenufer an er traf nur die beiden damen die melusine voran kein hehl aus ihrer freude machten papa er lässt ihnen sein bedauern aussprechen das ihn nicht gleich heute mitbegrüßen zu können er ist bei dem berchtesgaden zur spielpartie bei der er natürlich nicht fehlen durfte das ist dienst weit strenger als der ihrige wir haben sie nun ganz allein und das ist auch etwas gutes an besuch ist kaum zu denken rex war erst gestern auf eine kurze visite her etwas steif und formell wie gemöhnlich und mit ihrem freunde czako haben wir letzten sonnabend eine stunde verplaudern können wirschowicz war am selben abend auch da beide treffen sich jetzt öfter und vertragen sich besser als ich bei beginn der bekanntschaft dachte wer also sollte noch kommen und nun setzen sie sich um ihr reisefüllhorn über uns auszuschütten die füllhörner die jetzt in mode sind sind meist tüten und genauso etwas erwarte ich auch von ihnen sie sollten mir in einem briefe von den engländerinnen schreiben aber wer darüber nicht schrieb das waren sie wenn wir uns auch entschließen wollen ihr telegramm für voll anzusehen und dabei lachte melusine vielleicht haben sie uns in unserer eitelkeit nicht kränken wollen aber offenspiel ist immer das beste wovon sie nicht geschrieben davon müssen sie jetzt sprechen wie war es drüben ich meine mit der schönheit ich habe nichts einzelnes gesehen was mich frappiert oder gar hingerissen hätte nichts einzelnes soll das heißen daß sie dafür das ganze beinah bewundert haben will also sagen die weibliche totalität fast könnte ich dem zustimmen ich erinnere mich daß mir vor jahr und tag schon ein freund einmal sagte in der ganzen welt fände man gott sei dank schöne frauen aber nur in england seien die frauen überhaupt schön und das haben sie geglaubt es liegt eigentlich schlimmer gnädigste gräfin ich habe es nicht geglaubt aber ich habe es meinem nicht glauben zum trotz nachträglich bestätigt gefunden und sie schaudern nicht vor solcher übertreibung ich kann es nicht so sehr ich gerade hier eine verpflichtung dazu fühle keine bestechungen ich soll schaudern vor einer übertreibung fuhr woldemar fort aber sie werden mir frau gräfin dies schaudern vielleicht erlassen wenn ich erklärungen abgegeben haben werde der england schwärmer den ich davor hin zitierte war ein freund von zugespitzten sätzen und zugespitzte sätze darf man nie wörtlich nehmen und am wenigsten auf diesem diffizilen gebiete nirgends in der welt blühen schönheiten wie die gelben butterblumen übers feld hin wirkliche schönheiten sind schließlich immer seltenheiten wären sie nicht selten so wären sie nicht schön oder wir fänden es nicht weil wir einen andern maßstab hätten all das steht fest aber es gibt doch durchschnittsvorzüge die den typus jedes ganzen bestimmen und diesem maße nicht geradezu frappierender aber doch immerhin noch sehr gefälliger durchschnittsschönheit dem bin ich drüben begegnet ich lasse sie mit dieser einschränkung gelten und sie werde dem papa mit dem wir oft darüber streiten einen anwalt für ihre meinung finden durchschnittsvorzüge zugegeben aber was sich darin ausspricht das beinahe unpersönliche das typische melusine schrack in diesem augenblick leise zusammen weil sie draußen die klingel gehört zu haben glaubte wirklich jeserich trat ein und meldete professor kuiatius um gottes willen entfuhr es der gräfin und die kleine pause benutzend die er noch blieb flüsterte sie woldemar zu kuiatius malerprofessor er wird über kunst sprechen bitte widersprechen sie ihm nicht er gerät dabei so leicht in feuer oder in mehr als das und kaum dass melusine so weit gekommen war erschien auch schon kuiatius und schritt unter rascher verbeugung gegen armgard auf die gräfin zu dieser die hand zu küssen sie hatte sich inzwischen gesammelt und stellte vor professor kuiatius rittmeister von stechlin beide verneigten sich gegeneinander woldemar ruhig kuiatius mit dem ihm eigenen superioren apostel ausdruck der wenn auch ungewollt immer was provozierendes hatte bin so ließ er sich mit einer gewissen kondizzenz vernehmen durch gräfin melusine ganz auf dem laufenden abordnung england windsor ich habe sie beneidet herr rittmeister eine so schöne reise ja das war sie nur leider zu kurz so daß ich intimeren dingen beispielsweise der englischen kund nicht das richtige maß von aufmerksamkeit widmen konnte worüber sie sich trösten dürfen was ich persönlich an solcher reise jedem beneiden möchte das sind ausschließlich die großen gesamteindrücke der hof und die lord die die geschichte des landes bedeuten all das war auch mir die hauptsache mußt es sein aber ich hätte mich dem ohne achtet auch gern um künstlerisches gekümmert speziell um malerisches zum beispiel um die schule der prärafaeliten ein überwunderner standpunkt einige waren da deren auftreten auch von uns ich spreche von den künstlern meiner richtung mit aufmerksamkeit und selbst mit achtung verfolgt wurde so beispielsweise mille ah der sehr wahr ich erinnere mich seines bedeutendsten bildes das leider nach amerika hin verkauft wurde wenn ich nicht ihre zu einem enormen preise kujatius nickte mutmaßlich das vielgefeierte angelus bild das ihnen vorschwebt herr rittmeister eine von händlern heraufgepuffte marktware für die sie glücklicherweise den englischen mille will sagen den eismille nicht verantwortlich machen dürfen der mille der für eine wie sie schon bemerkten lächerlich hohe summe nach amerika hin verkauft wurde war ein et mille voll blut pariser oder wenigstens franzose woldemar geriet über diese verwechslung in eine kleine verlegenheit die damen mit ihm alles sehr zur erbauung des professors dessen rasch wachsendes überlegenheitsgefühl unter dem eindruck dieses faux pas immer noch wie blüten übermütiger laune trieb im übrigen sei's mir verziehen fuhr er immer leuchtender werdend fort wenn ich mein urteil über beide kurz dahin zusammenfasse sie sind einander wert und die zwei großen westlichen kulturvölker mögen sich darüber streiten wer von ihnen am meisten genas führt wurde der französische mille ist eine null ein zwerg neben dem der englische vergleichsweise zum riesen anwächst wohlverstanden vergleichsweise trotzdem wie mir gestattet sein mag zu wiederholen war er zu wegen seiner laufbahn ein gegenstand unserer riesigen aufmerksamkeit und mit recht denn das prärafaelitentum als dessen begründer und vertreter ich ihn ansehe trug damals einen zukunftskeim in sich eine große revolution schien sich anbahnen zu wollen jene große revolution die rückkehr heißt oder wenn sie wollen reaktion man hat vor solchen wörtern nicht zu erschrecken wörter sind kinderklappern und dieser englische mille mit den mit dem französischen verwechselt zu haben ich aufrichtig bedauere dieser eis mille dieser große reformer ist wenn ich sie recht verstehe sich selber untreu geworden man wird dies sagen dürfen er und seine schule verfielen in exzentrizitäten die zucht ging verloren und das straft sich auf jedem gebiet was da neuerdings in der welt zusammengekleckst wird zumal in der schottischen und amerikanischen schule die sich jetzt auch bei uns breit zu machen sucht das ist der überschwung einer an sich beachtenswerten richtung der zug der unter mitteldampf gut und erfreulich fuhr unter doppeldampf und das reicht noch nicht einmal aus ist er entgleist er liegt jetzt neben den schienen und pustet und keucht und ein jammer nur daß seine heizer nicht mit auf dem platze geblieben sind das ist der fluch der bösen tat ich verzichte darauf hingegen war der damen das zutat zu ende zu führen eine kleine pause trat ein bis woldemar der einsah daß irgend etwas gesagt werden müsse sich zu der bemerkung aufraffte von neueren habe ich eigentlich nur seestücke kennengelernt dazu die fantastika des malers william turner leider nur flüchtig er hat die drei männer im feurigen ofen gemalt stupend etwas großartiges schien mir aus seinen schöpfungen zu sprechen wenigstens in allem was das kolorit angeht eine gewisse großartigkeit nahm kujatius mit lächelnd überlegener miene wieder das wort ist ihm nicht abzusprechen aber aller wahnsinn wächst sich leicht ins großartige hinein und typiert dann jedesmal die menge allem vorauf in england es gibt nur ein heil umkehr rückkehr zur keuschen linie die coloristen sind das unglück in der kunst einige wenige waren hervorragend aber nicht parsecue sondern quoique und noch heute wird es mir obliegen in unserem verein über eben dieses thema zu sprechen gewiss unter widerspruch vielleicht auch unter lärm und gepolter denn mit den richtigen linien in der kunst und auch die richtigen formen in der gesellschaft verloren gegangen aber viel feind viel eher und jede stelle verlangt heutzutage ihren mann von worms ihren luther hier stehe ich am elendesten aber sind die paktieren wollenden halben zwischen schön und häßlich ist nicht zu paktieren und schön und häßlich unterbrach er melusine froh überhaupt unterbrechen zu können war auch die große frage die wir als wir sie begrüßen durften eben unter diskussion stellten herr von stechlin sollte berichten über die schönheit der engländerinnen und nun frage ich sie herr professor finden sie sie auch so schön wie einem hier landes immer versichert wird ich spreche nicht gern über engländerinnen fuhr koiatius fort etwas von idiosynkrasie beherrscht mich da diese töchter albion sie singen so viel und musizieren so viel und malen so viel und haben eigentlich kein talent vielleicht aber davon dürfen sie jetzt nicht sprechen bloß das eine schön oder nicht schön schön nun denn nein alles wirkt wie tot und was wie tot wirkt wenn es nicht der tod selbst ist ist nicht schön im übrigen ich sehe dass ich nur noch zehn minuten habe wie gerne wäre ich an einer stelle geblieben wo man so vielem verständnis und entgegenkommend begegnet herr von stechlin ich erlaube mir ihnen morgen eine radierung nach einem bilde des richtigen englischen mille zu schicken dragoner kaserne hallisches tor ich weiß übermorgen lasse ich die mappe wieder abholen name des bildes sir isumbras merkwürdige schöpfung schade daß er der vater des prärafaelitentums dabei nicht aushielt aber nicht zu verwundern nichts hält jetzt aus und mit nächstem werden wir die berühmtheiten nach tagen zählen titian entzückte noch mit hundert jahren wer jetzt fünf jahre gemalt hat ist altes eisen gnädigste gräfin kommt esse armgard darf ich bitten mich meinem gönner ihrem herrnvater dem grafen angelegentlichst empfehlen zu wollen die honneurs des hauses machend was er bei seiner intimen stellung durfte hatte den professor bis auf den korridor geleitet und ihn hier den künstlermantel umgegeben den er in unverändertem schnitt seit seinen romtagen trug es war ein radmantel dazu ein kalabreser von seidenfilz er ist doch auf seine weise nicht übel sagte woldemar als er bei den damen wieder eintrat an einem starken selbstbewusstsein daran er wohl leidet darf man heutzutage nicht anstoß nehmen vorausgesetzt dass die tatsachen es einigermaßen rechtfertigen ein starkes selbstbewusstsein ist nie gerechtfertigt sagte armgard bis mark vielleicht ausgenommen das heißt also in jedem jahrhundert einer von nach kuiatius günstigstenfalls der zweite wäre lachte woldemar wie steht es eigentlich mit ihm ich habe nie von ihm gehört was aber nicht viel besagen will namentlich nachdem ich millais und millet glücklich verwechselt habe nun geht alles so in einem hin ist er ein mann den ich eigentlich kennen müsste das hängt ganz davon ab sagte melusine wie sie sich einschätzen haben sie den ehrgeiz nicht bloß den eigentlichen alten giotto von florenz zu kennen sondern auch all die giottinos die neuerdings in ostelbien von rittergut zu rittergut ziehen um für kunst und christentum ein übriges zu leisten so müssen sie kuiatius freilich kennen er hat da die große lieferung ist übrigens lange nicht der schlimmste selbst seine gegner und er hat tierinnen gerüttelt und geschüttelt maß gestehen ihm ein hübsches talent zu nur vertirbt er alles durch seinen dünkel und so hat er denn keine freunde trotzdem er beständig von richtungsgenossen spricht und auch heute widersprach gerade diese richtungsgenossen aber hat er aufs entschiedenste gegen sich was übrigens nicht bloß an ihm sondern auch an den genossen liegt gerade die die dasselbe ziel verfolgen bekämpfen sich immer am heftigsten untereinander vor allem auf christlichem gebiet auch wenn es sich nicht um christliche dogmen sondern bloß um christliche kunst handelt zu des professors lieblingswendungen zählt die daß er in der tradition stehe was ihm indessen nur spott und achselzucken einträgt einer seiner richtungsgenossen als ob er mich persönlich dafür hätte verantwortlich machen wollen fragte mich erst neulich voll ironischer teilnahme steht denn ihr kuiatius immer noch in der tradition und als ich ihm antworte sich pötteln darüber hat er denn aber keine bemerkte dieser spezialkollege gewiß hat er eine tradition und das ist seine eigene seit fünfundvierzig jahren malt er immer denselben christus und bereits als kunst aber auch fast schon als kirchenfanatiker die ihm unterstellten provinzen so daß man betreffs seiner beinah sagen kann es predigt sein christus aller orten ist aber drum nicht schöner geworden melusine du darfst so nicht weiter sprechen unterbrach ihr armgard sie wissen übrigens herr von stechlin wie es hier steht und dass sich meine ältere schwester die mich erzogen hat hoffentlich gut jetzt nachträglich mitunter meinerseits erziehen muß dabei reicht diese melusine die hand eben erst ist er fort der arme professor und jetzt schon so schlechte nachrede welchen trost soll sich unser freund stechlin daraus schöpfen er wird denken heute dir morgen mir du sollst in allem recht haben armgard nur nicht in diesem letzten schließlich weiß doch jeder was er gilt ob er geliebt wird oder nicht vorausgesetzt daß er ein gentleman und nicht ein giegerl ist aber gentleman da hab ich wieder die einhakeöse für england das schönheitskapitel ist erledigt war ohnehin nur eine caprice von all dem andern aber das schließlich doch wichtiger ist wissen wir immer noch so gut wie gar nichts wie war es im tower und hab ich recht behalten mit traitors gate nur in einem punkt gräfin in ihrem misstrauen gegen meine fantasie die versagte da total wenn es doch nicht vielleicht an der sache selbst also an traitors gate gelegen hat denn an einer anderen stelle konnte ich mich meiner fantasie beinah berühmen und am meisten da wo wie mir übrigens nur zu begreiflich auch sie persönlich mit so viel vorliebe verweilt haben und welche stelle war das waltham abbey waltham abbey waltham abbey aber davon weiß ich ja gar nichts waltham abbey kenne ich nicht kaum dem namen nach und doch weiß ich bestimmt daß mir ihr herr papa gerade am abend vor meiner abreise sagte das muss melusine wissen die weiß ja dort überall bescheid und kennt glaub ich waltham abbey besser als treptow oder strahlau so bilden sich renommees lachte melusine der papa hat es auf gut glück hin gesagt hat bloß ein beliebiges beispiel herausgegriffen und nun diese tragweite lassen wir das aber und sagen sie mir lieber was ist waltham abbey und wo liegt es es liegt ganz in der nähe von london und ist eine nachmittagsfahrt etwa wie wenn man das mausoleum in charlottenburg besucht oder das in der potsdamer friedenskirche hat es denn etwas von einem mausoleum ja und nein der denkstein fehlt aber die ganze kirche kann als ein denkmal gelten als ein denkmal für wen für könig harald für den den editha schwanenhals auf dem schlachtfelde von hastings suchte für denselben ich habe während meiner londoner tage das bild von orris vernet gesehen das den moment darstellt wo die schöne goldüssin je zwischen den toten umherirrt und ich erinnere mich auch dass zwei mönche neben ihr herschritten aber weiter weiß ich nichts und am wenigsten weiß ich was daraus wurde was daraus wurde das ist eben der schlußakt des dramas und dieser schlußakt heißt waltham abbey die mönche deren sie sich erinnern und die daneben editha herschritten das waren waltham abbey mönche und als sie schließlich gefunden hatten was sie suchten legten sie den könig auf dichtes baumgezweig und trugen ihn den weiten weg bis nach waltham abbey zurück und da begruben sie ihn und die städte wo sie ihn begruben die haben sie besucht nein nicht sein grab das existiert nicht man weiß nur daß man ihn dort überhaupt begrub und als ich da die sonne ging eben unter in einem uralten lindengange stand zwischen grabsteinen links und rechts und das abendläuten von der kirche her begann da war es mir als käme wieder der zug mit den mönchen den lindengang herauf und ich sahe ditah und sah auch den könig trotzdem die zweige halb verdeckten und dabei wenn auch eigentlich der papa schuld ist und nicht sie gräfin gedachte ich ihrer in alter und neuer dankbarkeit und daß sie mich besiegt haben aber das sage nur ich sie sagen es natürlich nicht denn sie sind nicht der mann sich eines sieges zu rühmen noch dazu über eine frau kenne ich nun und an ihre phantasie glaube ich von heut an und trotzdem sie mich mit traitors gate im stich gelassen daß sie nebenher noch und zwar armgard zu ehren in martins legrin waren dessen bin ich sicher und ebenso daß sie papas einzige forderung erfüllt und der kapelle heinrichs des siebten ihren besuch gemacht haben diesem wunderwerk der tudors welchen eindruck hatten sie von der kapelle den denkbar großartigsten ich weiß daß man die herabhängenden trichter die sie tromben nennen unschön gefunden hat aber ästhetische vorschriften existieren für mich nicht was auf mich wirkt wirkt ich konnte mich nicht satt sehen davon trotzdem das eigentliche war ja doch noch wieder ein anderes und kam erst als ich da zwischen den sarkophagen der beiden feindlichen königinnen stand ich wüsste nicht dass etwas je so beweglich und eindringlich zu mir gepredigt hätte wie gerade diese stelle und was war es was sie da so bewegte das gefühl zwischen diesen beiden gegensätzen pendelt die weltgeschichte zunächst freilich scheinen wir da nur den gegensatz zwischen katholizismus und protestantismus zu haben aber weit darüber hinaus weil nicht an ort und zeit gebunden haben wir bei tiefer gehender betrachtung den gegensatz von leidenschaft und berechnung von schönheit und klugheit und das ist der grund warum das interesse daran nicht ausstirbt es sind große typen diese feindlichen königinnen beide schwestern schwiegen dann sagte melusine der daran lag wieder ins heitere hinüber zu lenken und nun armgard sage für welche von den beiden königinnen bist du nicht für die eine und nicht für die andere nicht einmal für beide gewissen des typen aber es gibt andere die mir mehr bedeuten und um es kurz zu sagen elisabeth von thüringen ist mir lieber als elisabeth von england anderen leben unter armut das brot geben darin allein ruht das glück ich möchte daß ich mir das erringen könnte aber man erringt sich nichts alles ist gnade du bist ein kind sagte melusine während sie sich bemühte ihrer bewegung herr zu werden du wirst noch unter den linden für geld gezeigt werden auf der einen seite die mädchen von daume auf der andern du stechlin ging armgard gab ihm das geleit bis auf den korridor es war eine verlegenheit zwischen beiden und woldemar fühlte daß er etwas sagen müsse welche liebenswürdige schwester sie haben armgard errötete sie werden mich eifersüchtig machen wirklich kommt es vielleicht gute nacht eine halbe stunde später saß melusine neben dem bett der schwester und beide plauderten noch aber armgard war einsilbig und melusine bemerkte wohl daß die schwester etwas auf dem herzen habe was hast du armgard du bist so zerstreut so wie abwesend ich weiß es nicht aber ich glaube fast nun was ich glaube fast ich bin verlobt ende des fünfundzwanzigsten kapitels theodor fontane der stechlin und was die jüngere schwester der älteren zugeflüstert hatte das wurde wahr und schon wenige tage nach diesem ersten wiedersehen waren armgard und woldemar verlobte der alte graf sah einen wunsch erfüllt den er seit lange gehegt und melusine küßte die schwester mit einer herzlichkeit als ob sie selber die glückliche wäre du gönnst ihn mir doch ach meine liebe armgard sagte melusine wenn du wüsstest ich habe nur die freude du hast auch die last an demselben abende noch wo die verlobung stattgefunden hatte schrieb woldemar nach stechlin und nach wutz der eine brief war so wichtig wie der andere denn die tante domina deren mißstimmung so gut wie gewiß war mußte nach möglichkeit versöhnlich gestimmt werden freilich blieb es fraglich ob es glücken würde zwei tage später waren die antwortbriefe da von denen diesmal der wutzer brief über den stechliner siegte was einfach daran lag dass woldemar von wutz her nur ausstellungen von stechlin her nur entzücken erwartet hatte das traf aber nun beides nicht zu was die tante schrieb war durchaus nicht so schlimm sie beschränkte sich auf wiederholung der schon mündlich von ihr ausgesprochenen bedenken und was der alte schrieb war nicht so gut oder doch wenigstens nicht so der situation angepasst wie es woldemar gewärtigte natürlich war es eine beglückwünschung aber doch noch mehr ein politischer exkurs dubslav litt als briefschreiber daran gern bei nebensächlichkeiten zu verweilen und gelegentlich über die hauptsache wegzusehen er schrieb mein lieber woldemar die würfel sind nun also gefallen früher hieß es aleja jakta est aber so altmodisch bin ich denn doch nicht mehr und da zwei sechsen obenauf liegen kann ich nur sagen ich gratuliere nach dem gespräch übrigens das ich am dritten oktober morgens mit dir führte während wir um unseren stechliner springbrunnen herumgingen seit drei tagen springt er nicht mehr wahrscheinlich haben die mäuse das röhrenwerk angeknabbert seit jenem oktobermorgen hab ich so was erwartet nicht mehr aber auch nicht weniger du wirst nun also karriere machen glücklicherweise zunächst durch dich selbst und dann allerdings auch durch deine braut und deren familie graf barbi mit rübenboden im magdeburgischen und mit mineralquellen im graubündischen höher hinauf geht es kaum du müßtest dich denn bis ins katzlersche verirren armgard ist auch schon viel aber ermint ruht doch mehr und für den armen katzler jedenfalls zu viel ja mein lieber woldemar du kommst nun also zu vermögen und einfluss und kannst die stechliens wieder raufbringen gestern war baruch hirschfeld hier und in allem willfährig die juden sind nicht so schlimm wie manche meinen und wenn du dann hier ein ziehst und statt der alten kate so was wie in chateau stil bauen lässt und vielleicht sogar eine fasanenzucht anlegst so dass erst der post stefan und dann der kaiser selbst bei dir zu besuch kommen kann ja da kannst du möglicherweise selbst das erreichen was den alter vater weil feilenhauer torgelo mächtiger war als er nicht erreichen konnte den einzug ins reichshaus mit dem freien blick auf kroll mehr kann ich in diesem augenblick nicht sagen auch meine freude nicht höher spannen und in diesem relativen ruhig bleiben empfinde ich zum ersten mal eine gewisse familienähnlichkeit mit meiner schwester adelheit deren glaubensbekenntnis im letzten darauf hinausläuft kleinadel über hochadel junker über graf ja ich fühle deinen gräflichkeiten gegenüber wie sich der junker ein bißchen in mir regt die reichen und vornehmen herren sind doch immer ganz eigene leute die wohl fühlung mit uns haben und unter umständen auch suchen aber das fühlungshalten nach oben ist ihnen schließlich doch viel viel wichtiger es heißt wohl immer wir kleinen wir machten alles und könnten alles aber bei lichte besehen ist es bloß das alte du glaubst zu schieben und du wirst geschoben glaube mir woldemar wir werden geschoben und sind bloß sturmbock immer dieselbe geschichte wie mit protz und proletarier die proletarier wie sie noch echt waren jetzt mag es wohl anders damit sein waren auch bloß immer dazu da die kastanien aus dem feuer zu holen und ging es dann schief dann wanderte bruder habe nichts nach spandau und bruder protz legte sich zu bett und mit hochadel und kleinadel ist es beinahe ebenso natürlich heiratet eine ermine trud mal einen katzler aber eigentlich jagt sie doch mehr nach einem stuart oder wasa wenn es deren noch gibt wird aber wohl nicht entschuldige diesen herzenserguss dem du nicht mehr gewicht beilegen musst als ihm zukommt es kam ja das alles so von ungefähr in die feder weil ich heute grad wieder einmal gelesen habe wie man einen von uns der durch eintreten eines ippe büchsenstein hätte gerettet werden können schändlich im stich gelassen hat ippe büchsenstein ist natürlich nur begriff alles in allem ich habe zu dir das vertrauen daß du richtig gewählt hast und daß man dich nicht im stiche lassen wird außerdem ein richtiger merker hat augen im kopf und ist beinah so helle wie in sachse wie immer dein alter vater dubslav von stechlin es war ende november als woldemar diesen brief erhielt er überwand ihn rasch und am dritten tage las er alles schon mit einer gewissen freudigkeit ganz der alte jede zeile voll liebe voll güte voll schnurrigkeiten und eben diese schnurren trafen sie nicht eigentlich auch den nagel auf den kopf sicherlich was aber das beste war so sehr das im allgemeinen passen mochte auf die barbis passte so gut wie nichts davon die waren doch anders die suchten nicht fühlung nach oben und nicht nach unten die marchandierten nicht mit links und nicht mit rechts die waren nur menschen und dass sie nur das sein wollten das war ihr glück und zugleich ihr hochgefühl woldemar sagte sich denn auch daß der alte wenn er sie nur erst kennengelernt haben würde mit fliegenden fahnen ins barbische lager übergehen würde der alte graf armgard und vor allem melusine die war genau das was der alte brauchte wobei ihm das herz aufging den weihnachtsabend verbrachte woldemar am kronprinzenufer auch wirschowitz und koiatius von denen jener natürlich unverheiratet dieser wegen beständiger streiterei von seiner frau geschieden war waren zugegend koiatius hatte gebeten ein krippentransparent malen zu dürfen was denn auch als es erschien auf einen nebentisch gestellt und allseitig bewundert wurde die drei könige waren portretts der alte graf koiatius selbst und wirschowitz als mohrenkönig letzterer trotz wohlhaar und aufgeworfener lippe von frappanter ähnlichkeit auch in der maria suchte man nach anlehnungen und fand sie zuletzt es war lizzi die wie so viele berliner kammerjungfern einen sittig verschämten ausdruck hatte nach dem tee wurde musiziert und wirschowitz spielte weil er dem alten grafen eine aufmerksam zu erweisen wünschte die polonaise von oginski bei deren erster nunmehr um siebzig jahre zurückliegenden aufführung einem alten andy zufolge der polnisch gräfliche kompanist im schlußmomente sich erschossen haben sollte natürlich aus liebe brav brav sagte der alte graf und war während er sich beinahe überschenklich bedankte so sehr aus dem häuschen das wirschowitz schließlich schelmisch bemerkte den piffpaffschluß muss ich mir versagen herr graf trotzdem meine verehrung blick auf armgard sehr groß ist fast so groß wie der verehrung des grafen vor graf osinski so verlief der heiligabend schon vorher war man übereingekommen am zweiten feiertage zu dritt einen ausflug nach stechlin zu machen um dort die künftige schwiegertochter dem schwiegervater vorzustellen noch am christabend selbst trotzdem mitternacht schon vorüber schrieb denn auch woldemar einige zeilen nach stechlin hin in denen er sich samt braut und schwägerin für den zweiten feiertag abend anmeldete rechtzeitig trafen woldemars zeilen in stechlin ein lieber papa wir haben vor am zweiten feiertage mit dem spätnachmittags zugefunden hier aufzubrechen wir sind dann um sieben auf dem granseer bahnhof und um neun oder nicht viel später bei dir armgard ist glücklich dich endlich kennenzulernen den kennenzulernen den sie seit lange verehrt dafür mein lieber papa hab ich sorge getragen graf barbi der nicht gut bei wege ist was ihn hindert mitzukommen will dir angelegentlich empfohlen sein des gleichen gräfin giberti die uns als damme d'honneur begleiten wird armgard ist in furcht und aufregung wie vor einem examen sehr ohne not kenne ich doch meinen papa der die güte und liebe selbst ist wie immer dein woldemar engelke stand neben seines herrn stuhl als dieser die zeilen halblaut aber doch in aller deutlichkeit vorlas nun engelke was sagst du dazu ja gnädiger herr was soll ich dazu sagen es ist ja doch was man so ne gute nachricht nennt natürlich ist es eine gute nachricht aber hast du noch nicht erlebt daß eine gute nachricht denn auch genieren können jott gnädiger herr ich kriege keine na denn sei froh dann weißt du nicht was gemischte gefühle sind sieh ich habe jetzt gemischte gefühle da kommt nun mein woldemar das ist gut und da bringt er eine braut mit das ist wieder gut und da bringt er seine schwägerin mit und das ist wahrscheinlich auch gut aber die schwägerin mit einem italienischen namen und die braut heißt armgard was doch auch schon sonderbar ist und beide sind in england geboren und ihre mutter war aus der schweiz von einer stelle her von der man nicht recht weiß wozu sie gehört weil da alles schon durcheinander geht und überall haben sie besitzungen und stechlin ist doch bloß ne karte sieh engelke das ist genierlich und gibt das was ich gemischte gefühle nenne nu ja nu ja nu ja und dann müssen wir doch auch repräsentieren ich muß ihnen jedoch irgendeinen menschen vorsetzen ja wenn soll ich ihnen vorsetzen viel ist hier nicht da hab ich adelheiden natürlich die muß ich einladen und sie wird auch kommen trotzdem schnee gefallen ist aber sie kann ja einen schlitten nehmen vielleicht ist ihr schlitten besser als ihr wagen gott wenn ich an das verdeck denke mit der großen lederflicke da wird mir auch nicht besser und dabei denkt sie sie ist was was am ende auch wieder gut ist denn wenn der mensch erst denkt es ist gar nichts mit ihm das ist auch nichts und dann gnädiger herr sie ist ja doch ne domina und hat nen rang und ich hab auch mal gelesen sie sei eigentlich mehr als ein major ja jedenfalls ist sie mehr als ihr bruder so ein vergessener major ist ein jammer aber adelheid selbst so auf den ersten anhieb ist auch bloß so so wir müssen jedenfalls noch wen dazu haben schlage was vor baron betz und der alte zühlen die die besten sind die wohnen zu weit ab und ich weiß nicht seit wir die eisenbahnen haben laufen die pferde schlechter oder es kommt einem auch bloß so vor also die guten nummern fallen aus und da sind wir denn wieder bei gundermann ach gnädiger herr den nicht und er soll ja auch so zweideutig sein uncke hat es mir gesagt uncke hat freilich immer das wort zweideutig aber es wird wohl stimmen und dann die frau gundermann das ist ne richtige berlinsche verlaß es auf ihm nicht und auf ihr nicht ja engelke du sollst mir helfen und macht es bloß noch schlimmer wir könnten es mit katzler versuchen aber da ist das kind krank und vielleicht stirbt es und dann haben wir natürlich noch unseren pastor nu der ginge bloß dass er immer so still da sitzt wie wenn er auf den heiligen geist wartet und mitunter kommt er aber noch öfter kommt er nicht und solche herrschaften die dran gewöhnt sind daß einer in einem etwas feines sagt ja was sollen die mit unserm lorenzen er ist n schweiger aber er schweigt doch immer noch besser als die gundermannsche red das ist richtig also lorenzen und vielleicht wenn das kind sich wieder erholt auch katzler ein schelm gibt mehr als er hat und dann engelke solche damen die überall rum in der welt fahren da weiß man nie wie der hase läuft es ist möglich daß sie sich für krippenstapel interessieren oder höre da fällt mir noch was ein was meinst du zu koseleger den hatten wir ja noch nie nein aber not lehrt beten ich mache mir eigentlich nicht viel aus ihm indessen ist und bleibt er doch immer ein superintendent und das klingt nach was und dann war er ja mit ne russischen großfürstin auf reisen und solche großfürstin ist eigentlich noch mehr als ne prinzessin also sprich mal mit kluckhuhn der soll n boten schicken ich schreibe gleich ne karte katzler sagte ab oder ließ es doch unbestimmt ob er kommen könne koseleger dagegen was ein glück wahrnahm an und auch schwester adelheid antwortete durch den boten den dubslav geschickt hatte daß sie den zweiten feiertag in stechlin eintreffen und so weit wie dienlich und schicklich nach dem rechten sehen würde adelheid war in ihrer art eine gute wirtin und stammte noch aus den alten zeiten wo die damen bis zum schlachten und aalabziehen herunter alles lernten und alles konnten also nach dieser seite hin entschlug sich dubslav jeder befürchtung aber wenn er sich dann mit einem male vergegenwärtigte daß es seiner schwester vielleicht in den sinn kommen könne sich auf ihren uradel oder auf die vorzüge sechshundertjähriger märkischer eingesessenheit zu besinnen so viel alles was er sich in dem mit engelke geführten gespräch an trost zugesprochen hatte doch wieder von ihm ab ihm bangte vor der möglichkeit einer seitens seiner schwester aufgesetzten hohen miene wie vor einem gespenst und desgleichen vor der kostümfrage wohl wahr er sich ob er nun seine rote landstandsuniform oder seinen hochkragigen schwarzen frack anlegte seiner eigenen altmodischen erscheinung voll bewusst aber nebenher was seine person anging doch auch wieder einer gewissen patriarchalität einen gleichen trost konnte er dem äußeren menschen seiner schwester adelheid nicht entnehmen er wußte genau wie sie kommen würde schwarzes seitenkleid rüsche mit kleinen knöpfelchen oben und die sieben kurfürstenbrosche was ihn aber am meisten ängstigte war der moment nach tisch wo sie wenn sie sich einigermaßen behaglich zu fühlen anfing ihre wutzergesamtschaussür auf das kamingitter zu stellen und die wärme von unten her einzusaugen pflegte gleich nach sieben trafen woldemar und die barbischen damen auf dem granseer bahnhof ein und fanden martin und den stechlinschen schlitten vor letzterer insoweit ein prachtstück als er ein richtiges bärenfell hatte während andererseits geläut und schneedeckel und fast auch die pferde mehr oder weniger zu wünschen übrig ließen aber melusine sah nichts davon und argart noch weniger es war eine reizende fahrt die luft stand und am stahlblauen himmel oben blinkten die sterne so ging es zwischen den eingeschneiten feldern hin und wenn ihre kappen und hüte hier und dort die niederzwängenden zweige streiften fielen die flocken in ihren schlitten in den dörfern war überall noch leben und das anschlagen der hunde das vom nächsten dorf her beantwortet wurde klang übers feld alle drei schlitten insaßen waren glücklich und ohne daß sie viel gesprochen hätten bogen sie zuletzt eine weite kurve machend in die kastanienallee ein die sie nun rasch über dorflatz und brücke fort bis auf die rampe vor schloss stechlin führte dubslav und engelke standen hier schon im portal und waren den damen beim aussteigen behilflich beim eintritt in den großen flur war für diese das erste was sie sahen ein mächtiger von der decke herabhängender mistelbusch zugleich schlug die treppenuhr deren hippen man wie verwundert und beinah verdrießlich auf die fremden gäste herniedersah viele lichter brannten aber es wirkte trotzdem alles wie dunkel goldemar war ein wenig befangen und nun wollte armgart dem alten die hand küssen aber das gab diesen seinen ton seine gute laune wieder umgekehrt wird ein schuh daraus und zuletzt ein pantoffel lachte melusine siebenundzwanzigstes kapitel das ist eine dame und ein frauenzimmer dazu sagte sich dubschlaf still in seinem alten herzen als er jetzt melusine den arm bot um sie vom flur her in den salon zu führen so müssen weiber sein auch adelheid mühte sich entgegenkommen zu zeigen aber sie war wie gelähmt das leichte das heitere das sprunghafte das junge gräfin in jedem wort zeigte das alles war ihr eine fremde welt und daß ihr eine innere stimme dabei beständig zuraunte ja die ist leichte das du nicht hast das ist das leben und das schwere das du hast das ist eben das gegenteil davon das verdroß sie denn trotzdem sie beständig demut predigte hatte sie doch nicht gelernt sich in demut zu überwinden so war denn alles was über ihre lippen kam mehr oder weniger verzerrt ein versuch zu freundlichkeiten die schließlichen herbigkeiten ausliefen lorenzen der erschienen war half nach möglichkeit aus aber er war kein damenmann noch weniger ein und so kam es denn daß dubslav mit einer art sehnsucht nach dem oberförster ausblickte trotz dem er doch seit mittag wußte daß er nicht kommen würde das jüngste töchterchen war nämlich gestorben und sollte den anderen tag auf einem kleinen von weihnachtsbäumen umstellten privatfriedhofe den sich katzler zwischen garten und wald angelegt hatte begraben werden es war das vierte töchterchen in der reihe jede lag in einer art gartenbeet und hatte wie ein samenkorn dessen aufgehen man erwartet ein holztäfisch neben sich der auf der name stand als eulen stubslavs einladung eingetroffen war war ermine trud wie gewöhnlichen katzler gedrungen der einladung zu folgen ich wünsche nicht dass du dich deinen gesellschaftlichen pflichten entziehst auch heute nicht trotz des ernstes der stunde gesellschaftlichkeiten sind auch pflichten und die barbischen damen ich erinnere mich der familie werden gerade wegen der trauer in der wir stehen in deinem erscheinen eine besondere freundlichkeit sehen und das ist genau das was ich wünsche denn die komtesse wird über kurz oder lang unsere nächste nachbarin sein aber katzler war festgeblieben und hatte betont dass es höheres gäbe als gesellschaftlichkeiten und dass er durchaus wünsche dass dies gezeigt werde der prinzessin auge hatte während dieser worte hoheitsvoll auf katzler geruht mit einem ausdrucke der sagen zu wollen schien ich weiß dass ich meine hand keinem unwürdigen gereicht habe katzler also fehlte doch auch koseleger trotz seiner zusage war noch nicht da so daß dubslav in die sonderbare lage kam sich den quaden hennersdorfer aus dem er sich eigentlich nichts machte herbeizuwünschen endlich aber fuhr koseleger vor sein etwas verspätetes kommen mit dienstlichkeiten entschuldigend unmittelbar danach ging man zu tisch und ein gespräch leitete sich ein zunächst wurde von der nordbahn gesprochen die seit der neuen kopenhagener linie den ihr von früher her anhaftenden schreckensnamen siegreich überwunden habe jetzt heiße sie die apfelsinenbahn was doch kaum noch übertroffen werden könne dann lenkte man auf den alten grafen und seine besitzungen in graubünden über endlich aber auf den langen aufenthalt der familie drüben in england wo beide töchter geboren seien dies gespräch war noch lange nicht erledigt als man sich vom tisch erhob und so kam es daß sich das plaudern über eben dasselbe thema bei kaffee der im gartensalon und zwar in einem halbzirkel um den kamin herum eingenommen wurde fortsetzte dubslav sprach sein bedauern aus daß ihn in seiner jugend der dienst und später die verhältnisse daran gehindert hätten england kennenzulernen es sei nun doch mal das vorbildliche land eigentlich für alle parteien auch für die konservativen die dort ihr ideal mindestens eben so gut verwirklicht fänden wie die liberalen lorenzen stimmte lebhaft zu während andererseits die domina ziemlich deutliche zeichen von ungeduld gab england war ihr kein erfreuliches gesprächsthema was selbstverständlich ihren bruder nicht hinderte dabei zu verharren ich möchte mich fuhr dubslav fort in dieser angelegenheit an unseren herrn superintendenten wenden dürfen waren sie drüben leider nein herr von stechlin ich war nicht drüben sehr zu meinem bedauern und ich hätte es so leicht haben können aber es ist immer wieder die alte geschichte was man in ein paar stunden oder mitunter in ein paar minuten erreichen kann das verschiebt man eben weil es so nah ist und mit einem mal ist es zu spät ich war jahr und tag im haag und von da nach dover hinüber war nicht viel mehr als nach potsdam trotzdem unterblieb es oder richter gerade deshalb daß ich den tunnel oder den tower nicht gesehen das könnt ich mir verzeihen aber das leben drüben wenn irgendwo das vielzitierte wort von dem in einem tage mehr gewinnen als in des jahres einerlei hinpasst so da drüben alles modern und zugleich alles alt eingewurzelt stabilisiert es steht einzig da mehr als irgendein anderes land ist es ein produkt der zivilisation so sehr daß die neigungen der menschen kaum noch dem gesetze der natur folgen sondern nur noch dem einer verfeinerten sitte die domina fühlte sich von dem allen mehr und mehr unangenehm berührt besonders als sie sah daß melusine zu dem was koseleger ausführte beständig zustimmend nickte schließlich wurde es ihr zu viel alles was ich da so höre sagte sie kann mich für dieses volk nicht einnehmen und weil sie rundum von wasser umgeben sind ist alles so kalt und feucht und die frauen bis in die höchsten stände hinauf sind beinah immer in einem zustand den ich hier nicht bei namen nennen mag so wenigstens hatte man es mir erzählt und wenn es dann neblig ist dann kriegen sie das was sie den spleen nennen und fallen zu hunderten ins wasser und keiner weiß wo sie geblieben sind denn wie mir unser rentmeister fix der drüben war aufs wort versichert hat sie stehen in keinem buch und haben auch nicht einmal das was wir einwohnermeldeamt nennen so dass man beinahe sagen kann sie sind so gut wie gar nicht da und wie sie kochen und braten alles fast noch blutig besonders das was wir hier englische beefsteaks nennen und kann auch nicht anders sein weil sie so viel mit wilden umgehen und gar keine gelegenheit haben sich einer feineren gesittung anzuschließen koseleger und melusine wechselten verständnisvolle blicke die domina aber sah nichts davon und fuhr unentwegt fort fix ist ein guter beobachter auch von sittenzuständen und einer ihrer könige worüber ich schon als mädchen einen aufsatz machen musste hat fünf frauen gehabt meist hofdamen die eine hat er köpfen lassen und eine hat er wieder nach hause geschickt und war noch dazu eine deutsche und sie sollen auch keinen eigentlichen adel mehr haben weil man ein krieg war darin sie sich umschichtig enthaupteten und als alle weg waren haben sie gewöhnliche leute herangezogen und ihnen die alten namen gegeben und wenn man bedenkt wenn man denkt es ist ein graf so ist es ein bäcker oder höchstens ein bierbrauer aber viel geld sollen sie haben und ihre schiffe sollen gut sein und dauerhaft und auch sehr sauber fast schon wie holländisch aber in ihrem glauben sind sie zersplittert und fangen auch schon wieder an katholisch zu werden der alte dubslav als die schwester mit ihrem vortrag über england einsetzte hatte sich mit einem schicksal nimm deinen lauf sofort resigniert woldemar aber war immer wieder und wieder bemüht gewesen einen themawechsel eintreten zu lassen worin er vielleicht auch reüssiert hätte wenn nicht koseleger gewesen wäre dieser entweder weil er als ästhetischer feinschmecker an adelheitsauslassungen ein aufrichtiges gefallen fand oder aber weil er die von ihm selbst angeregte frage hinsichtlich natur und sitte die sein steckenpferd war gern weiterspinnen wollte hielt dann england fest und sagte die frau domina scheint mir davon auszugehen dass gerade der mitunter schon an die wilden grenzende naturmensch drüben in vollster blüte steht und ich will das auch nicht in jedem punkte bestreiten aber daneben begegnen wir einem lebens- und gesellschaftsraffinement das ich trotz manchen anfechtbaren als einen höchsten kulturausdruck bezeichnen muss ich erinnere mich unter anderem eines gerade damals geführten prozesses über den ich als ich im haag lebte meiner kaiserlichen hoheit täglich bericht erstatten musste high life prozesse gingen ihr über alles und der gegenstand um den sich's dabei handelte war so recht der ausdruck eines verfeinerten oder meinetwegen auch überfeinerten kulturlebens so recht das gegenteil von bloßem naturburschentum es ist freilich eine ziemlich lange geschichte schade sagte dubslav aber trotzdem wenn überhaupt erzählbar o gewiss gewiss das denkbar harmloseste nun denn lieber superendent wenn wirklich so harmlos so mache ich mich ohne weiteres zum anwalt unserer gewiss neugierigen damen meine schwester die domina mit eingeschlossen wie war es wie verlief die geschichte für die sich eine kaiserliche hoheit so lebhaft interessieren konnte nun wenn es denn sein soll nahm koseleger langsam und bloß wie einer pression nachgebend das wort es lebte da zu jener zeit eine schöne herzogin in london die's nicht ertragen konnte daß die jahre nicht spurlos an ihr vorübergehen wollten fältchen und krähenfüße zeigten sich in dieser bedrängnis hörte sie von ungefähr von einer plastischen künstlerin die durch auftrag einer wachspaste die jugend wiederherzustellen wisse diese künstlerin wurde gerufen und die wiederherstellung gelang auch aber nun traf eines tages die rechnung ein die bill wie sie da drüben sagen es war eine summe vor der selbst eine herzogin erschrecken durfte und da die künstlerin auf ihrer forderung beharrte so kam es zu dem angedeuteten prozess der sich als bald zu einer gestaltete sehr begreiflich versicherte dubslav und melusine stimmte zu zahlreiche personen traten in der verhandlung auf und als sachverständige wurden zuletzt auch konkurrentinnen auf diesem spezialgebiet der plastischen kunst vernommen alle fanden die forderung erheblich zu hoch und der sieg schien sich rasch der herzogin zuneigen zu wollen aber in eben diesem augenblick trat die sich arg bedrängt sehende künstlerin an den vorsitzenden des gerichtshofes heran und bat ihn an die erschienenen fachgenossinnen einfach die frage nach der dauer der durch ihre kunst wiederhergestellten jugend und schönheit richten zu wollen eine bitte der der oberrichter auch sofort nachkam was darauf geantwortet wurde lautete hinsichtlich der dauer sehr verschieden als aber trotz der verschiedenheit dieser angaben keine der konkurrentinnen mehr als ein vierteljahr zu garantieren wagte wandte sich die verklagte ruhig an den hohen gerichtshof und sagte nicht ohne würde meine herren richter meine mitkünstlerinnen wie sie soeben vernommen haben helfen auf zeit was ich leiste ist beautifying forever und alles war von diesem worte hingerissen der hohe gerichtshof mit und die herzogin hatte die riesensumme zu zahlen und wäre dergleichen hierlandes möglich fragte melusine ganz unmöglich erwiderte der für alles fremde schwärmende koseleger es kann hier einfach deshalb nicht vorkommen weil uns der dazu nötige höhere kulturzustand und die dementsprechende anschauung fehlt in unserem guten preußen und nun gar erst in unserer mark sieht man in einem diratigen hergange nur das karikierte günstigstenfalls das groteske nicht aber jenes hochmaß gesellschaftlicher verfeinerung aus dem allein sich solche dinge die man im übrigen nummer des raffinemans willen belächeln oder verurteilen mag entwickeln können die meisten waren einverstanden allen voraus dubslav dem dergleichen immer einleuchtete während die domina von horreur sprach und schlittsichtlich unmutig den kopf hin und her bewegte woldemar erneute natürlich seine versuche die der tante so missfällige konversation auf anderes überzulenken bei welcher gelegenheit er nach dem berühren verschiedenster themata zuletzt auch auf den covent gardenmarkt und den englischen gemüsebau zu sprechen kam das passte der dominan ja gemüsebau sagte sie das ist eine wunderbare sache daran hat man eine wirkliche freude kloster wutz ist eigentlich eine gärtengegend unser spargel ist denn auch weit und breit der beste und meine gute spargendorf hat artischocken gezogen so groß wie ne sonnenblume freilich es will sie keiner so recht und alle sagen immer es dauert so lange wenn man so jedes blatt nehmen muss und eigentlich hat man nichts davon auch wenn die sauce noch so dick ist und viel mehr glück hat unsere alte schimonski mit ihren großen erdbeeren ich meine natürlich nicht die schimonski selber sie selber kann gar nichts aber sie hat eine sehr geschickte person und ein berliner händler kauft ihr alles ab bloß daß die schnecken oft die hälfte jeder erdbeere wegfressen man sollte nicht glauben daß solche tiere solch feinen geschmack haben aber wenn es wegen der schnecken auch unsicher ist dubslav du solltest solche zucht doch auch versuchen wenn es einschlägt ist es sehr vorteilhaft die schimonski wenigstens hat mehr davon als von ihren hühnern trotzdem sie gut legen denn mal sind sie billig die eier und dann wieder verderben sie und die schlechten werden einberechnet und abgezogen und die streiterei nimmt kein ende kurz vor elf brach das gespräch ab und man zog sich zurück der alte dubslav ließ es sich nicht nehmen die damen persönlich treppauf bis an ihre zimmer zu führen und sich da unter handkuss von ihnen zu verabschieden es waren dieselben zwei räume die vor grad einem vierteljahr rex und czako bewohnt hatten das größere zimmer jetzt für melusine das kleinere für armgard bestimmt aber als nun beide vor ihren reisetaschen standen und sich oberflächlich daran zu tun machten sagte melusine dies himmelbett ist also für mich wenn es dir gleich ist bezieh du lieber dies ehrenlager und lasse mir das kleine schlafzimmer zusammen sind wir ja doch die tür steht auf ja melusine wenn du's durchaus wünschest dann natürlich aber ich verstehe dich nicht recht man will dich auszeichnen und wenn du das ablehnst so kann es auffallen man muß doch in einem hause wo man noch halb fremd ist alles so tun wie's gewünscht wird melusine ging auf die schwester zu sah sie halb verlegen halb schelmisch an und sagte natürlich hast du recht aber ich bitte dich trotzdem darum und es braucht es ja keiner zu merken direkte kontrolle wird ja wohl ausgeschlossen sein und ich mache keine tiefere kute wie du gut gut lachte armgard aber sage was soll das alles du bist doch sonst so leichtlebig und wenn es dir hier in dem ersten zimmer weil es so nahe der scharfen flurecke liegt wirklich etwas ängstlich zumute sein sollte nun so können wir ja das hilft nichts armgard in solchen alten schlössern gibt es immer tapetentüren und was das hier angeht und sie wies dabei auf das bett alle spukgeschichten sind immer grad in himmelbetten passiert ich hab noch nie gehört daß gespenster an eine birkenmaserbettstelle herangetreten wäre und hast du nicht unten den misseltow gesehen misselbusch ist gewiss auch noch so ein überleibsel aus heidnischer zeit her bei den alten deutschen gewiss und bei den wänden wohl auch für den fall daß die stechlins wirklich wänden sind wenn ich tante adelheid ansehe so glaub ich es beinah und wie sie von hühnern sprach und den eiern alles so wändisch ich glaube ja nicht eigentlich an gespenster wiewohl ich auch nicht ganz dagegen bin aber wie dem auch sein möge wenn ich mir denke tante adelheid erschiene mir hier und brächte mir eine erdbeere die die schnecken schon angeknappert haben so wäre das mein tod armgard lachte ja du lachst aber hast du denn die augen von ihr gesehen und hast du ihre stimme gehört und die stimme wie du doch weißt ist die seele gewiss aber seele oder nicht sie kann dir doch nichts tun mit ihrer stimme und dir auch nicht erscheinen und wenn sie trotzdem kommt nun so ruf du mich am liebsten wär es mir du bliebst gleich bei mir aber melusine nun gut nun gut ich seh wohl ein daß das nicht gut geht aber was anderes ich hab da vorhin eine bibel oder vielleicht auch bloß ein gesangbuch liegen sehen das auf dem brettchen wo die kleine puppe steht beiläufig auch was sonderbares diese puppe bitte nimm die bibel von der etagere fort und lege sie mir hier auf den nachttisch und das licht las brennen und wenn du im bette liegst sprich immer zu bis ich einschlafe am andern morgen traf man sich beim frühstück es war ziemlich spät geworden ohne dass dubslav wie das sonst wohl auf dem lande gewohnheit ist ungeduldig geworden wäre nicht dasselbe ließ ich von tante adelheid sagen ich finde das lange warten lasse nicht gerade passend am wenigstens personen gegenüber denen man respekt bezeigen will oder gehe ich vielleicht zu weit wenn ich hier von respektbezeigung spreche so hatte sich adelheid zu dubslav geäußert als nun aber die barbischen damen wirklich erschienen bezwang sich die domina und stellte all die fragen die man an solchem begrüßungsmorgen zu stellen pflegt in aller unbefangenheit antworteten die schwestern am unbefangensten melusine die bei der gelegenheit dem alten dubslav erzählte daß sie nicht umhin gekonnt hätte sich die bibel an ihr bett zu legen und mit der absicht darin zu lesen beinahe aber es wurde nichts daraus armgarb plauderte soviel freilich auf meinen wunsch ich hörte von der treppe her immer die uhr schlagen und las dabei beständig das wort museum aber das war natürlich schon im traum ich schlief schon ganz fest und heute früh bin ich wieder fisch im wasser dubslav hätte dies gern bestätigt dabei nach einem spezialfisch suchend der so recht zum vergleich für melusine gepasst hätte die blicke seiner schwester aber die zu fragen schienen hast du gehört ließen ihn wieder davon abstehen und nachdem noch einiges über den großen oberflur und seine bilder und schränke gesprochen worden war genau wie vor einem vierteljahr wo rex und czako da zu besuch waren ein programm verabredet das dem damaligen sehr ähnlich sah aussichtsturm see globsow dann auf dem rückwege die kirche vielleicht auch krippenstapel und zuletzt das museum aber manches davon war unsicher und hing vom wetter ab nur den see wollte man unter allen umständen sehen engelke wurde beauftragt mit blades und decken vorauszugehen und ein paar leute zum wegschaufen des schnees mitzunehmen lediglich für den fall daß die damen vielleicht lust bezeigen sollten die sprudel und richterstelle genauer zu studieren und wenn wir auf unserm hof keine leute haben so gehen schulzenamt und bitte rolf krake daß er uns aushilft melusine die dieser befehlserteilung zugehört hatte war überrascht in einem märkischen laufenden namen rolf krake zu begegnen und erfuhr dann auch alsbald den zusammenhang der dinge sie war ganz enchantiert davon und sagte das ist hübsch aller aufgesteifter patriotismus ist mir ein gräuel aber wenn er diese formen annimmt und sich in humor und selbst in ironie kleidet dann ist er das beste was man haben kann ein mann der solchen beinahmen hat der lebt der ist in sich eine geschichte dubslav küßte ihr die hand adelhaider bewandte sich demonstrativ ab sie wollte nicht zeuge dieser ewigen huldigungen sein wenn man ein alter major ist ist man eben ein alter major und nicht ein junger leutnant dubslav ist zwanzig aber zwanzig jahr a d es war gegen zehn als man aufbrach um zunächst auf den aussichtsturm zu steigen und nachdem man von der obersten etage her die waldlandschaft die sich auch in ihrem schneeschmuck wundervoll ausnahm gebührend bewundert und dann den abstieg glücklich bewerkstelligt hatte passierte man den schloßhof mit der glaskugel um über den dorfplatz fort in die nach dem see hinunterführende große straße einzuwiegen auf dem dorfplatz war alles winterlich still nur vor dem kruge standen drei menschen engelke der die schneeschipper vorausgeschickt hatte mit seinen blades über dem arm neben ihm schulze kluckuhn und neben diesem gendarme unke das karabinergewehr über die schulter gehängt da treffen wir ja die ganze hohe oberigkeit sagte dubslav engelke kann ich auch mitrechnen der regiert mich ist also eigentlich die feudalitätsspitze während dieser worte waren die herrschaften an die gruppe herangetreten freut mich daß ich sie treffe kluckuhn ich denke sie begleiten uns frau gräfin darf ich ihnen hier unseren dorfherrscher vorstellen schulze kluckuhn alter vierundsechziger und nun ordnete sich der zug dubslav und unke schlossen ab woldemar armgard und tante adelheid hielten die mitte melusine schritt voran rolf krake neben ihr ich bin froh sagte melusine sie bei dieser partie mit dabei zu sehen der alte herr von stechlin hat mir schon von ihnen erzählt und daß sie vierundsechzig mit dabei gewesen und ich weiß auch ihren namen das heißt den zweiten und ich darf sagen ich freue mich immer wenn ich so was hübsches höre ach rolf krake lachte kluckuhn da frau gräfin wer den schaden hat da für den spott nicht sorgen das heißt von schaden darf ich eigentlich nicht reden den hab ich nicht so recht davon gehabt ich bin nicht einmal angeschossen worden und doch ist so was heilig wenn's erst losgeht ja schulze kluckuhn unser einem ist so was leider immer verschlossen wie die leute hier sagen und doch ist das das eigentliche leben so immer bloß dasitzen und ein bißchen sharpie zupfen das ist gar nichts mit dabei sein das macht glücklich es war aber trotzdem wohl ein eigenes gefühl als sie da so von düppeln nach alsen zurückfuhren und das unheimliche schiff der rolf krake so dicht daneben lag ja das war es frau gräfin ein ganz eigenes gefühl und mitunter erscheint mir der rolf krake noch im traum und ist auch nicht zu verwundern denn rolf krake war wie ein richtiges gespenst und wenn solch ein gespenst einen packt ja da ist man weg und dabei bleib ich frau gräfin sechsundsechzig war nicht viel und siebzig war auch nicht viel aber die großen verluste ja die verluste waren groß das ist richtig aber verluste frau gräfin das ist eigentlich gar nichts natürlich wenn es trifft für den ist es was aber ich meine jetzt das was man dabei so das moralische nennt und darauf kommt es an nicht auf die verluste nicht auf viel oder wenig wenn einer eine böschung raufklettert und nun steht er oben und schleicht sich ran immer mit dem pulversack und dem zünder in der hand und nun legt er an und nun fliegt alles in die luft und er mit und nun ist die festung oder die scheune offen ja frau gräfin das ist was und das hat unser pionier klinke getan der war moralisch ich weiß nicht ob frau gräfin mal von ihm gehört haben aber dafür leb ich und sterb ich immer bloß das kleine da zeigt sich was einer kann wenn ein bataillon ran muß und ich stecke mittendrin ja was will ich da machen da muß ich mit und baff da lieg ich und nun bin ich ein held aber eigentlich bin ich keiner es ist alles bloß muß und solche mußhelden gibt es viele das ist was ich die großen kriege nenne klinke mit seinem pulversack ja der war bloß was kleines aber der war doch groß und ebenso wenn er auch unser fein war dieser rolf krake so ging historisch retrospektiv das gespräch an der täte während dubslav und unke die den zug abschlossen mit ihrem thema mehr in der gegenwart standen ist mir lieb unke sie mal wieder zu treffen seit reinsberg hab ich sie nicht mehr gesehen ich denke mir dorgelow ist nun wohl schon im besten gange so wie bebel ich kriege natürlich jeden tag meine zeitung aber es ist mir immer zuviel und das große format und das dünne papier da guck ich dann immer ganz genau zu hat er denn schon gesprochen ja herr major gesprochen hat er schon aber nicht viel und war auch kein rechter beifall auch nicht mal bei den eigenen leuten er wird die sache wohl noch nicht recht weg haben ich meine das was jetzt das parlamentarische nennen das schadet aber nichts und ist eigentlich egal wichtiger ist wie sie hier in unserm rubinerwinkel unserm reinsberg wutz über ihn denken sind sie denn da mit ihm zufrieden auch nicht herr major sie sagen er sei zweideutig ja unke so heißt es überall das ist nunmal so das ist nicht zu ändern in frankreich heißt es immer gleich verrat und hier sagen wir sie zweideutig da war auch einer von uns den ich nicht nennen will von dem hieß es auch so von dem hieß es auch so ja herr major und büterke der immer gut bescheid weiß der sagte mir schon damals in reinsberg unke glauben sie mir da hat sich der herr major eine schlange an seinem busen groß gezogen kann ich mir denken klingt ganz nach büterke der spricht immer so gebildet aber ist es auch richtig ist schon richtig herr major herr major denken immer das gute von nem menschen und weil sie so viel zu hause sitzen und selber so sind aber wer so rumkommt wie ich alle lügen sie und was sie meinen das sagen sie nicht und was sie sagen das meinen sie nicht ist kein verlass mehr alles zweideutig ja so rund raus unke das war früher aber das geht jetzt nicht mehr man darf keinem so alles auf die nase binden das ist es eben was sie jetzt politisches leben nennen ach herr major das mein ich ja gar nicht das politische j wenn einer sich ins politische zweideutig macht na da muss ich ihn anzeigen das ist dienst darum gräm ich mich aber nicht aber was nicht dienst ist was man noch so bloß nebenbei sieht das kann einen mitunter leid tun so bloß als mensch aber lieber unke was ist denn eigentlich los wenn man sie so hört da sollte man wahrhaftig glauben es ginge zu ende nu ja in der welt draußen da klappt nicht immer alles aber so im schoß der familie das ist ja grad am schlimmsten und sogar in dem jüdischen schoß der doch immer noch der beste war beispiele unke beispiele da haben wir nu hier um bloß ein beispiel zu geben unserm guten alten baruch hirschfeld im gransee frommer alter jude kenn ich kenn ich ganz gut beinah zu gut nu da hat nen sohn mit dem ist er mitunter verschiedener meinung aber dagegen ist doch nicht viel zu sagen das ist in der ganzen welt so der alte hängt noch am alten und der junge nu da ist eben ein jungscher und brammer basiert ein bisschen ich weiß nicht recht zu welcher partei er sich hält er wird aber wohl für torchilo gestimmt haben nun mein gott warum nicht das tun jetzt viele daran muß man sich gewöhnen das ist eben das politische nein herr major herr major wollen verzeihen aber bei diesem isidor ist es nicht das politische komme er jeden dritten tag hin und sehe den alten in seinem laden und höre was er da red und red und der junge red auch und red immer von s prinzip das prinzip ist ihm aber egal er will bloß mogeln und den alten an die wand drücken und das ist das was ich das zweideutige nenne armgard woldemar und tante adelheid hatten die mitte genommen als sie bis in die nähe der seespitze gekommen waren immer unter einem verschneiten buchen und eichengange hin wurden sie durch ein geräusch wie von brechenden kleinen ästen aufmerksam gemacht und ihr auge nach oben richtend gewahrten sie wie zwei eichhörnchen über ihnen spielten und in beständigem sich haschen von baum zu baum sprangen die zwei geknickten und der schnee stäubte hernieder armgard mochte sich von dem schauspiel nicht zu trennen lachte wenn die momentan verschwundenen tierchen mit einem male wieder zum vorschein kamen und gab ihre beobachtung erst auf als die domina nicht direkt unfreundlich aber doch ziemlich ungeduldig und jedenfalls wie gelangweilt zu ihr bemerkte ja cumtesse die springen es sind eben eichhörnchen einige minuten später hatten alle die bank erreicht von der aus man den besten blick auf den zugefrorenen see hatte das eis zeigte sich hoch mit schnee bedeckt aber in seiner mitte war doch schon eine gefegte stelle zu der vom ufer her eine schmale gleichfalls freigeschaufelte straße hinüber führte engelke legte die decken über die bank und die damen die von dem halbstündigen und zuletzt etwas ansteigenden wege müde geworden waren nahmen alle drei platz während sich rolf krake und uncke wie schildhalter zu beiden seiten der bank aufstellten dubslaw dagegen placierte sich in front und machte während er einen landläufigen führerton anschlug den cicerone habt ihr ehre ihnen hier die große sehenswürdigkeit von dorf und schloß stechlin zu präsentieren unsern see meinen see wenn sie mir das wort gestatten wollen alle möglichen berühmten naturforscher waren hier und haben sich höchst schmeichelhaft über den see geäußert immer hieß es es stehe wissenschaftlich fest und es ist jetzt das höchste früher sagte man es steht in den akten ich lasse dabei dahingestellt sein wovor man sich tiefer verbeugen muß ja sagte melusine das ist nun also der große moment orientiert bin ich aber wie das mit allem großen geht ich empfinde doch auch etwas von enttäuschung das ist weil wir winter haben gnädigste gräfin wenn sie die offene seefläche vor sich hätten und in der vorstellung stünden jetzt bildet sich der trichter und jetzt steigt es herauf so würden sie vermutmaßlich nichts von enttäuschung empfinden aber jetzt das eis macht still und duckt das revolutionäre da kann selbst unser uncke nichts notieren nicht wahr uncke uncke schmunzelte im übrigen seh ich zu meiner freude und das verdanken wir wieder unserm guten klughuhn der an alles denkt und alles vorsieht daß die schneeschipper auch ein paar ihrer pickaxe mitgebracht haben ich taxiere das eis auf nicht dicker als zwei fuß und wenn sich die leute dran machen so haben wir in zehn minuten eine große lune und der hahn wenn er nur sonst lust hat kommt aus seiner tiefe herauf befehlen frau gräfin um gottes willen nein ich bin sehr für solche geschichten und bin glücklich daß die familie stechlin diesen see hat aber ich bin zugleich auch abergläubisch und mag kein eingreifen ins elementare die natur hat jetzt den see überdeckt da werd ich mich also hüten irgend etwas ändern zu wollen ich würde glauben eine hand führe heraus und packte mich adelheid war bei dessen worten immer gerader und länger geworden und rückte mit ostentation von melusine weg mehr der banklehne zu wo halb wie das gute gewissen halb wie die göttliche weltordnung unke stand und durch seine bloße gegenwart den gemütszustand der domina wieder beschwichtigte nur von zeit zu zeit sah sie fragend forschend und vorwurfsvoll auf ihren bruder dieser wußte genau was in seiner schwester vorging es erheiterte ihn ungemein aber es beunruhigte ihn doch auch wenn diese gefühle wuchsen wohin sollte das führen die möglichkeit einer schrecklichen szene die sein haus mit einer nicht zu tilgenden blam behärftet hätte trat dabei vor seine seele der himmel aber hatte ein einsehen schon seit einer viertelstunde lag ein grauer ton über der landschaft und plötzlich fielen flocken erst vereinzelte dann dicht und reichlich den weg bis klopp so fortzusetzen daran war unter diesen umständen gar nicht mehr zu denken und so brach man denn auf um ins schloß zurückzukehren auch auf einen besuch in der kirche weil es da zu kalt sei wurde verzichtet neunundzwanzigstes kapitel der heimweg war gemeinschaftlich angetreten worden aber doch nur bis in die dorfstraße hier teilte man sich in reihgruppen eine jede mit verschiedenem ziel dubslav dante adelheid und armgard gingen auf das herrenhaus uncke und rolf krake auf das schulzenamt woldemar und melusine dagegen auf die pfarre zu woldemar freilich nur bis an den vorgarten wo er sich von melusine verabschiedete lorenzen solange er woldemar und melusine sich seiner pfarre nähern sah hatte verlegen im fenster gestanden kam aber als das paar sich draußen trennte so ziemlich wieder zu sich er war nun schon so lang jeder damenunterhaltung entwöhnt daß ihm ein besuch mit ihr der gräfin zunächst nur verlegenheit schaffen konnte wenn's denn aber durchaus sein mußte so war ihm ein tät a tät mit ihr immer noch lieber als eine plauderei zu dritt er ging er denn auch bis in den flur entgegen war ihr hier beim ablegen behilflich und sprach ihr weil er jede scheu rasch von sich abfallen fühlte ganz aufrichtig seine freude aus sie in seiner pfarre begrüßen zu dürfen und nun bitte ich sie frau gräfin sich's unter meinen büchern hier nach möglichkeit bequem machen zu wollen ich bin zwar auch inhaber einer putzstube mit einem dezenten teppich und einem kalten ofen aber ich könnte das gesundheitlich nicht verantworten hier haben wir wenigstens eine gute temperatur die immer die hauptsache bleibt ach eine gute temperatur gesellschaftlich ist sie beinahe alles und dabei leider doch so selten ich kenne häuser wo wenn sie den widersinn verzeihen wollen der kalte ofen gar nicht ausgeht aber lassen sie mir gütigsten sofaplatz hier ich fühle mich dazu noch nicht alte dame genug und möchte auch gern en vue der beiden bilder bleiben trotzdem ich das eine schon so gut wie kenne die kreuzabnahme nein das andere die lind also ja so haben sie das schöne bild in der nationalgalerie gesehen auch das aber doch freilich erst seit ganz kurzem während ich von ihrer aquarellkopie seit ein paar monaten weiß das war auf einer dampfschifffahrt die wir nach dem sogenannten eierhäuschen machten und der ausplauderer über das bild da vor mir war niemand anders als ihr zögling woldemar auf den sie stolz sein können er freilich würde den satz umkehren oder sage ich lieberer tat es denn er sprach mit solcher liebe von ihnen dass ich sie von jenem tage auch an auch herzlich liebe was sie sich schon gefallen lassen müssen ein glück nur daß er sich draußen verabschiedet hat und nicht hören kann was ich hier sage lorenzen lächelte sonst hätten sich diese bekenntnisse verboten aber da sie nun mal gemacht sind und man nie weiß wann und wie man wieder zusammenkommt so lassen sie mich darin fortfahren woldemar erzählte mir pardon für meine indiskretion von ihrer schwärmerei für die lind und erhochten wir denn auf und beneideten sie fast nichts beneidenswerter als eine seele die schwärmen kann schwärmen ist fliegen eine himmlische bewegung nach oben lorenzen stutzte das war doch mehr als eine bloß liebenswürdige dame aus der gesellschaft und um es kurz zu machen fuhr melusine fort woldemar sprach bei dieser gelegenheit wie von ihrer ersten liebe und dabei wies sie lächelnd auf das bildchen der lind so auch von ihrer letzten nein nein nicht von ihrer letzten sie werden immer eine neue finden sprach also von ihrer begeisterung für den herrlichen mann da weit unten am tacho von ihrer begeisterung für den und als er ausgesprochen hatte da haben wir uns alle die wir zugegen waren um den unsanto gescharrt und einen geheimen bund geschlossen erst um den unsanto und zum zweiten um sie selbst und nun frag ich sie wollen sie mittun in diesem unserm bunde der ohne sie gar nicht existierte mir ist manches verquer gegangen aber ich bin denke ich dem tage nahe der mich ahnen lässt dass unsere prüfungen auch unsere segnungen sind und dass mir alles leid nur kam um den stab der trägt und stützt fester zu umklammern ich darf leider nicht hinzusetzen dass dieser stab möglich dass er sich einst dazu auswächst das kreuz sei meiner ganzen natur nach bin ich ungläubig aber ich hoffe sagen zu dürfen ich bin wenigstens demütig wenigstens demütig wiederholte lorenzen langsam zugleich halb verlegen vor sich hin blickend und melusine die zweifel die sich in der wiederholung dieser worte ziemlich deutlich aussprachen mit scharfem ohre heraushörend fuhr in plötzlich verändertem und beinah heiterem tone fort wie grausam sie sind aber sie haben recht demütig und daß ich mich dessen auch noch berühme wer ist demütig wir sind alle im letzten doch eigentlich das gegenteil davon aber das darf ich sagen ich hab den willen dazu und schon der gilt frau gräfin nur freilich ist demut nicht genug sie schafft nicht sie fördert nicht nach außen sie belebt kaum und ist doch mindestens der anfang zum besseren weil sie mit dem egoismus aufräumt wer die staffel hinauf will muss eben von unten an dienen und so viel bleibt es birgt sich in ihr die lösung jeder frage die jetzt die welt bewegt demütig sein heißt christlich sein christlich in meinem vielleicht darf ich sagen in unserem sinne demut erschrickt vor dem zweierlei maß wer demütig ist der ist duldsam weil er weiß wie sehr er selbst der duldsamkeit bedarf wer demütig ist der sieht die scheidewende falten und erblickt den menschen im menschen ich kann ihnen zustimmen lächelte lorenzen aber wenn ich frau gräfin in ihren minen richtig lese so sind diese bekenntnisse doch nur einleitung zu was anderem sie halten noch das eigentliche zurück und verbinden mit ihrer aussprache so sonderbar es klingen mag etwas spezielles und beinah praktisches und ich freue mich daß sie das herausgefühlt haben es ist so wir kommen da eben von ihrem stechlin her von ihrem see dem besten was sie hier haben ich habe mich dagegen gewehrt als das eis aufgeschlagen werden sollte denn alles eingreifen oder auch nur einblicken in das was sich verbirgt erschreckt mich ich respektiere das gegebene daneben aber freilich auch das werdende denn eben dieses werdende wird über kurz oder lang abermals ein gegebenes sein alles alte soweit es anspruch darauf hat sollten wir lieben aber für das neue sollten wir recht eigentlich leben und vor allem sollen wir wie der stechlin uns lehrt den großen zusammenhang der dinge nie vergessen sich abschließen heißt sich einmauern und sich einmauern ist tot es kommt darauf an dass wir gerade das beständig gegenwärtig haben mein vertrauen zu meinem schwager ist unbegrenzt er hat einen edlen charakter aber ich weiß nicht ob er auch einen festen charakter hat er ist feinen sinnes und wer fein ist ist oft bestimmbar er ist auch nicht geistig bedeutend genug um sich gegen abweichende meinungen gegen irrtümer und standesvorteile wehren zu können er bedarf der stütze diese stütze sind sie meinem schwager woldemar von jugend auf gewesen und um was ich jetzt bitte das heißt seien sie es färmer dass ich ihnen sagen könnte wie freudig ich in ihren dienst trete gnädigste gräfin und ich kann es um so leichter als ihre ideale wie sie wissen auch die meinigen sind ich lebe darin und empfinde es als eine gnade da wo das alte versagt ganz in einem neuen aufzugehen um ein solches neues handelt es sich ob ein solches neues sein soll weil es sein muß oder ob es nicht sein soll um diese frage dreht sich alles es gibt hier um uns her eine große anzahl vorzüglicher leute die ganz ernsthaft glauben das uns überlieferte das kirchliche voran leider nicht das christliche müsse verteidigt werden wie der salomonische tempel in unserer obersphäre herrscht außerdem eine naive neigung alles preußische für eine höhere kulturform zu halten genau wie sie sagen aber ich möchte doch um der gerechtigkeit willen die frage stellen dürfen ob dieser naive glaube nicht eine gewisse berechtigung hat er hatte sie mal aber das liegt zurück und kann nicht anders sein der hauptgegensatz eines modernen gegen das alte besteht darin daß die menschen nicht mehr durch ihre geburt auf den von ihnen einzunehmenden platz gestellt werden sie haben jetzt die freiheit ihre fähigkeiten nach allen seiten hin und auf jedem gebiete zu bestätigen früher war man dreihundert jahre lang ein schloßherr oder ein leinenweber jetzt kann jeder leinenweber eines tages ein schloßherr sein und beinahe auch umgekehrt lachte melusine doch lassen wir das heikle thema viel viel lieber höre ich ein wort von ihnen über den wert unserer lebens und gesellschaftsformen über unsere gesamtanschauungsweise deren besondere zulässigkeit sie wie mir scheint so nachdrücklich anzweifeln nicht absolut wenn ich zweifle so gelten diese zweifel nicht so sehr den dingen selbst als dem hochmaß des glaubens daran dass man all diese mittelmaß dinge für etwas besonderes und überlegenes und deshalb wenn's sein kann für etwas zu ewig zu konservierendes ansieht das ist das schlimme was mal galt soll weiter gelten was mal gut war soll weiter ein gutes oder wohl gar ein bestes sein das ist aber unmöglich auch wenn alles was keineswegs der fall ist einer gewissen herrlichkeitsvorstellung entspräche wir haben wenn wir zurückblicken drei große epochen gehabt dessen sollen wir eingedenk sein die vielleicht größte zugleich die erste war die unter dem soldatenkönig das war ein nicht genug zu preisender mann seinerzeit wunderbar angepaßt und ihr zugleich voraus er hat nicht bloß das königtum stabilisiert er hat auch was viel wichtiger die fundamente für eine neue zeit geschaffen und an die stelle von zerfahrenheit selbstischer vielherrschaft und willkür ordnung und gerechtigkeit gesetzt gerechtigkeit das war sein bester rocher de bronze und dann und dann kam epoche zwei die ließ nach jener ersten nicht mehr lange auf sich warten und das seiner natur und seiner geschichte nach gleich ungeniale land sah sich mit einem mal von genie durchblitzt muss das ein staunen gewesen sein ja aber doch mehr draußen in der welt als daheim an staunen ist auch eine kunst es gehört etwas dazu großes als großes zu begreifen und dann kam die dritte zeit nicht groß und doch auch wieder ganz groß da war das arme elende halb dem untergange verfallene land nicht von genie wohl aber von begeisterung durchleuchtet von dem glauben an die höhere macht des geistigen des wissens und der freiheit gut lorenzen aber weiter und all das was ist da so hergezählt umfasste zeitlich ein jahrhundert da waren wir den andern voraus mitunter geistig und moralisch gewiß aber der non soli cedo adler mit seinem blitzbündel in den fängen er blitzt nicht mehr und die begeisterung ist tot eine rückläufige bewegung ist da längst abgestorbenes ich muß es wiederholen soll neu erblühen es tut es nicht in gewissem sinne freilich kehrt alles einmal wieder aber bei dieser wiederkehr werden jahrtausende übersprungen wir können die römischen kaiserzeiten gutes und schlechtes wiederhaben aber nicht das spanische rohr aus dem tabackskollegium und nicht einmal den krückstock von sanssouci damit ist es vorbei und gut dass es so ist was einmal fortschritt war ist längst rückschritt geworden aus der modernen geschichte der eigentlichen der lesenswerten verschwinden die parteien und die bataillone trotzdem sie sich beständig vermehren und wenn sie nicht selbst verschwinden so schwindet doch das interesse daran und mit dem interesse das prestig an ihre stelle treten erfinder und entdecker und james watt und siemens bedeuten uns mehr als du guesclin und bayard das heldische hat nicht direkt abgewirtschaftet und wird noch lange nicht abgewirtschaftet haben aber sein kurs hat nun mal seine besondere höhe verloren und anstatt sich in diese tatsache zu finden versucht es unser regime dem niedersteigenden eine künstliche ost zu geben es ist wie sie sagen aber gegen wen richtet sich's sie sprachen von regime wer ist dies regime mensch oder ding ist es die von alter zeit her übernommene maschine deren räderwerk tot weiter klappert oder ist es der der an der maschine steht oder endlich ist es eine bestimmte abgegrenzte vielheit die die hand des mannes auf der maschine bestimmen zu richten trachtet in allem was sie sagen klingt eine sich auflehnende stimme sind sie gegen den adel stehen sie gegen die alten familien zunächst nein ich liebe habe auch ursache dazu die alten familien und möchte beinah glauben jeder liebt sie die alten familien sind immer noch populär auch heute noch aber sie vertun und verschütteln diese sympathien die doch jeder braucht jeder mensch und jeder stand unsere alten familien kranken durchgängig an der vorstellung daß es ohne sie nicht gehe was aber weit gefehlt ist denn es geht sicher auch ohne sie sie sind nicht mehr die säule die das ganze trägt sie sind das alte stein und moosdach das wohl noch lastet und drückt aber gegen unwetter nicht mehr schützen kann wohl möglich das aristokratische tage mal wieder kehren vorläufig wohin wir sehen stehen wir im zeichen einer demokratischen weltanschauung eine neue zeit bricht an ich glaube eine bessere und eine glücklichere aber wenn auch nicht eine glücklichere so doch mindestens eine zeit mit mehr sauerstoff in der luft eine zeit in der wir besser atmen können und je freier man atmet desto mehr lebt man was aber woldemar angeht meiner sind sie sicher frau gräfin bleibt freilich als hauptfaktor noch die komtesse für die müssen sie die wirtschaft übernehmen die frauen bestimmen schließlich doch alles so heißt es immer und wir sind eitel genug es zu glauben aber das führt uns auf ganz neue gebiete vorläufig ihre hand zur besiegelung und nun erlauben sie mir nach diesem unseren revolutionären diskurse zu den hütten friedlicher menschen zurückzukehren ich habe mich bei dem alten herr nur auf eine halbe stunde beurlaubt und rechne darauf dass sie mich wenn ich bis ins museum selbst das dem programm nach besucht werden sollte so doch wenigstens bis auf die schlossrampe begleiten ende des neunundzwanzigsten kapitels theodor fontane der stechlin diese librivox aufnahme ist in der public domain dreißigstes kapitel lorenzen tat wie gewünscht und auf dem wege zum schloss plauderten beide weiter wenn auch über sehr andere dinge was ist es eigentlich mit diesem museum fragte melusine kann ich mir doch kaum was rechtes darunter vorstellen eine alte papptafel mit inschrift hängt da schräg über der saaltür alles dicht neben meinem schlafzimmer und ich habe mich davor etwas geängstigt sehr mit unrecht gnädigste gräfin die primitive papptafel die freilich verwunderlich genug aussieht sollte wohl nur andeuten daß es sich bei der ganzen sache mehr um einen scherz als um etwas ernsthaftes handelt etwa wie bei sammlung von meerschaumpfeifen und tabaksdosen und sie werden auch vorwiegend solchen seltsamkeiten begegnen andererseits ist es aber auch wieder ein richtiges historisches museum trotzdem es nur halb das geworden ist worauf herr von stechlin anfänglich aus war und das war das war mehr etwas groteskes es mögen wohl schon zwanzig jahre sein da las er eines tages in der zeitung von einem engländer der historische türen sammle und neuerdings sogar für eine enorme summe ich glaube es waren tausend pfund die gefängnistür erstanden habe durch die ludwig der sechzehnte und dann später danton und robsbär zur biotinierung abgeführt worden seien und diese notiz machte solchen eindruck auf unseren liebenswürdigen stechliner schloßherrn daß er auch solche historische türen sammlung anzulegen beschloss er ist aber nicht weit damit gekommen und hat sich mit dem küstriner schloßfenster begnügen müssen an dem kronprinz friedrich stand als katte zur enthauptung vorübergeführt wurde doch auch das ist unsicher ja die meisten wollen davon nichts wissen nur krippenstapel hält noch daran fest krippenstapel ja der name frappiert sie das ist nämlich unser lehrer hier liebling des alten herrn und sein berater in derlei dingen der hat ihm denn auch das gegenwärtige museum das man als abschlagszahlung auf die historischen türen ansehen kann zusammengestellt außer dem angezweifelten fenster werden frau gräfin noch ein paar fantastische regentraufen finden und vor allem viele wetterhähne die von alten märkischen kirchtürmen herabgenommen wurden einige sollen ganz interessant sein ich habe keinen sinn dafür aber krippenstapel hat einen katalog angefertigt unter diesen worten waren beide bis an die rampe gekommen auf der engelke schon stand und auf die gräfin wartete lorenzen empfahl sich aber auch melusine wollte nicht gleich ins museum hinauf zog es vielmehr vor erst unten in das große gesellschaftszimmer einzutreten und sich da zu wärmen engelke machte sich auch sofort am kamin zu schaffen was der gräfin gut paßte weil sie noch manches fragen wollte das ist recht engelke daß sie kohlen aufschütten und auf kienäpfel ich freu mich immer wenn es so lustig brennt und oben im museum wird es wohl noch kalt sein ja kalt ist es frau gräfin aber mit der kälte na das ging am ende noch und der viele staub der oben liebt das ginge vielleicht auch noch staub wärmt und die dachtraufen und wetterhähne tun auch keinem menschen was aber was ist denn sonst noch ach ich meine bloß die verdammten dinger die spinnen um gottes willen spinnen erschrak melusine ja spinnen frau gräfin aber so ganz schlimme sind nicht dabei solche mit dem kreuz oben hab ich bei uns noch nicht gesehen bloß solche die schneider heißen ach das sind die 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 langen beine haben ja lange beine haben sie aber sie tun einem nichts und eigentlich sind es sehr ängstliche tiere und verkriechen sich wenn sie hören daß aufgeschlossen wird und bloß wenn krippenstapel kommt dann kommen sie alle raus und gucken sich um krippenstapeln den kennen sie ganz gut und ich hab auch mal gesehen daß er ihnen fliegen mitbringt und machen sich dann gleich darüber her aber das ist ja grausam ist er denn ein guter mensch o sehr gut frau gräfin und als ich ihm mal so was sagte sagte er ja engelke das ist nun mal so einer frisst den andern auf das gespräch setzte sich noch eine weile fort dann sagte melusine nun engelke ist es aber wohl die höchste zeit für das museum sonst komm ich zu spät und seh und höre gar nichts mehr und ich bin nun auch wieder warm geworden dabei erhob sie sich und stieg die doppeltreppe hinauf und klopfte sie wollte nicht gleich eintreten auf ihr klopfen wurde sehr bald von innen her geöffnet und krippenstapel mit der hornbrille stand vor ihr er verbeugte sich und trat zurück um den platz freizugeben aber melusine deren angst vor ihm wiederkehrte zauderte was seine momentane verlegenheit schuf inzwischen war aber auch dubslav herangekommen ich fürchtete schon daß lorenzen sie nicht herausgeben würde seine gelegenheiten hier in stechlin ein gespräch zu führen sind nicht groß und nun gar ein gespräch mit gräfin melusine nun er hat es gnädig gemacht jetzt aber gräfin halten sie gefälligst umschau vielleicht daß lorenzen schon geplaudert hat oder gar engelke so ganz im dunkeln bin ich nicht mehr ein küstriner schloßfenster ein paar kirchendachreliquien und dazu wetterhähne lauter gegenstände denn ich bin auch ein bisschen fürs aparte zu deren auswahl ich ihnen gratuliere wofür ich der frau gräfin dankbar bin ohne sonderlich überrascht zu sein ich wußte damen wie gräfin geberte haben sinn für derlei dinge darf ich ihnen übrigens zunächst hier diesen lebuser bischof zeigen und hier weiter einen heiligen oder vielleicht anachoriten beide bischof und anachoriten sind sehr unähnlich untereinander schon in bezug auf den leibesumfang der richtige gegensatz von refektorium und wüste wenn ich den heiligen hier so sehe taxiere ich ihn höchstens auf eine dattel täglich und nun denke ich wir fahren in unserer besichtigung fort krippenstapel war nämlich eben dabei der kontesse armgard unsern derflingerschen dragoner mit der kleinen standarde und der jahreszahl sechzehn fünfundsiebzig zu zeigen bitte gräfin melusine bemerken sie hier die zahl dicht unter dem brandenburgischen adler es wirkt wie wenn er die nachricht vom siege bei färbelin überbringen wolle daß es ein dragoner ist ist klar der filzhut mit der breiten krempe hebt jeden zweifel und ich habe es für mein gutes recht gehalten ihn auch speziell als derflingerschen dragoner festzusetzen aber mein freund krippenstapel will davon nichts wissen und wir liegen darüber seit jahr und tag in einer ernsten fehde glücklicherweise unsere einzige nicht wahr krippenstapel dieser lächelte und verbeugte sich die beiden damen fuhr dubsla fort mögen aber nicht etwa glauben daß ich mich für berechtigt halte die freie wissenschaft hier in meinem museum in banden zu schlagen grad umgekehrt ich kann also nur wiederholen krippenstapel sie haben das wort und nun bitte setzen sie den damen ihrerseits auseinander warum es nach ganz bestimmten begleiterscheinungen ein derflinger schon nicht sein kann bilderbücher aus der zeit hat man nicht und die großen gobelins lassen einen müschlich und beweisen gar nichts unter diesen worten hatte krippenstapel die den gegenstand des streits bildende wetterfahne wieder in die hand genommen und als er sah daß die gräfin die wie das in ihrer natur lag den vor zehn minuten noch so gefürchteten fliegentöter längst in ihr herz geschlossen hatte ihm freulich zunickte ließ er auf geltendmachung seines standpunktes auch nicht mehr lange warten und sagte ja frau gräfin der streit schwebt nun schon so lange wie wir den dragoner überhaupt haben und herr von stechlin wäre wohl schon längst in das gegnerische lager in dem ich und oberlehrer tucheband stehen übergegangen wenn er nicht an meiner wissenschaftlichen ereiferung seine beständige freude hätte tucheband einer unserer besten und ein mann der nicht leicht vorbeischießt hat auch in dieser frage gleich das richtige getroffen er hat nämlich den ort in erwägung gezogen von wo diese wetterfahne stammt sie stammt aus dem wenigstens damals noch der alten familie von mörner zugehörigen dorfe zellin in der neumarkt das regiment aber das sich bei färbelin vor allen andern auszeichnete war das dragoner regiment mörner es ist also kein derflingerscher sondern ein mörnerscher dragoner der in fliegender eile die nachricht von dem erfochtenen siege nach zellin bringt bravo sagte melusine wenn ich je eine richtige schlußfolgerung gehört habe die meisten sind blender so haben wir sie hier herr von stechlin ich kann ihnen nicht helfen sie sind besiegt dubslav war einverstanden und küßte melusine die hand ohne sich um die mißbilligenden blicke seiner schwester zu kümmern die jetzt ihrerseits auf endliche vorführung der beiden mühlen drang ihrer zwei lieblingsstücke diese beiden mühlen so versicherte sie seien das einzige was hier überhaupt einen anspruch auf museum erheben dürfe beinahe war es wirklich so wie selbst krippenstapel zugab trotzdem sich bis wenigstens vor ganz kurzem nichts von historischer kontroverse die doch schließlich immer die hauptsache bleibt daran geknüpft hatte neuerdings freilich hatte sich das geändert zwei berliner herren vom gewerbemuseum waren über die mühlen in streit geraten speziell über ihren ursprungsort zwar hatte man sich vorläufig dahin geeinigt daß die wassermühle holländisch die windmühle dagegen eine richtige alte bockmühle eine nürnberger arbeit sei krippenstapel aber hatte bei diesem friedensschluß nur gelächelt er war viel zu sehr ernster wissenschaftsmensch als daß er nicht hätte herausfühlen sollen wie diese sogenannte beilegung nichts als eine verkleisterung war der ausbruch neuer streitigkeiten stand nahe bevor die waren aber zunächst wenigstens ausgeschlossen da beide schwestern armgard wie melusine wie kinder vor einem lieblingsspielzeug in einem ganz ausbündigen vergnügen aufgingen die windmühle klapperte daß es eine lust war und das rad der wassermühle wenn es grad in der sonne blitzte gab einen solchen silberschein daß es aussah als fiele das blinkende wasser wirklich über die schaufelbretter all das wurde gesehen und bewundert und was nicht gesehen wurde nahm man auf treu und glauben mit in kauf von den spinnen kam keine zum vorschein nur hie und da hingen lange graue gewebe was jedoch nur feierlich aussah und als mittag heran war verließ man das museum um sich erst eine stunde zu ruhen und dann bei tische wieder zu sehen die gräfin aber ehe sie den großen wüsten raum verließ trat noch einmal an krippenstapel heran um ihn unter gewinnendstem lächeln zu bitten ihr sobald ein ernsterer streit über die beiden mühlen entbrennen sollte die betreffenden schriftstücke nicht vorzuenthalten auf drei war das mittagsmahl angesetzt schon eine viertelstunde vorher erschien lorenzen und traf den alten dubslaff in einer gewissen stattlichen herrichtung an oder wie er sich selbst so engelke geäußert hatte ganz feudal ach das ist gut lorenzen daß sie schon kommen ich hab noch allerhand auf dem herzen es muß doch was geschehen eine richtige begrüßung denn das gestern abend war zu wenig oder aber ein solennes abschiedswort kurzum irgendwas das in das gebiet der toaste gehört und da müssen sie helfen sie sind ein mann von fach und wer jeden sonntag predigen kann kann doch schließlich auch ne tischrede halten ja das sagen sie so herr von stechlin mitunter ist eine tischrede leicht und eine predigt schwer aber es kann auch umgekehrt sein außerdem wenn sie sich nur erst mit dem gedanken vertraut gemacht haben dass es so sein muss dann geht es auch sie werden sehen das herz wie immer macht den redner und dazu diese damen beide von so seltener liebenswürdigkeit was die gräfin angeht ja lachte der alte was die gräfin angeht sie machen sich's bequem pastor die gräfin wenn sich's um die handelte da könnt ich's vielleicht auch aber die comtesse die hat so was ernstes und dann ist sie zum übrigen auch noch meine schwiegertochter oder soll es wenigstens werden und da muß ich doch sprechen wie ne respektsperson und das ist schwer vielleicht weil sich in meiner vorstellung die gräfin immer vor die comtesse schiebt dubslav sprach noch so weiter aber es half ihm nichts lorenzen war in seinem widerstande nicht zu besiegen und so kamen denn die tisch und endlich auch die gefürchtete redezeit heran der alte hatte sich schließlich drin gefunden meine lieben gäste hob er an geliebte braut hochverehrte brautschwester ein anderes wort um meine beziehungen zu gräfin melusine zu bezeichnen hat vorläufig die deutsche sprache nicht was ich bedauere denn das wort sagt mir lange nicht genug wenige stunden erst ist es daß ich sie meine damen an dieser stelle begrüßen durfte noch kein voller tag und schon ist der abschied da währenddem habe ich kein du beantragt aber es liegt doch in der luft mehr noch auf meiner lippe teuerste armgard dies alte haus also soll ihre dereinstige heimstätte werden sie werden sie zu neuem leben erheben unter meinem regime war es nicht viel damit auch heute nicht ich habe nur das gute gewissen ihnen während dieser kurzen spanne zeit alles gezeigt zu haben was gezeigt werden konnte mein museum und meinen see die sprudelstelle die winterhand lag darauf hat geschwiegen aber mein derflingerscher dragoner in krippenstapelsabwesenheit darf ich ihn ja wieder so nennen hat dafür um so deutlicher zu ihnen gesprochen er hat die zahl 1675 in seiner standarte und trägt die siegesnachricht von fervelin ins märkische land erlebe ich es noch und gebe krippenstapels eine zustimmung so stelle ich kurz oder lang auch meinerseits einen dragoner auf meinen dachreiter einen turm habe ich nicht und zwar einen dragoner vom regiment königin von großbritannien und irland und auch er trägt eine siegesbotschaft ins land nicht die von königgrätz und nicht die von marslatour aber die von einem gleichgewichtigen seege das haus barbie lebe hoch und meine liebe schwiegertochter armgarten alle waren bewegt am meisten lorenzen als er an den alten herantrat flüsterte er ihm zu sehen sie ich wußte es armgarten küsste dem alten die hand melusine strahlte ja die alte garde sagte sie nur schwester adelheid konnte sich in dieser allgemeinen freunde nicht gut zurechtfinden alle feierungen mußten eben das maß halten das sie vorschrieb sie hatte den landesüblichen zug nur nicht zuviel von irgendwas am wenigsten aber von huldigungen oder gar von hingebung als man wieder saß sagte melusine krippenstapel wird übrigens verstimmt sein wenn er von ihrem trinkspruch hört es war doch eigentlich eine erneute feierliche proklamierung des derflingerschen und was bei solcher gelegenheit gesagt wird das gilt interessiert sich übrigens irgendwer für dies ihr museum dann und wann ein mann vom fach sonst niemand was sie verdrießt nein gnädigste gräfin nicht im geringsten ich nehme nicht vieles ernsthaft und am wenigsten ernsthaft nehme ich mein museum es ist freilich von mir ausgegangen und interessierte mich auch eine weile hinterher aber hat sich alles ohne mich gemacht das ist so die regel ist überhaupt erst ein anfang da so laufen die dinge von selber weiter und die läuste lassen einen nicht wieder los halten einen fest man mag wollen oder nicht ich hätte vielleicht schon alles längst aufgegeben man will's aber nicht einigen gereicht es zur befriedigung mich für einen querkopf halten zu können und andere sprechen wenigstens von originalitätshascherei man muß eben allerhand über sich ja gehen lassen einunddreißigstes kapitel um fünf brachen woldemar und die barbischen damen auf um den zug der um sieben uhr granse passierte nicht zu versäumen es dunkelte schon aber der schnee sorgte für einen lichtschimmer so ging es über die polenbrücke fort in die kastanienallee mit ihrem kahlen und übereisten gezweige hinein lorenzen war noch im schlosse zurückgeblieben und setzte sich um wieder warm zu werden auf der rampe war's kalt und zugig gewesen in die nähe des kabines dem alten dubslav gegenüber dieser hatte seinen meerschaum angezündet und sah behaglich in die flamme blieb aber ganz gegen seine gewohnheit schweigsam die von den liebenswürdigen damen über die sich auszulassene sin in seiner seele drängte ganz augenscheinlich nichts hören wollte diese dritte person war natürlich tante adelheid die wollte nicht sprechen andererseits musste durchaus der versuch einer konversation gemacht werden und so griff den dubslav zu den gundermanns hinüber um in ein paar worten sein bedauern darüber auszudrücken daß er die sieben mühlner nicht habe mit heranziehen können engelke sei so sehr dagegen gewesen all dies bedauern wie's der ganzen sachlage nach nicht anders sein konnte kam flau genug heraus aber die domina war so hochgradig verstimmt daß ihr selbst so nüchterne das verbindliche nur ganz leise nur ganz ohnehin streifende worte schon zuwider waren ach laß doch diese geborene helfrich sagte sie diese tochter von dem alten hauptmann der die schlacht bei leipzig gewonnen haben soll so wenigstens erzählt sie beständig eine schreckliche frau die gar nicht in unsere gesellschaft paßt und dabei so laut ich kann es nicht leiden wenn wir so mit gewalt nach oben blicken sollen aber diese helfrich das muß ich sagen ist denn doch nicht mein geschmack ich halte das unter sich bleiben für das einzig richtige bescheidene verhältnisse aber bestimmt gezogene grenzen lorenzen hütete sich zu widersprechen versuchte vielmehr umgekehrt durch ein halbes eingehen auf adelheid und ihren ton eine bessere laune wiederherzustellen als er aber sah daß er damit scheiterte brach er auf und nun waren die beiden alten geschwister allein dubslav ging im zimmer unruhig auf und ab und trat nur dann an wann an dem tisch auf dem noch vom kaffee her die likörflaschen standen er wollte was sagen traute sich's aber nicht recht und erst als er zu zwei curassaos auch noch einen benediktiner hinzugefügt hatte wandte er sich an die schwester die schweigsam wie er selbst ihre kleine goldene kette hin und her zog ja sagte er jetzt sind sie nun wohl schon in woltersdorf ich vermute darüber raus woldemar wird die pferde natürlich ausholen lassen es sind glaub ich damen die nicht gerne langsam fahren du sagst das so adelheid als ob du stadeln wolltest überhaupt als ob dir die damen nicht sonderlich gefallen hätten das sollte mir leid tun ich bin sehr glücklich über die partie gewiß sowohl die gräfin wie die komtesse sind verwöhnt das merkt man aber ich möchte sagen je verwöhnter sie sind desto besser gefallen sie dir das sieht ihr ähnlich ich liebe mir unsere leute beide sind doch beinah wie fremde nun das ist nicht schlimm doch mir widersteht das fremde laß dir erzählen da war ich vorigen sommer mit der schmargendorf in berlin und ging zu josti weil die schmargendorf die so was liebt gern eine tasse schokolade trinken wollte du hoffentlich auch allerdings ich auch aber ich kam nicht recht dazu nippte bloß weil ich mich über die maßen ärgern mußte denn an dem tisch neben mir saß ein herr und eine dame wenn es überhaupt eine dame war aber engländer waren es er steckte ganz in flanell und hatte die beinkleider umgekrempelt und die dame trug einen rock und eine bluse und einen matrosenhut der herr hatte ein windspiel das immer zitterte trotzdem fünfundzwanzig grad wärme waren ja warum nicht und zwischen ihnen stand ein tablett mit wasser und cognac und die dame hielt außerdem noch eine zigarette zwischen den fingern und sah in die ringelwölkchen hinein die sie blies schau man das muß ja reizend ausgesehen haben und ich verwette mich diese melusine raucht auch ja warum soll sie nicht du schlachtest gänse warum soll melusine nicht rauchen weil rauchen männlich ist und schlachten weiblich ach adelheid wir können uns über sowas nicht einigen ich kenne schon für leidlich altmodisch aber du du bist ja geradezu betrefakt ich verstehe das wort nicht und wünsche nur daß es etwas ist dessen du dich nicht zu schämen hast es klingt sonderbar genug aber ich weiß du liebst dergleichen und liebst gewiß auch und hast so deine vorstellungen dabei den namen melusine kann ich beinah sagen ich dachte es mir ja schwester du hast gut reden so sicher wie du wohnt eben nicht jeder adelheid das ist dein name der passt immer und im kirchenbuche wie mir lorenzen erst neulich gesagt hat steht sogar adelheid das schluß eh ist bei der schlechten wirtschaft in unserem hause so mit draufgegangen die stechlinie haben immer alles verurscht ich bitte dich wähle an doch andere worte warum verurscht ist ein ganz gutes wort und außerdem schon der alte kortschädel sagte mir mal man müsse gegen wörter nicht so streng sein und gegen namen erst recht nicht da sitze manch einer in einem glashause hältst du rentmeister fix für einen schönen namen und als ich noch bei den kürassieren in brandenburg war in meinem letzten dienstjahr da hatten wir dicht bei uns einen kleinen mann von der feuerversicherung der hieß briefbeschwerer ja adelheid wenn ich demgegnüber so verfahren wäre du jetzt mit gräfin melusine so hätte ich mir den mann als eine halbe bombe vorstellen müssen oder als einen kugelmann denn damals es war anno vierundsechzig waren alle briefbeschwerer bloß kugelmänner ne flintenkugel oben zwei flintenkugeln unten und natürlich ne kartetschen kugel als bauch in der mitte das feuerversicherungsmännchen aber das zufällig so sonderbar hieß war so dünn wie ein strich ja dubslav was soll nun das alles wieder du gibst da deinem zeisig mal wieder ein gut stück zucker ich sage zeisig weil ich nicht verletzlich werden will küß die hand und was ich dir zur sache darauf zu sagen habe ist das ich habe nichts dagegen daß jemand briefbeschwerer heißt und überlaß es ihm ob er ein strich oder ein kugelmann sein will aber ich habe sehr viel gegen melusine briefbeschwerer nu das ist bloß ein zufall melusine aber ist kein zufall und ich kann dir bloß sagen diese melusine ist eben eine richtige melusine alles an dieser person ich bitte dich adelheid alles an dieser dame wenn sie durchaus so etwas sein soll ist verführerisch ich habe so was von koketterie noch nie gesehen und wenn ich mir dann unseren armen woldemar daneben denke der ist ja solcher eva gegenüber von anfang an verloren er noch weiß was los ist ist er schon umstrickt trotzdem er doch bloß ihr schwager ist oder vielleicht auch gerade deshalb und dazu das ewige sich biegen und wiegen in den hüften alles wie zum beweise daß es mit der schlange denn doch etwas auf sich hat und wie sie nun gar erst mit lorenzen umsprang aber freilich der ist womöglich noch leichter zu fangen als woldemar er sah sie immer an wie ne offenbarung und sie ist auch so was darüber ist kein zweifel aber wovon kapitel zu guter zeit waren die reisenden wieder in berlin zurück woldemar hatte braut und schwägere ihn bis an das kronprinzenufer begleitet mußte jedoch auf verbleib im barbischen hause verzichten weil im casino eine kleine festlichkeit stattfand der er bei wohnen wollte der alte graf ging als unten die drosch gehielt mühsamlich auf seinem zimmerteppich auf und ab weil ihn sein fuß wie stets wenn das wetter umschlug mal wieder einer ziemlich heftigen neuralgie quälte nun da sei da ja wieder der zug muß verspätung gehabt haben und wo ist woldemar man gab ihm auskunft und dass woldemar wegen seines nicht erscheinens um entschuldigung bete gut gut und nun setzt euch und erzählt mit dem konnte das ließ damals doch allerlei zu wünschen übrig verzeih mir lucine da möcht ich dem begreiflicherweise daß es uns diesmal besser ginge woldemar macht mir natürlich kein kopfzerbrechen aber die familie der alte stechlin armgard braucht selbstverständlich auf eine so delikate frage nicht zu antworten wenn sie nicht will wiewohl erfahrungsmäßig ein unterschied ist zwischen schwiegermüttern und schwiegervätern diese sind mitunter verbindlicher als der sohn armgard lachte mir papa passiert so etwas nettes nicht aber mit melusine war es wieder das herkömmliche der alte stechlin fing an und der pastor folgte wenigstens schien es mir so und dann bin ich beruhigt vorausgesetzt daß melusine über den neuen schwiegervater ihren richtigen alten vater nicht vergißt sie ging auf ihn zu und küßte ihm die hand und dann bin ich beruhigt wiederholte der alte melusine gefällt fast immer aber manchem gefällt sie freilich auch nicht es gibt so viele menschen die haben einen natürlichen hass gegen alles was liebenswürdig ist weil sie selber unliebenswürdig sind alle beschränkten und aufgesteiften individuen alle die eine bornierte vorstellung vom christentum haben das richtige sieht ganz anders aus alle pharisäer und gerne groß alle selbstgerechten und eiteln fühlen sich durch personen wie melusine gekränkt und verletzt und wenn sich der alte stechlin in melusine verliebt hat dann lieb ich ihn schon darum denn er ist dann eben ein guter mensch mehr brauch ich von ihm gar nicht zu wissen übrigens konnt es kaum anders sein der apfel fällt nicht weit vom stamm aber auch umgekehrt wenn ich den apfel kenne kenne ich auch den stamm und wer war denn noch da ich meine von verwandtschaft nur noch tante adelheid von kloster wutz sagte armgard das ist die schwester des alten ja papa ältere schwester wohl um zehn jahre älter und auch nur halbschwester und eine domina sehr fromm das wohl eigentlich nicht du bist so einsilbig sie scheint dir nicht recht gefallen zu haben armgard schwieg nun melusine dann sprich du nicht fromm also das ist gut aber vielleicht odaine fast möchte man's sagen antwortete melusine doch paßt es auch wieder nicht recht und schon deshalb nicht weil es ein französisches wort ist tante adelheid ist eminent unfranzösisch ah ich versteh also komische figur auch das nicht so recht papa sagen wir einfach zurückgeblieben vorweltlich der alte graf lachte ja das ist in allen alten familien so vor allem bei reichen und vornehmen juden kenne das noch von wien her wo man überhaupt solche fragen studieren kann ich verkehrte da fiel in einem großen bankierhause darin alles nicht bloß voll glanz sondern auch voll orden und uniformen war fast zu viel davon aber mit einem male traf ich in einer ecke ganz einsam und doch beinah vergnüglich einen merkwürdigen urgreis der wie der alte gobo der in dem stück von shakespeare vorkommt aussah und als ich mich später bei einem tischnachbar erkundigte werden das sei da hieß es ach das ist ja onkel manasse solche onkel manasse gibt es überall und sie können unter umständen auch tante adelheid heißen daß der alte graf das so leicht nahm erfreute die töchter sichtlich und als jeserich bald danach das teezeug brachte wurde auch armgard mitteilsamer und erzählte zunächst von superintendent koseleger und pastor lorenzen danach vom stechlinsee der ganz überfroren gewesen sei so dass sie die berühmte stelle nicht hätten sehen können und zuletzt von dem museum und den wetterfahnen diese waren das was den alten grafen am meisten interessierte wetterfahnen ja die müssen gesammelt werden nicht bloß alte dragoner in blech geschnitten sondern auch aller modernste silhouetten sagen wir aus der diplomatenloge da kommt dann schon eine ganz hübsche galerie zusammen und wisst ihr kinder das mit dem museum gibt mir erst eine richtige vorstellung von dem alten und eine volle befriedigung beinah mehr noch als daß sie melosine gefallen hat ich bin sonst nicht für sammler aber wer wetterfahnen sammelt das will doch was sagen das ist nicht bloß eine gute seele sondern auch eine kluge seele denn es ist da so was drin wie ein fingerknips gegen die gesellschaft und wer den machen kann das ist mein mann mit dem kann ich leben man blieb nicht lange mehr beisammen beide schwestern ziemlich ermüdet von der tagesanstrengung zogen sich früh zurück aber ihr gespräch überschloß stechlin und die beiden geistlichen und vor allem über die domina gegen die melosine heftig eiferte setzte sich noch in ihrem schlafzimmer fort ich glaube sagte armgard du legst zu viel gewicht auf das was du das ästhetische nennst und woldemar tut es leider auch er läßt auf seine macht brandenburg sonst nichts kommen aber in diesem punkte spricht er beinah so wie du wohin er blickt überall vermißt er das schönheitliche das wenige was danach aussieht so klagt er beständig sei bloß nachahmung aus eigenem trieb heraus würde hier nichts von der art geboren und dass er so klagt das ist das was ich so ziemlich am meisten an ihm schätze du meinst dass ich wenn ich von der domina spreche zu viel gewicht auf diese doch bloß äußerlichen dinge lege glaube mir diese dinge sind nicht bloß äußerlich wer kein feines gefühl hat sei es in kunst sei es im leben da existiert für mich überhaupt nicht und für meine freundschaft und liebe nun schon ganz gewiß nicht da hast du mein programm unser ganzer gesellschaftszustand der sich wunder wie hoch dünkt ist mehr oder weniger barbarei lorenzen von dem du doch so viel hältst hat sich ganz in diesem sinne gegen mich ausgesprochen aber wie weit voraus war uns doch die heidenzeit die wir jetzt so verständnislos bemängeln und selbst unser dunkles mittelalter schönheitlich stand es höher als wir und seine scheiterhaufen wenn man nicht gleich selbst an die reihe kam waren gar nicht so schlimm ich erlebe noch lachte armgard daß du nen neuen kreuzzug oder ähnliches predigst aber wir sind von unserem eigentlichen thema ganz abgekommen von der domina du sagtest ihre gefühle widersprechen sich untereinander welche gefühle darauf ist leicht antwort zu geben erst beglückwünschen sich zu sich selbst und hinterher ärgert sie sich über sich selbst und daß sie das muß daran sind wir schuld und das kann sie uns nicht verzeihen ich würde vielleicht zustimmen wenn das was du da sagst nicht gar so eitel klänge sie hat übrigens einen guten verstand den hat sie gewiss den haben sie alle hier oder doch die meisten aber ein guter verstand so viel er ist ist auch wieder recht wenig und schließlich ich muss leider zu diesem berolinismus greifen ist diese gute domina doch nichts weiter als eine stakete lang und spitz und nicht mal grün gestrichen und der alte der wenigstens wird doch vor deiner kritik bestehen o der der ist und geht noch über woldemar hinaus was meinst du wenn ich den alten heiratete sprich nicht so melusine ich weiß ja recht gut wie das alles von dir gemeint ist übermut und wieder übermut aber er ist doch am ende nicht so steinalt und du so lieb ich dich habe du bist schließlich imstande dich in solche kompliziertheiten von schwiegervater und schwager alles in einem und womöglich noch allerhand dazu zu verlieben jedenfalls mehr als in den der diese kompliziertheiten darstellt und gar erst schaffen soll also sei ruhig freundlich element ende des kapitels theodor fontane der stechlin das war in den letzten dezember tagen auf ende februar hatte man die hochzeit des jungen paares festgesetzt in der zwischenzeit war seitens des alten grafen erwogen worden ob die trauung nicht doch vielleicht auf einem der barbischen elbgüter stattfinden sollte die braut selbst aber war dagegen gewesen und hatte mit einer ihr sonst nicht eigenen lebhaftigkeit versichert sie hänge an der armee weshalb sie ganz abgesehen von ihrem teuren frommel die berliner garnisonskirche weit vorziehe daß diese nach ansicht vieler bloß ein großer schuppen sei habe für die gar keine bedeutung was ihr an der garnisonskirche so viel gelte das seien die großen erinnerungen an und ein gotteshaus drin die schwerins und die zietens ständen und wenn sie nicht drin ständen so doch andere die kaum schlechter wären eine historisch so bevorzugte stelle wäre ihr an ihrem trautage viel lieber als ihre familienkirche trotz der särge so vieler barbis unterm altar woldemar war sehr glücklich darüber seine braut so preußisch militärisch zu finden die denn auch als einmal die zukunft nun mit der die frage nach verbleib oder nicht verbleib in der armee durchgesprochen wurde lachend erwidert hatte nein woldemar nicht jetzt schon abschied ich bin sehr für freiheit aber doch beinahe noch mehr für major auf drei uhr war die trauung festgesetzt schon eine halbe stunde vorher erschien der brautwagen und hielt vor dem schicken danschen hause dessen flur auszuschmücken sich die frau versicherungssekretärin nicht hatte nehmen lassen von der treppe bis auf das trottoir hinaus waren zu beiden seiten blumenestraden aufgestellt auf denen die lieblinge der frau schicke danschen einer schönheit und fülle standen als ob es sich um eine maiblumenausstellung gehandelt hätte hinter den verschiedenen estraden aber hatten alle hausbewohner aufstellung genommen litzi frau imme und sämtliche hartwigs und natürlich auch hedwig die nach einem kurzen dienst im kommerzienrat seligmannschen hause vor etwa acht tagen ihre stelle wieder aufgegeben hatte gott hedwig war es denn wieder so was nein frau imme diesmal war es mehr frommel traute die kirche war dicht besetzt auch von bloß neugierigen die sich ehe die große orgel einsetzte die merkwürdigsten dinge mitzuteilen hatten die barbis seien eigentlich italiener aus der gegend von neapel und der alte graf was man ihm auch noch ansehe sei in seinen jungen jahren unter den carbonaris gewesen aber mit einem male habe er geschwenkt und sei zum verräter an seiner heiligen sache geworden und weil in einem solchen falle jedesmal einer zur vollstreckung der gerechtigkeit ausgelost würde was der graf auch recht gut gewußt habe habe er vorsichtigerweise seine schöne heimat verlassen und sei nach berlin gekommen und sogar an den hof und friedrich wilhelm der vierte der ihn sehr gern gemocht habe auch immer italienisch mit ihm gesprochen des hochzeits mal fand im barbischen hause statt notgedrungener da das große mittelzimmer auch bei geschicktester anordnung immer nur etwa zwanzig personen aufnehmen konnte der weitaus größte teil der gesellschaft setzte sich aus schon bekannten personen zusammen obenein natürlich der alte stechlin er war gern gekommen trotzdem ihm die weltabgewandtheit in der er lebte den entschluß anfänglich erschwert hatte tante adelheid fehlte trösten wir uns sagte melusine mit einer eher kleidenden überheblichkeit selbstverständlich waren die berchtesgadens da desgleichen rex und czako sowie kujatius und außerdem ein behufsabschluß seiner landwirtschaftlichen studien erst seit kurzem in berlin lebender junger baron von planta neffe der verstorbenen gräfin zu dem sich zunächst ein premierleutnant von silagi freund und früherer regimentskamerad von woldemar und desweitern ein doktor pusch gesellte den die barbys noch von ihren londoner tagen her gut kannten dem brautpaare gegenüber saßen die beiden väter beziehungsweise schwiegerväter da weder der eine noch der andere zu den rednern zählte so ließ frommel das brautpaar in einem toste leben drin ernst und scherz christlichkeit und humor in glücklichster weise verteilt waren alles war entzückt der alte stechli in frommels tischnachbar am meisten beide herren hatten sich schon vorher angefreundet und als nach erledigung des offiziellen toastes das tischgespräch ganz allgemein wieder in konversation mit dem nachbar überging sahen sich frommel und der alte stechli in anknüpfung einer intimeren privatunterhaltung nicht weiter behindert ja herr sohn sagte frommel wovon ich mich persönlich überzeugen konnte wohnt sehr hübsch darf ich daraus schließen daß sie sich bei ihm einlogiert haben nein herr hofprediger so bei kindern wohnen ist immer mißlich und mein sohn weiß das auch er kennt den geschmack oder meinetwegen auch bloß die schrullenhaftigkeit seines vaters und so hat er mich was immer das beste bleibt in einem hotel untergebracht und sind sie da zufrieden im höchsten maße wiewohl es ein bißchen über mich hinausgeht ich bin aus der zeit vom hotel de brandebourg an dem mich immer nur die französierung ärgerte sonst alles vorzüglich aber solche gaßhäuser sind eben seit wir kaiser und reich sind mehr oder weniger altmodisch geworden und so bin ich denn durch meinen sohn im hotel bristol untergebracht worden alles ersten rang ist kein zweifel wozu noch kommt daß mich der bloße name schon erheitert der neuerdings jeden mitbewerb so gut wie ausschließt als ich noch leutnant war freilich lange her mußten alle witze von glasbrenner oder von beckmann sein beckmann war erster komiker und wenn man in gesellschaft sagte da hat ja wieder der beckmann so war man mit seiner geschichte so gut wie raus und wie damals mit den witzen so heute mit den hotels alle müßten bristol heißen ich zerbreche mir den kopf darüber wie gerade bristol dazukommt bristol ist doch am ende nur ein ortsweiten ranges aber hotel bristol ist immer prima ob es hier wohl menschen gibt die bristol je gesehen haben viele gewiß nicht denn schiffskapitäne die zwischen bristol und new york fahren sind in unserm guten berlin immer noch raritäten übrigens darf ich bei allem respekt vor meinem berühmten hotel sagen unberühmte sind meist interessanter so zum beispiel bayerische wirtshäuser im gebirge wo man eine dicke wirtin hat von der es heißt sie sei mal schön gewesen und ein kaiser oder könig habe ihr den hof gemacht und dazu dann forellen und ein landjäger der eben einen wilderer oder haberfeldtreiber über den stillen see bringt an solchen stellen ist es immer am schönsten und ist der see aufgeregt so ist es noch schöner das alles würde mir unser baron berchtesgaden der da drüben sitzt gewiß gern bestätigen und sie herr hofbrediger bestätten es mir schließlich auch denn mir fällt eben ein sie waren ja mit unserm guten kaiser wilhelm dem letzten menschen der noch ein wirklicher mensch war immer in gastein zusammen und fiel an seiner seite jetzt hat man statt des wirklichen menschen den sogenannten übermenschen etabliert eigentlich gibt es aber doch bloß noch untermenschen und mitunter sind es gerade die die man durchaus zu einem über machen will ich habe von solchen leuten gelesen und auch welche gesehen ein glück dass es nach meiner wahrnehmung immer entschieden komische figuren sind sonst könnte man verzweifeln und daneben unser alter wilhelm wie war er denn so wenn er so still seine sommertage verbrachte können sie mir was von ihm erzählen so was woran man ihn so recht eigentlich erkennt ich darf sagen ja herr von stechlin habe so was mit ihm erlebt eine ganz kleine geschichte aber das sind gerade die besten da hatten wir mal einen schweren regentag in gastein so daß der alte herrn nicht ins freie kam und statt draußen in den bergen in seinem großen wohnzimmer seinen gewohnten spaziergang machen mußte so gut es eben ging unter ihm aber was er wußte lag ein schwer kranker und nun denken sie sich als ich bei dem guten alten kaiser eintrete sehe ich ihn wie er da lange läufer und teppiche zusammenschleppt und übereinander packt und als er mein erstaunen sieht sagt er mit einem unbeschreiblichen und mir unvergeßlichen lächeln ja lieber frommel da unter mir liegt ein kranker ich mag nicht daß er die empfindung hat ich trample ihm da so über den kopf hin sehen sie herr von stechlin da haben sie den alten kaiser dubslav schwieg und nickte wie beneidig sie so was erlebt zu haben hob er nach einer weile an ich kannte ihn auch ganz gut das heißt in tagen wo er noch prinz wilhelm war und dann oberflächlich auch später noch aber seine eigentliche zeit ist doch seine kaiserzeit gewiß herr von stechlin es wächst der mensch mit seinen größern zwecken richtig richtig sagte dubslav das schwebte mir auch vor ich konnt es bloß nicht gleich finden ja so war er und so einen kriegen wir nicht wieder übrigens sag ich das in aller referenz denn ich bin kein frondeur fronde ist mir gräßlich und passt nicht für uns bloß mitunter da passt sie vielleicht doch inzwischen war die siebente stunde herangekommen und um halb acht ging der zug mit dem das junge paar noch bis dresden wollte dieser herkömmlich ersten etappe für jede hochzeitsreise nach dem süden man erhob sich von der tafel und während die gäste bunte reihe machend untereinander zu plaudern begannen zogen sich woldemar und armgard und bemerkt zurück ihr reisegepäck war seit einer stunde schon voraus und nun hielt auch der viersitzige wagen vor dem barbischen hause die baronin und melusine hatten sich zur begleitung des jungen paares verabredet und nahmen jetzt ohne daß woldemar und armgard es hindern konnten die beiden hinteren rücksitze des wagens ein das ergab aber besonders zwischen den zwei schwestern eine vollkommene rang und höflichkeitsstreiterei ja wenn es jetzt in die kirche ginge sagte armgard so hättest du recht aber unser wagen ist ja schon wieder ein ganz gewöhnlicher landauer geworden und woldemar und ich sind vier stunden nach der treuung schon wieder wie zwei gewöhnliche menschen und sich dessen bewußt zu werden damit kann man nicht früh genug anfangen armgard du wirst mir zu gescheit sagte melusine man einigte sich zuletzt und als der wagener mannhalter bahnhof eintraf waren rex und czako bereits da beide mit riesensträußen zogen sich aber unmittelbar nach überreichung ihrer bouquets wieder zurück nur die baronin und melusine blieben noch auf dem bahnsteig und warteten unter lebhafter plauderei bis zum abgange des zuges in dem von dem jungen paar gewählten coupé befanden sich noch zwei reisende der eine blond und artig mit goldener brille konnte nur ein sachse sein der andere dagegen mit pelz und juchten koffer war augenscheinlich ein internationaler aus dem osten oder selbst aus dem südosten europas nun aber hörte man das signal und der zug setzte sich in bewegung die baronin und melusine grüßten noch mit ihren tüchern dann bestiegen sie wieder den draußen haltenden wagen es war ein herrliches wetter einer jener vorfrühlingstage wie sie sich gelegentlich schon im februar einstellen es ist so schön sagte melusine benutzen wir es ich denke liebe baronin wir fahren hier zunächst am kanal hin in den tiergarten hinein und dann an den zelten vorbei bis in ihre wohnung eine weile schwiegen beide damen im augenblick aber wo sie von dem holprigen pflaster in den stillen asphaltweg einbogen sagte die baronin ich begreife stechlin nicht daß er nicht ein coupé par genommen melusine wiegte den kopf den mit der goldenen brille fuhr die baronin fort den nehm ich nicht schwer ein sachse tut keinem was und ist auch kaum eine störung aber der andere mit dem juchtenkoffer erschien ein russe wenn nicht gar ein rumäne die arme armgard nun hat sie ihren woldemar und hat ihn auch wieder nicht wohl ihr aber gräfin sie sind verwundert liebe baronin mich das sagen zu hören und doch hat's damit nur zu sehr seine richtigkeit gebranntes kind scheut das feuer aber gräfin ich verheiratete mich wie sie wissen in florenz und fuhr an demselben abende noch bis venedig venedig ist in einem punkte ganz wie dresden nämlich erste station bei vermählungen auch ghiberti ich sage immer noch lieber ghiberti als mein mann mein mann ist überhaupt ein furchtbares wort auch ghiberti hatte also sich für venedig entschieden und so hatten wir denn den großen apennintunnel zu passieren weiß weiß endlos ja endlos ach liebe baronin wäre doch da wer mit uns gewesen ein sachseer selbst ein rumäne wir waren aber allein und als ich aus dem tunnel heraus war wußt ich welchem elend ich entgegenlebte liebste melusine wie beklag ich sie wirklich teuerste freundin und ganz aufrichtig aber sogleich ein tunnel es ist doch auch wieder ein schicksal und czako hatten sich unmittelbar nach überreichung ihrer bouquettes vom bahnhof her in die königgräzerstraße zurückgezogen und hier angekommen sagte czako wenn es ihnen recht ist drecks so gehen wir bis in das restaurant bellevue das kaffee nein ich möchte gern was ordentliches essen drei löffel suppe forelle en miniatür und ein poladenflügel das ist zu wenig für meine verhältnisse rundheraus ich habe hunger sie werden sich zu gut unterhalten haben nein auch das nicht unterhaltung sättigt außerdem wenigstens menschen die wie ich wenn sie auch darüber lachen aufs geistige gestellt sind ein bißchen mag ich übrigens selbst an meinem elenden zustande schuld sein ich habe nämlich immer nur die gräfin angesehen und begreife nach wie vor unseren stechli nicht nimm da die schwester er hatte doch am ende die wahl der kleine finger der gräfin und der kleiner zeh nun schon ganz gewiss ist mir lieber als die ganze comtesse sie werden wieder frivol vierunddreißigstes kapitel unter den hochzeitsgästen hatte sich wie schon kurz erwähnt auch ein doktor pusch befunden ein gewandter und durchaus weltmännisch wirkender herr mit gepflegtem aber schon ergrautem backenbart er war vor etwa fünfundzwanzig jahren an der assessorecke gescheitert und hatte damals nicht lust gehabt sich ein zweites mal in die zwickmühle nehmen zu lassen das studium der juristerei ist langweilig und die karriere hinterher miserabel so war er denn als korrespondent für eine große rheinische zeitung nach england gegangen und hatte sich dort auf der deutschen botschaft einzuführen gewußt das ging so durch jahre ziemlich um dieselbe zeit aber wo der alte graf seine londoner stellung aufgab war auch doktor busch wieder flücke geworden und hatte sich nach amerika hinüber begeben er fand indessen das freie dort freier als ihm lieb war und kehrte sehr bald nachdem er es erst in neuyork dann in chicago versucht hatte nach europa zurück und zwar nach deutschland wo soll man am ende leben unter dieser betrachtung nahm er schließlich in berlin wieder seinen wohnsitz er war ungeniert von natur und ein klein wenig überheblich als wichtigstes ereignis seiner letzten sieben jahre galt ihm sein übertritt vom pilsener zum weinstephan sehen sie meine herren vom weinstephan zum pilsener das kann jeder aber das umgekehrte das ist was chinesen werden christlich gut aber wenn ein christ ein chinese wird das ist doch immer noch eine sache von belang als er sich in berlin niederließ hatte sich auch bei den barbys wieder eingeführt melusine entsann sich seiner noch und der alte graf war froh die zurückliegenden zeiten wieder durchsprechen und von sandringham und hetfield house von chatsworth und pembroke lodge plaudern zu können eigentlich passte der etwas weitgehende ungeniertheitston in den der doktor seiner natur wie seiner neuyorker schulung nachzusprechen liebte nicht sonderlich zu den gepflogenheiten des alten grafen aber es lag doch auch wieder ein gewisser reiz darin ein reiz der sich noch verdoppelte durch das was push aus aller welt enden mitzuteilen mußte brillanter korrespondent der er war unterhielt er beziehungen zu den ministerien und was fast noch schwerer ins gewicht fiel auch zu den gesandtschaften er hörte das gras wachsen auf titulaturen ließ er sich nicht ein die vielen telegramme hatten einen gewissen telegrammstil in ihm gezeitigt dessen er sich nur entschlug wenn er ins ausmalen kam es war im zusammenhang damit daß er gegen worte wie wirklicher geheimer oberregierungsrat einen förmlichen haß unterhielt herzog von ujest oder herzog von ratibor waren ihm trotz ihrer kürze immer noch zu lang und so warf er den statt ihrer einfach mit hohen lohes um sich in der tat er hatte mancherlei schwächen aber diese waren doch auch wieder von ebenso vielen tugenden begleitet so beispielsweise sah er über alles was sich an liebesgeschichten ereignete mit einer beinahe vornehmen gleichgültigkeit hinweg was manchem sehr zu pass kam ob dies darüber hinsehen bloß geschäfts maxime war oder ob er all dergleichen einfach alltäglich und deshalb mehr oder weniger langweilig fand war nicht recht festzustellen er kultivierte dafür mit vorliebe das finanzielle vielleicht davon ausgehend daß wer die finanzen hat auch selbstverständlich alles andere hat besonders die liebe das war doktor pusch er schloß sich als man aufbrach einer gruppe von personen an die den angerissenen abend noch in einem lokal verbringen wollten ja wo natürlich sichen ach siechen sichen ist für philister nun denn also beim schweren wagner nach philiströser ich bin für weinen stefan und ich für pilsner man einigte sich schließlich auf ein lokal in der friedrichstraße wo man beides haben könne die herren die dahin aufbrachen waren außer pusch noch der junge baron planta dann kujacius und wrschowitz und abschließend premier-leutnant von der wie schon angedeutet früher bei den gardedragonern gestanden aber wegen seiner großen generalbegeisterung für die künste das malen und dichten obenan schon vor etlichen jahren seinen abschied genommen hatte mit seinen genrebildnern war er nicht recht von der stelle gekommen weshalb er sich neuerdings der novellistisch zugewandt und einen sammelband unter dem bescheidenen titel bellis perennies veröffentlicht hatte lauter kleine liebesgeschichten alle fünf herren mit alleiniger ausnahme des jungen graubündner barons erwiesen sich von anfang an als ziemlich aufgeregt und jeder ihnen zuhörende hätte sofort das gefühl haben müssen dass hier viel explosionsstoff aufgehäuft sei trotzdem ging es zunächst gut wrschowitz hielt sich in grenzen und selbst kujacius der nicht gern andern das wort ließ freute sich über puschs schwadronage vielleicht weil er nur das heraushörte was ihm gerade paßte leutnant von silai man kam vom hundertsten aufs tausendste wurde bei den fragen die hin und her gingen von ungefähr auch nach seinem novellenbande gefragt und ob er freude daran gehabt habe nein meine herren sagte silai das kann ich leider nicht sagen ich habe bellis perennies auf eigene kosten herstellen lassen und hundertzehn rezensionsexemplare verschickt unter beilegung eines zettels der ist denn auch von einigen zeitungen abgedruckt worden aber nur von ganz wenigen im übrigen schweigt die kritik o kritik sagte wirschowitz ich liebe kritik aber gute kritik schweigt und doch fuhr sie fort der sich in dem etwas delphischen ausdruck des guten wrschowitz nicht gleich zurechtfinden konnte doch sind diese schmerzlichen gefühle nichts gegen das was voraufgegangen ich unterhielt nämlich vor erscheinen des buches selbst die hoffnung in mir einige dieser kleinen arbeiten in einem parteiblatt und als dies mißlang in einem familienjournal unterbringen zu können aber ich scheiterte ja natürlich scheiterte sie sagte pusch das spricht für sie lassen sie sich sagen und raten denn ich weiß diesen dingen einigermaßen bescheid war nämlich drüben ja ich darf beinahe sagen ich war doppelt drüben erst drüben in england und dann drüben in amerika da versteht man es ja du lieber himmel dies bedruckte löschpapier man lebt davon und es regiert eigentlich die welt aber aber und dabei wenn ich recht gehört habe sprachen sie von parteiblatt furchtbar und dann sprachen sie von familienjournal zweimal furchtbar haben sie selbst erfahrungen gemacht auf diesem schwierigen gebiete nein herr von zilei so tief ließ mich die gnade nicht sinken aber ich treibe mein wesen unter dem strich und wenn man so wand an wand wohnt da weiß man doch einigermaßen wie's bei dem nachbar aussieht ach und außerdem wie so mancher hat mir sein herz ausgeschüttet und mir dabei seine liebe not geklagt wer's nicht leicht nimmt der ist verloren roman erzählung kriminalgeschichte jeder der der großen masse genügen muß muß ein loch zurückstecken und wenn er das redlich getan hat dann immer noch eins es gibt eine normal novelle etwas so tief verschuldeter adeliger assessor und sommerleutnant liebt guvernante von stupender tugend so stupend dass sie wenn geprüft selbst auf diesem schwierigsten gebiete bestehen würde plötzlich ist aber ein alter onkel da der den halben kleisten neffen an eine reiche cousine standesgemäß zu verheiraten wünscht höhe der situation drohender konflikt aber in diesem bedrängten moment entsagt die cousine nicht nur sondern sie vermacht ihrer rivalin auch ihr gesamtvermögen und wenn sie nicht gestorben sind so leben sie heute nach ja herr von zilei wollen sie damit konkurrieren alles stimmte zu nur baron planta meinte doktor pusch pardon aber ich glaub bena sie übertreiben und sie wissen es auch pusch lachte wenn man etwas derart sagt übertreibt man immer wer ängstlich abwägt sagt gar nichts nur die scharfe zeichnung die schon die karikatur streift macht eine wirkung glauben sie dass peter von amiens den ersten kreuzzug zusammengetrommelt hätte wenn er so etwa beim erdbeer pflücken einem freunde mitgeteilt hätte das grab christi sei vernachlässigt und es müsse für ein gitter gesorgt werden sehr gut sehr gut und so auch meine herren wenn ich von moderner literatur spreche herr von zilei den wir so glücklich sind unter uns zu sehen soll aufgerichtet seine seele soll mit neuem vertrauen erfüllt werden oder aber mit der heiterkeit was noch besser ist er soll wieder lachen können und wenn man solche wirkung erzielen will ja dann muss man eben deutlich und zugleich etwas fantastisch sprechen indessen auch ernsthaft angesehen wie steht es denn mit der herstellung ich vermeine mit vorbedacht das wort schöpfung oder gar mit dem verschleiß der meisten dieser dinge lassen sie mich in ein bildes sprechen da haben wir jetzt in unseren blumenläden allerlei kränze voran den aus eichenlaub und lorbeer bestehenden und meist noch behufsbesserer dauerbarkeit auf eine herzhafte weitenrute geflochtenen urkranz und nun treten sie je nach der situation an die sich ihnen mit betrübter oder auch mit lächelnder miene nähernde kranzbinderin heran um zu begräbnis oder trauung ihre bestellung zu machen zu drei mark oder zu fünf oder zu zehn und genau dieser bestellung entsprechend werden in den vorgeschilderten urkranz etliche georginen oder teichrosen eingebunden und bei stattgehabter höchstbewilligung sogar eine orchidee von ganz unglaublicher form und farbe kenne die orchidee rief wirschowitz in höchster ekstase lila mit gelb pusch nickte zugleich in steigendem übermut fortfahrend und genauso mit der urnovelle die liegt fertig da wie der urkranz nichts fehlt als der aufputz der nur mehr freundschaftlich verabredet wird bei höchstbewilligung wird ein verstoß gegen die sittlichkeit eingeflochten das ist eine große orchidee lila mit gelb wie freund wirschowitz sie richtig hervorgehoben hat unter diesen umständen bemerkte hier baron planta will es mir ein wahres glück erscheinen daß herr von sillai wie ich höre mehrere eisen im feuer hat was ihm die novellistisch schuldig bleibt muß ihm die malerei bringen was sie leider bisher nicht tat und mutmaßlich auch nie tun wird lachte sillai halbweg wehmütig trotzdem ich vom genre bild aus mit dem ich anfing eine schwenkung gemacht und mich unter anleitung meines freundes salzmann neuerdings der marinemalerei zugewandt habe mitunter auch parteien und was die blauen töne betrifft so darf ich vielleicht behaupten hinter keinem zurückgeblieben zu sein habe mich außerdem in gudin und william töner vergafft aber trotzdem aber trotzdem ohne rechten erfolg unterbrach hier kujatius was mich nicht wunder nimmt was wollen sie mit gudin oder gar mit töner wer das meer malen will muß nach holland gehen und die alten niederländer studieren und unter dem modernen vor allem die skandinavien die norweger die dänen zuckte zusammen wir haben da beispielsweise den melbi däne bürsaint der sehr gut und beinah bedeutend ist o nein nein platzte jetzt virschowitz mit immer mehr erzitternder stimme heraus nicht sehr gut nicht bedeutend auch nicht einmal beinah bedeutend der sehr bedeutend ist wiederholte kujatius gerade darin bedeutend dass er nicht bedeutend sein will er erhebt keine falschen prätentionen er ist schlicht ohne phantastereien aber stimmungsvoll und wenn ich bilder von ihm sehe besonders solche wo das grau blaue meer an einer klippe brandet so berührt mich das jedesmal spezifisch skandinavisch etwa wie der oseanische meeres zauber in den kompositionen unseres trefflichen nils gade nils gade von nils gade spricht man nicht ich spreche von nils gade seine kompositionen reichen bis an mendelssohn heran was ihn nicht größer macht doch mein herr doktor wirkliche kunstgrößen zu stürzen dazu reichen überheblichkeiten nicht aus was sie nicht abhielt mein herr professor den großen gudin gülbutieren zu wollen über malerei zu sprechen steht mir zu über musik zu sprechen steht mir zu sonderbar immer personen aus unkontrollierbaren grenzbezirken führen bei uns das große wort ich bin tscheche weiß aber dass es ein deutsches sprichwort gibt der deutsche lückt wenn er höflich wird weshalb ich unter umständen darauf verzichte aber meine herren warf pierre pusch wieder ein den die ganze streiterei natürlich entzückte könnten wir nicht das kriegsbeil begraben proponiere begegnung auf halbem wege shaking hands nehmen sie zurück hüben und trüben nie donnerte kujatius jamais sagte wirschowitz und damit erhoben sich alle kujatius und pusch hatten die tät wirschowitz und baron plant erfolgten in einiger entfernung war vorsichtigerweise abgeschwenkt wirschowitz immer noch in großer erregung mühte sich dem jungen graubündner auseinanderzusetzen daß kujatius ganz allgemein den ruf eines krakelers habe je vous assure monsieur le baron il est un fou et plus que ça un blagueur baron planta schwieg und schien seinen begleiter im stich lassen zu wollen aber er bekehrte sich als er einen augenblick danach von der front her die mit immer steigender heftigkeit ausgestoßenen worte hörte kaschube wende bemarke ende des kapitels um dieselbe stunde wo sich die fünf herren von der barbischen hochzeitstafel entfernt hatten waren auch baron berchtesgaden und hofprediger frommel aufgebrochen so daß sich außer dem brautvater nur noch der alte stechlin im hochzeitshause befand dieser hatte sich melusine war vom bahnhof noch nicht wieder da vom esssaal her zunächst in das verwaiste und von diesem aus auf die loggia zurückgezogen um da die lichter im strom sich spiegeln zu sehen und einen zug frische luft zu tun an dieser stelle fand ihn denn auch schließlich der alte graf und sagte nachdem er seinem staunen über den gesundheitlich etwas gewagten aufenthalt ausdruck gegeben hatte nun aber mein lieber stechlin wollen wir endlich einen kleinen schwatz haben und uns näher miteinander bekannt machen ihr zug geht erst zehneinhalb so haben wir also noch beinah anderthalb stunden und dabei nahm er dubslavs arm um ihn in sein wohnzimmer das bis dahin als es der mine gedient hatte hinüber zu führen erlauben sie mir fuhr er hier fort daß ich in zunächst mein halb eingewickeltes und halb eingeschientes elefantenbein auf einen stuhl strecke es hat mich all die zeit über ganz gehörig gezwickt und namentlich das stehen vor dem altar ist mir blutsauer geworden bitte rücken sie heran es ging während unseres kleinen diners alles so rasch und ich wette sie sind bei dem kaffee ganz erheblich zu kurz gekommen der moment wo das bier herumgereicht wird ist in den augen des modernen menschen immer das wichtigste da wird dann an der kaffeezeit manches abgeknapst und dabei drückte er auf den knopf der kringel jeserich noch eine tasse für herrn von stechlin und natürlich einen cognac oder curacao oder lieber die ganze benediktinerabtei witz von cujacius für den sie mich also nicht verantwortlich machen können leider werde ich ihnen bei diesem zweiten kaffee nicht gesellschaft leisten können ich habe mich schon bei tische mit einer lügnerisch und bloß anstandshalber in einen champagnerkübel gestellten apollinarisflasche begnügen müssen aber was hilft es man will doch nicht auffallen mit all seinen gebresten dubslav war der aufforderung des alten grafen nachgekommen und sah seine lampe mit grünem schirm zwischen sich und ihm seinem wirte gerade gegenüber jeserich kam mit der tablette den cognac fuhr der alte barbie fort kann ich ihnen empfehlen noch beziehungen aus alten zeiten her wo man mit einem franzosen ungeniert sprechen und nach einer guten firma fragen konnte waren sie siebzig noch dabei ja so halb eigentlich auch das kaum aus meinem regiment war ich lange heraus nur als johanniter ganz wie ich selber eine wundervolle zeit dieser winter siebzig fuhr dubslav fort auch rein persönlich angesehen ich hatte damals das was mir zeitlebens wenn auch nicht absolut so doch mehr als wünschenswert gefehlt hatte fühlung mit der großen welt es heißt immer der adel gehöre auf seine scholle und je mehr er mit der verwachsen desto besser sei es das ist auch richtig aber etwas ganz richtiges gibt es nicht und so muß ich denn sagen es war doch was erquickliches den alten wilhelm so jeden tag vor augen zu haben hab ihn freilich immer nur flüchtig gesehen aber auch das war schon eine herzensfreude sie nennen ihn jetzt den großen und stellen ihn neben friederikus rex nun so einer war er sicherlich nicht an den reicht er nicht daran aber als mensch war er ihm über und das gibt mein ich in gewissem sinne den ausschlag wenn auch zur größe noch was anderes gehört ja der alte fritz man kann ihn nicht hoch genug stellen nur in einem punkte find ich trotzdem daß wir eine falsche position ihm gegenüber einnehmen gerade wir vom adel er war nicht so sehr für uns wie wir immer glauben oder wenigstens nach außen hin versichern er war für sich und für das land oder wie er zu sagen liebte für den staat aber daß wir als stand und kaste recht was von ihm gehabt hätten das ist eine einbildung überrascht mich aus ihrem munde zu hören ist aber doch wohl richtig wie lag es denn eigentlich wir hatten die ehre für könig und vaterland hungern und dursten und sterben zu dürfen sind aber nie gefragt worden ob uns das auch passe nur dann und wann erfuhren wir daß wir edelleute seien und als solche mehr ehre hätten aber damit war es auch getan in seiner innersten seele rief er uns eigentlich genau dasselbe zu wie den grenadieren bei torgau wir waren rohmaterial und wurden von ihm mit meist sehr kritischem auge betrachtet alles in allem lieber graf find ich unser jahr dreizehn eigentlich um ein erhebliches größer weil alles was geschah weniger den befehlscharakter trug und mehr freiheit und selbstentschließung hatte ich bin nicht für die patentierte freiheit der parteiliberalen aber ich bin doch für ein bestimmtes maß von freiheit überhaupt und wenn mich nicht alles täuscht so wird auch in unseren reihen allmählich der glaube lebendig daß wir uns dabei besonders auch rein praktisch egoistisch am besten stehen der alte barby freute sich sichtlich dieser worte dubslav aber fuhr fort übrigens das muß ich sagen dürfen lieber graf sie wohnen hier brillant an ihrem kronprinzenufer ein entzückender blick und fremde würden vielleicht kaum glauben daß an unserer alten spree so was hübsches zu finden sei die niederlassungsund speziell die niederlassungsund speziell die wohnungsfrage spielt doch wo sich zum glück und behagen handelt immer stark mit und gerade sie der sie so lange draußen waren werden werden ehe sie hier dies vis-a-vis von unsrer jungfernheide wählten nicht ohne bedenken gewesen sein in bezug auf die landschaft gewiß und bezug auf die menschen vielleicht sagen wir auch da gewiß ich hatte wirklich solche bedenken aber sie sind niedergekämpft vieles gefiel mir durchaus nicht als ich nach langen langen jahren aus der fremde wieder nach hier zurückkam und vieles gefällt mir auch noch nicht überall ein zu langsames tempo wir haben in jedem sinne zu viel sand um uns und in uns und wo viel sand ist da will nichts recht vorwärts bloß immer hü und hott aber dieser sandboden ist doch auch wieder tragfähig nicht glänzend aber sicher er muß nur und vor allem der moralische die richtige witterung haben also zu rechter zeit regen und sonnenschein und ich glaube kaiser friedrich hätt ihm diese witterung gebracht ich glaub es nicht sagte dubslav meinen sie daß es ihm schließlich doch nicht recht ernst mit der sache war o nein nein es war ihm ernst ganz und gar aber es würd ihm zu schwer gemacht worden sein rundheraus er wäre gescheitert woran an seinen freunden vielleicht an seinen feinden gewiß und das waren die junker es heißt immer das junkertum sei keine macht mehr die junker fräsen den hohen zollern aus der hand und die dynastie züchte sie bloß um sie für alle fälle parat zu haben und das ist eine zeitlang vielleicht auch richtig gewesen aber heute ist es nicht mehr richtig es ist heute grundfalsch das junkertum trotzdem es vorgibt seine strohdächer zu flicken und sie gelegentlich vielleicht auch wirklich flickt dies junkertum und ich bin inmitten aller loyalität und devotion doch stolz dies sagen zu können hat in dem kampf dieser jahre kolossalen macht gewonnen mehr als irgendeine andere partei die sozialdemokratie kaum ausgeschlossen und mitunter ist mir als stiegen die seligen quitzos wieder aus dem grabe herauf und wenn das geschieht wenn unsere leute sich auf das besinnen worauf sie sich seit über vierhundert jahren nicht mehr besonnen haben so können wir was erleben es heißt immer unmöglich aber was ist unmöglich nichts ist unmöglich wer hätte vor dem achtzehnten märz den achtzehnten märz für möglich gehalten für möglich in diesem echten und rechten filisternest berlin es kommt eben alles mal an die reihe das darf nicht vergessen werden und die armee nun ja wer wird etwas gegen die armee sagen aber jeder glückliche general ist immer eine gefahr und unter umständen auch noch andere sehen sie sich den alten sachsenwalder an unsern zivilwallenstein aus dem hätte schließlich doch gott weiß was werden können und sie glauben warf der graf hier ein an dieser scharfen quizzo ecke wäre kaiser friedrich gescheitert ich glaube es es lässt sich hören und wenn so so wäre es schließlich ein glück dass es nach neunundneunzig tagen anders kam wo wir nicht vor diese frage gestellt wurden ich habe mit meinem woldemar der einen stark liberalen zug hat ich kann es nicht loben und mags nicht oft über diese sache gesprochen er war natürlich für neuzeit also für experimente nun hat er inzwischen das bessere teil erwählt und während wir hier sprechen ist er schon über treppin hinaus sonderbar ich bin nicht allzu viel gereist aber immer wenn ich an diesem märkischen neste vorbeikam hatte ich das gefühl jetzt wird es besser jetzt bist du frei ich kann sagen ich liebe die ganze sandbüchse da herum schon bloß aus diesem grunde der alte graf lachte behaglich und treppin wird sich von dieser ihrer schwärmerei nicht träumen lassen übrigens haben sie recht jeder lebt zu hause mehr oder weniger wie in einem gefängnis und will weg und doch bin ich eigentlich gegen das reisen überhaupt und speziell gegen die hochzeitsreiserei wenn ich so personen in ein coup nach italien einsteigen sehe kommt mir immer ein dankgefühl dieses höchste glück auf erden nicht mehr mitmachen zu müssen es ist doch eigentlich eine qual und die welt wird auch wieder davon zurückkommen über kurz oder lang wird man nur noch reisen wie man in den krieg zieht oder in einen luftballon steigt bloß vom berufs wegen aber nicht um des vergnügens willen und wozu denn auch es hat keinen rechten zweck mehr in alten zeiten ging der prophet zum berge jetzt vollzieht sich das wunder und der berg kommt zu uns das beste von parthenon sieht man in london und das beste von pergamon in berlin und wäre man nicht so nachsichtig mit den lieben nie zahlenden griechen verfahren so könnte man sich am kupfergraben im laufe des vormittags in mykene und nachmittags in olympia ergehen ganz ihrer meinung teuerster graf aber doch auch zugleich ein wenig betrübt sie so dezidiert gegen alle reiserei zu finden ich stand nämlich auf dem punkte sie nach stechlin hin einzuladen in meine alte karte die meine guten globsower unentwegt ein schloss nennen ja lieber stechlin ihre karte das ist was anderes und um ihnen ganz die wahrheit zu sagen wenn sie mich nicht eingeladen hätten eigentlich ist es ja noch nicht geschehen aber ich greife bereits vor so hätt ich mich bei ihnen angemeldet das war schon lange mein plan in diesem augenblicke ging draußen die klingel es war melusine bringe den vätern respektive schwiegervätern allerschönste grüße die kinder sind jetzt mutmaßlich schon über wittenberg die große luther bzw apfelkuchenstation hinaus und in weniger als zwei stunden fahren sie in den dresdner bahnhof ein o diese glücklichen und dabei verwett ich mich armgard hat bereits sehnsucht nach berlin zurück vielleicht sogar nach mir kein zweifel sagte dubslav die gräfin selbst aber fuhr fort ehe man nämlich ganz abschied von den alten leben nimmt sehnt man sich noch einmal gründlich danach zurück freilich schwester armgard wird weniger davon empfinden als andere sie hat eben den liebenswürdigsten und besten mann und ich könnt ihn ja beinah beneiden trotzdem ich noch im abschiedsmoment einen wahren schreck kriegte als ich ihn sagen hörte dass er morgen vormittag mit ihr vor die sixtinische madonna treten wolle worte bei denen er noch dazu wie verklärt aussah und das finde ich einfach unerhört warum werden sie mich vielleicht fragen nun denn weil es erstens eine beleidigung ist sich auf eine madonna extrem zu freuen und wenn man eine braut oder gar eine junge frau zur seite hat und zweitens weil dieser geplante galeriebesuch einen mangel an disposition und ökonomie bedeutet der mich für woldemars ganze zukunft besorgt machen kann diese zukunft liegt doch am ende nach der agrarischen seite hin und richtige dispositionen bedeuten in der landwirtschaft so gut wie alles der alte graf wollte widersprechen aber melusine ließ es nicht dazu kommen und fuhr ihrerseits fort jedenfalls das ist nicht wegzudisputieren fährt unser woldemar jetzt in das land der madonnen hinein und will da mutmaßlich mit leidlich frischen kräften antreten wenn er sich aber schon in deutschland etappenweise vertut so wird er wenn er in rom ist wohl sein programm ändern und im café gavur eine berliner zeitung lesen müssen statt nebenan im palazzo farnese in kunst zu schwelgen ich sage mit vorbedacht eine berliner zeitung denn wir werden jetzt weltstadt und wachsen mit unserer presse schon über charlottenburg hinaus übrigens lässt wie das junge paar so auch die baronin bestens grüßen eine reizende frau herr von stechlin die grad ihnen besonders gefallen würde glaubt eigentlich gar nichts und geriert sich dabei streng katholisch das klingt widersinnig und ist doch richtig und reizend zugleich all die süddeutschen sind überhaupt viel netter als wir und die nettesten weil die natürlichsten sind die bayern sonnenuntergang der alte dubslav als er bald nach elf auf seinem granseer bahnhof eintraf fand da martin und seinen schritten bereits vor engelke hatte zum glück für warme sachen gesorgt denn es war inzwischen recht kalt geworden im ersten augenblicke tat dem alten in dessen coup die herkömmliche stickluft gebrütet hatte der draußen wehende ostwind überaus wohl sehr bald aber stellte sich ein frösteln ein schon tags zuvor bei beginn seiner reise war ihm nicht so recht zumute gewesen kopfweh druck auf die schläfe jetzt war derselbe zustand wieder da trotzdem nahm es leicht damit und sahen das sterngeflimmer über ihn die wie riesen besen aufragenden pappeln warfen dunkle groteske schatten über den weg während er die nach links und rechts hin liegenden toten schneefelder mit den wechselnden bildern alles dessen was ihn der zurückliegende tag gebracht hatte belebte da sah er wieder die mit rotem teppich belegte hotelmarmortreppe mit dem oberkellner in und im nächsten augenblicke den garnisonskirchen küster den er anfänglich für einen zur feier eingeladenen konsistorialrat gehalten hatte daneben aber stand die blasse schöne braut und die reizende bieg und schmiegsame melusine ja der alte barbie wenn er auf die sieht der hat's gut der kann es aushalten immer einen guten und klugen menschen um sich haben immer was hören und sehen was einen anlacht und erquickt das ist was aber ich ich für meinen teil gleich viel ob mit oder ohne schuld ich war immer nur auf ein pflichtteil gesetzt als kind weil ich faul war und als leutnant weil ich nicht recht was hatte dann kam ein lichtblick aber gleich danach starb sie die mir stab und stütze hätte sein können und durch all die dreißig jahre die seitdem kamen und gingen blieb mir nichts als engelke der noch das beste war und meine schwester adelheid gott verzeih mirs aber ein trost war die nicht immer bloß herbe wie ein holzapfel unter solchen betrachtungen fuhr er in das dorf ein und hielt gleich danach vor der tür seines alten hauses engelke war schon da half ihm und tat sein bestes ihn aus der schweren wolfsschuhe herauszuwickeln der immer noch fröstelnde stapfte dabei mit den füßen warf seinen staatshut den er unterwegs weil er ihn drückte wohl hundertmal verwünscht hatte mit der sichtlicher befriedigung beiseite und sagte gleich danach beim eintreten in sein zimmer ach das ist recht engelke du hast n feuer gemacht du weißt was einem alten menschen gut tut aber es reicht noch nicht aus obwohl unten noch heißes wasser ist so ein fester grog der sollte mir jetzt passen ich friere stein und pein heißwasser ist nicht mehr gnädiger herr aber ich kann jene kasserole aufstellen oder noch besser ich hole den petroleumkocher nein nein engelke nicht soviel umstände und das mag ich nicht und den petroleumkocher den erst recht nicht da kriegt man bloß kopfweh und ich hab schon genug davon aber bring mir den kognak und kaltes wasser und wenn man dann so halb und halb nimmt dann ist es so gut als wäre es ganz heiß gewesen engelke brachte was gefordert und eine viertelstunde danach ging dubslav zu bett er schlief auch gleich ein aber bald war er wieder wach und rußte nur noch so hin so kam endlich der morgen heran als engelke zu gewohnter stunde das frühstück brachte schleppte sich dubslav mühsam von seinem schlafzimmer bis an den frühstücksstisch aber es schmeckte ihm nicht engelke mir ist schlecht der fuß ist geschwollen und das mit dem cognac gestern abend war auch nicht richtig sage martin daß er nach gransee fährt und dr sponholz mitbringt und wenn sponholz nicht da ist der arme kerl kutschiert in einem fort herum ohne landpraxis geht es nicht dann soll er warten bis er kommt es traf sich so wie dubslav vermutet hatte sponholz war wirklich auf landpraxis und kam erst nachmittags zurück er aß einen bissen und stieg dann auf den stechliner wagen na martin was macht denn der gnädige herr joa herr doktor ick möht doch secken herr seitenbeeten verändert uß im wir schon nicht so recht letzten sündach und da mößt er ja nu grad nach berlin und ick weht schon wenn erst ehn nach berlin muß denn is auch immer watt los ich weht nicht was sie do mit den ollen menschen moacken ja martin das ist die große stadt da übernehmen sie sich denn und dann war ja auch hochzeit da werden sie wohl ein bißchen gepichelt haben und vorher die kalte kirche und dazu so viele feine damen daran ist der gnädige herr nicht mehr gewöhnt und dann will er sich berappeln und strengt sich an und da hat man dann gleich was weg es dämmerte schon als der kleine jagdwagen auf der rampe vorfuhr sponholz stieg aus und engelke nahm ihm den grauen mantel mit doppelkragen ab und auch die hohe lammfellmütze darin eher freilich das einzige an ihm das diese wirkung ausübte wie ein perser aussah so trat er denn bei dubslav ein der alte herr saß an seinem kamin und sah in die flamme nun herr von stechlin da bin ich war über land es geht jetzt scharf jeder dritte hustet und hat kopfweh natürlich influenza ganz verteubelte krankheit na die wenigstens hab ich nicht kann man nicht wissen ein bißchen fliegt jedem leicht an nun wo sitzt es dubslav wies auf sein rechtes bein und sagte stark geschwollen und das andere fängt auch an na wollen mal sehen darf ich bitten dubslav zog sein beinkleid herauf den strumpf herunter und sagte da ist die bescherung gicht ist es nicht ich habe keine schmerzen also was anderes sponholz tippte mit dem finger auf den geschwollenen fuß herum und sagte dann nichts von belang herr von stechlin einhalten diät wenig trinken auch wenig wasser das verdammte wasser drückt gleich nach oben und dann haben sie atemnot und von medizin bloß ein paar tropfen bitte bleiben sie sitzen ich weiß ja bescheid hier und dabei ging er an dubslavs schreibtisch heran schnitt sich ein stück papier ab und schrieb ein rezept das wird das beste sein kann bei der apotheke gleich mit vorfahren im vorflur nach verabschiedung von dubslav fuhr sponholz alsbald wieder in seinen mantel engelke half ihm und sagte dabei na herr doktor nichts nichts engelke martin mit seinem jagdwagen hielt noch wartend auf der rampe draußen und so ging es denn in rascher fahrt wieder nach der stadt zurück von wo der alte kutscher die tropfen gleich mitbringen sollte der winterabend dämmerte schon als martin zurück war und die medizin an engelke abgab der brachte sie seinem herrn mal sagte dieser als er das rundliche fläschchen in den händen hielt die granseer werden jetzt auch fein alles in rosa seitenpapier gewickelt auf einem angebundenen zettel aber stand herrn major von stechlin dreimal täglich zehn tropfen dubslav hielt die kleine flasche gegen das licht und tröpfelte die vorgeschriebene zahl in einen löffel voll wasser als er sie genommen hatte bewegte er die lippen hin und her etwa wie wenn ein kenner eine neue weinsorte probt dann nickte er und sagte ja engelke nu geht es los fingerhut der alte dubslav nahm durch mehrere tage hin seine tropfen ganz gewissenhaft und fand auch daß sich's etwas bessere die geschwulst ging um ein geringes zurück aber die tropfen nahmen ihm den appetit so daß er noch weniger aß als ihm gestattet war es war ein schöner frühmärzentag die mittagszeit schon vorüber dubslav saß an der weit offenstehenden glastüre seines gartensalons und las die zeitung es schien indes daß ihm das was er las nicht sonderlich gefiel ach engelke die zeitung ist es soweit ganz gut nur so für den ganzen tag ist sie doch zu wenig du könntest mir lieber ein buch bringen was für eines ist egal da liegt ja noch das kleine gelbe buch keine lupine mehr nein nein nicht so was lupine davon hab ich schon so viel gelesen das wechselt in einem pfort und eins ist so dumm wie das andere die landwirtschaft kommt doch nicht wieder obenauf oder wenigstens nicht durch so was bring mir lieber einen roman früher in meiner jugend sagte man schmöcker ja damals waren alle wörter viel besser als jetzt weißt du noch wie ich mir in dem jahre wo ich zivil wurde den ersten schniepel machen ließ schniepel ist auch in solchen wort und doch wahrhaftig besser als frack schniepel hat so was fideles einsegnung hochzeit kindtaufe gott gnädiger herr immer ist es doch auch nicht so die meisten schniepel sind doch wenn einer begraben wird richtig engelke wenn einer begraben wird das war ein guter einfall von dir früher würde ich gesagt haben zeitgemäß jetzt sagt man opportun hast du schon mal davon gehört ja gnädiger herr gehört hab ich schon mal davon aber nicht verstanden nein ich eigentlich auch nicht wenigstens nicht zu recht und du du warst ja nicht einmal auf schulen nein gnädiger herr alles in allem sei froh darüber aber engelke wenn du mir nur ein buch gebracht hast dann will ich mich in einem stuhl doch lieber gleich auf die veranda rausrücken es ist wie frühling heut solche guten tage muß man mitnehmen und bringe mir auch ne decke früher war ich nicht so fürs pimpelige jetzt aber heißt es besser bewahrt als beklagt in dem ganzen dreieck zwischen rheinsberg kloster wutz und gransee hatte sich die nachricht von des alten dubslav ernster erkrankung mehr und mehr herumgesprochen und es war wohl im zusammenhange damit daß ungefähr um dieselbe stunde wo dubslav und engelke sich über schniepel und opportun unterhielten ein einspänner auf die stechlinerrampe fuhr ein etwas sonderfahres gefährt dem der alte baruch hirschfeld langsam und vorsichtig entstieg engelke war ihm dabei behilflich und meldete gleich danach daß der alte da sei der alte baruch um gottes willen engelke was will denn der es ist ja doch glücklicherweise nichts los und so ganz aus freien stücken na lass ihn kommen und baruch hirschfeld trat gleich darauf ein dubslav in seine decke gewickelt begrüßte den alten aber baruch um alles in der welt was gibt es was bringen sie gleichviel übrigens ich freue mich sie zu sehen machen sie sich so bequem bis auf den drei latten eines gartenstuhls überhaupt möglich ist und dann noch einmal was gibt es was bringen sie herr major wollen entschuldigen es gibt nichts und ich bringe auch nichts ich kam da bloß so vorbei geschäfte mit herrn von gundermann und da wollte ich mir doch die freiheit genommen haben mal nach der gesundheit zu fragen habe gehört der herr major sei nicht ganz gut bei wege nein baruch nicht ganz gut bei wege beinah schon schlecht genug aber lassen wir das schlimme neue das alte war doch eigentlich besser das heißt dann und wann und manchmal denke ich so an alles zurück was wir so gemeinschaftlich miteinander durchgemacht haben und immer glatt herr major immer glatt ohne schwierigkeiten ja lachte dubslav gemacht hab ich keine schwierigkeiten aber gehabt hab ich genug und das weiß keiner besser als mein freund baruch und nun sagen sie mir vor allem was macht ihr isidor der große volksfreund ist er mit torgelow noch zufrieden oder sieht er daß sie auch da mit wasser kochen ich wundere mich bloß daß ein sohn von baruch hirschfeld sohn und firmateilhaber so sehr für den umsturz ist nicht für den umsturz herr major isidor wenn ich so sagen darf ist für die alte valuta aber nebenher hat er ein herz für die menschheit hat er na das ist recht und das herz für die menschheit das haben wir alle herr major und kommt uns dabei was heraus so haben wir wenn ich so sagen darf die dividende gott der gerechte wir brauchen's und weil ich rede von dividende will ich auch reden von hypothek wir haben da seit letzten freitagen kapital granseer bürger und will's hergeben zu dreieinhalb nu baruch des is hübsch aber im augenblick bin ich's nicht benötigt vielleicht später mal mein woldemar der hat wie sie wissen ne reiche partie gemacht und wer viel erheiratet der braucht auch viel man denkt immer dann hört es auf aber das ist falsch dann fängt es erst recht an unter allen umständen seien sie bedankt daß sie mal haben sehen wollen wie's mit mir steht ich kann leider nur wiederholen schlecht genug aber eine weile dauert es wohl noch und wenn auch nicht mit meinem sohn wird sich denk ich gerade so wie zwischen uns zwei beiden alles glatt abwickeln glatter noch und vielleicht können sie gemeinschaftlich mal was nettes heraus wirtschaften was ordentliches was großes was sie sehen lassen kann das heißt dann neue zeit und nun baruch müssen sie noch ein glas sherry nehmen in unserem alter ist das immer das beste sei's für sie der sie noch gut im gange sind ich darf bloß noch mit anstoßen eine viertelstunde später fuhr baruch auf seinem wägelchen wieder in den stechliner wald hinein und dachte wenig befriedigt über alles nach was er da drinnen gehört hatte die geträumten schloss stechlintage schienen mit einem male für immer vorüber alles was der alte herr da so nebenher von gemeinschaftlich heraus wirtschaften gesagt hatte war doch bloß ein stich eine picke gewesen ja baruch fühlte was wie verstimmung aber dubslav auch es war ihm zu sinn als hätte er seinen alten granseer geld und geschäftsfreund trotzdem er dessen letzte pläne nicht einmal ahnte zum ersten mal auf etwas heimlichem und verstecktem ertappt und als engelke kam um die sherryflasche wieder wegzunehmen sagte er engelke mit baruch ist es auch nichts ich dachte wunder was das für ein heiliger wär nun ist der pferdefuß doch schließlich rausgekommen wollte mir da geld auf hypothek beinahe aufzwingen als ob ich nicht schon genug davon hätte sonderbar unke mit seinem ewigen zweideutig wird am ende doch recht behalten überhaupt solche polizeimenschen mitm karabiner über die schulter das sind bei lichte besehen immer die feinsten menschenkenner ich ärgere mich dass ich es nicht eher gemerkt habe so dumm zu sein aber das mit der krankheit heute das war mir doch zu viel wenn sich die menschen erst nach krankheit erkundigen dann ist es immer schlimm eigentlich ist es jedem gleich wie's einem geht und ich habe sogar welche gekannt die sahen sich wenn sie so fragten immer schon die bilder und möbel an und dachten an nichts wie an auktion ende des sechsunddreißigsten kapitels auch die nächsten tage waren beinahe sommerlich taten dem alten wohl und erleichterten ihm das atmen er begann wieder zu hoffen sprach mit wirtschaftsinspektor und förster und war nicht voll bloß wie der erwachten interesse sondern überhaupt guter dinge so kam mitte märz heran der himmel war blau dubslav saß auf seiner veranda den kleinen springbrunnen vor sich und sah dabei das leichte weiße gewölk ziehen vom park her vernahm er den ersten finkenschlag er mochte wohl schon eine stunde so gesessen haben als engelke kam und den doktor meldete das ist recht spornholz dass sie kommen nicht um mir zu helfen das ist immer schlimm wenn einem erst geholfen werden soll nein um zu sehen dass sie mir schon geholfen haben diese tropfen es ist doch was damit wenn sie nur nicht so schlecht schmeckten ich muss mir immer einen ruck geben und dass sie so grün sind grün ist gift heißt es bei den leuten eigentlich eine ganz dumme vorstellung wiese sind auch grün und doch so ziemlich unser bestes ja es ist ein spezifikum und ich bin froh dass die digitalis hier bei ihnen wieder einmal zeigt was sie kann und ich bin doppelt froh weil ich mich auf sechs wochen von ihnen verabschieden muss auf sechs wochen aber doktor das ist in einer halbe ewigkeit haben sie schuldig gemacht und sollen in prison man könnte beinah so was denken denn solange gransee historisch beglaubigt feststeht ist noch kein doktor auf sechs wochen weg gewesen noch dazu ein kreisphysikus eine doktorexistenz gestattet solchen luxus nicht wie lebt man denn hier und wie hat man gelebt immer vorrunkel aufgeschnitten immer karbolwatte immer in den wagen gestiegen immer einem alten erdenbürger seinen entlassungsschein ausgestellt oder einen neuen erdenbürger geholt und nun sechs wochen weg wie ich meinen kreis wiederfinden werde nun vielleicht hat gott ein einsehen er ist doch wohl eigentlich der beste assistenzarzt und vor allem der billigste der andere den ich mir aus berlin habe verschreiben müssen ach und soviel schreiberei der ist teurer und meine reise kommt mich ohnehin schon teuer genug aber wohin denn doktor nach pfeffers pfeffers kenn ich nicht und was wollen sie da warum wozu meine frau laboriert an einem rheumatismus hochgradig schon nicht mehr schön und da ist dem pfeffers der letzte trumpf schweizerbad mit allen schikanen und wahrscheinlich auch mit allen kosten ein granseher der allerdings für geld gezeigt werden kann war schon mal an diesem merkwürdigen ort und hat mir denn auch eine beschreibung davon gemacht habe natürlich auch noch im bädeker nachgeschlagen und unter anderem einen fluss da verzeichnet gefunden der tamina heißt er erinnert ein bisschen an zauberflöte und klingt soweit ganz gut aber trotzdem eine tolle geschichte dies pfeffers soweit es nämlich als bad in betracht kommt ist es nichts als ein felsenloch ein großer backofen in den man hineingeschoben wird und da hockt man denn wie die indianer hocken und die dämpfe steigen siede heiß von unten herauf wer da nicht wieder zustande kommt der kann überhaupt einpacken übrigens will ich für meine person gleich mit hineinkriechen denn das darf ich wohl sagen wer so fünfunddreißig jahre lang durch kreis granse hin und her kutschiert ist mitunter bei ostwind der hat sich sein gliederreißen ehrlich verdient sonderbar daß der hauptteil davon auf meine frau gefallen ist ja sponholz in einer christlichen ehe freilich herr major freilich wiewohl das mit christlicher ehe auch immer bloß so so ist da hatten wir als ich noch militär war einen kompaniechirurgus richtige alte schule der sagte wenn er von so was hörte ja christliche ehe ganz gut kenn ich ist wie schinken in burgunder das eine ist immer da aber das andere fehlt ja sagte dubslav diese richtigen alten kompaniechirurgusse die hab ich auch noch gekannt blutige zyniker jetzt leider ausgestorben und in solchen pfefferschen backofen wollen sie sechs wochen zubringen nein herr von stechli nicht so lange bloß vier höchstens vier denn es strengt sehr an und wenn man nu doch schon mal da ist ich meine in der schweiz und da herum wo stellenweise schon italienisch gesprochen wird da will man doch schließlich auch gern in das gelobte land italia hineingucken und da haben wir denn also meine frau und ich vor von diesem pfeffers aus erst noch durch die via mala zu fahren den splügen hinauf oder auf irgendeinen andern pass und wenn wir dann einen blick in all die herrlichkeit drüben hineingetan haben dann kehren wir wieder um und ich für meine person ziehe mir wieder meinen grauen mantel an denn für die reise hab ich mir einen neuen balto bauen lassen und kutschiere wieder durch kreiskransee na sponholz das freut mich aber wirklich daß sie mal rauskommen und bloß wenn sie durch die via mala fahren da müssen sie sich in acht nehmen waren sie denn mal da herr major bewahre meine weltfahrten mit ganz schwachen ausnahmen lagen immer nur zwischen berlin und stechlin höchstens mal dresden und ein büßchen ins bayerische wenn man so gar nicht mehr weiß wo man hin soll fährt man natürlich nach dresden also via mala nie gesehen aber ein bild davon im allgemeinen ist bilderangucken auch nicht gerade mein fall und wenn die museums von mir leben sollten dann hätten sie mir leid indessen wie so der zufall spielt mal sieht man doch so was und war da auf dem via mala bild eine felsenschlucht mit figuren von einem sehr berühmten malermenschen der glaub ich böcking oder böckling hieß so einer wenn mir recht ist heißt böcklin wohl möglich daß es der gewesen ist ja sogar sehr wahrscheinlich nun sehen sie doktor da war denn also auf diesem bilde diese via mala mit einem kleinen fluss unten und über den fluss weg lief ein brückenbogen und ein zug von menschen es können aber auch ritter gewesen sein kam gerade die straße lang und alle wollten über die brücke sehr interessant und nun denken sie sich was geschieht da gerade neben dem brückenbogen dicht an der rechten seite tut sich mit einem male der felsen auf etwas wie wenn morgens ein richtiger spießbürger seine laden aufmacht und nachsehen will wie's wetter ist der aber der an dieser brücke davon ungefähr rausguckte hören sie spohnholz das war kein spießbürger sondern ein richtiger lindwurm oder so was ähnliches aus der sogenannten zeit der saurier also so weit zurück daß selbst der älteste adel die stechlinie mit eingeschlossen nicht dagegen ankern und dies biest als der herankommende zug eben den fluß passieren wollte war mit seinem aufgesperrten rachten bis dicht an die menschen und die brücke heran und ich kann ihnen bloß sagen spohnholz mir stand als ich das sah der atemstill weil ich deutlich fühlte nur noch einen augenblick dann schnappt er zu und die ganze bescherung ist weg ja herr von stechlin da hat man bloß den trost daß die saurier soviel ich weiß seitdem ausgestorben sind aber meiner frau will ich diese geschichte doch lieber nicht erzählen die krieg nämlich mitunter ohnmachten in doktorhäusern ist immer was los dubslav nickte und nur das eine möchte ich ihnen noch sagen herr von stechlin mit der digitalis immer ruhig so weiter und wenn der appetit nicht wiederkommt lieber nur zweimal täglich und nie mehr als zehn tropfen und wenn sie sich unpass fühlen mein stellvertreter ist von allem unterrichtet er wird ihnen gefallen neue schule moderner mensch aber doch nicht soviel davon so wenigstens hoff ich und jedenfalls sehr bescheid an seinem namen er heißt nämlich moscheles dürfen sie nicht anstoß nehmen er ist aus brünn gebürtig und da heißen die meisten so der alte drückte mit allem seine zustimmung aus auch mit dem namen trotzdem dieser ihm quälende erinnerungen weckte schon vor etlichen fünfzig jahren habe er musikstücke spielen müssen die alle auf den namen moscheles liefen aber das wolle er dem in sicht stehenden nicht weiter entgelten lassen und nach diesen beruhigenden versicherungen empfahl sich sponholz und fuhr zu weiteren abschiedsbesuchen in die grafschaft hinein am zweitfolgenden tage brachen die sponholz'schen eheleute von granse nach pfeffers hin auf die frau sehr leidend war schweigsam er aber befand sich in einem hochgradigen reisefieber was sich als sie draußen auf dem bahnhof angelangt waren in immer wachsender gesprächigkeit äußerte mehrere freunde meistlogenbrüder hatten ihn bis dahinaus begleitet sponholz kam hier sofort vom hundertsten aufs tausendste ja unser guter stechli mit dem steht es so so baruch hat ihn auch gesehen und ihn einigermaßen verändert gefunden und sie kirchstein sie schreiben mir natürlich wenn der junge burmeister eintritt ich weiß er will nicht recht bloß der vater will und soll sogar von hokus pokus gesprochen haben aber dergleichen muss man leicht nehmen unwissenheit verkennungen über sowas sind wir weg viel feind viel ehr nun es noch einmal zu sagen der alte drüben in stechlin macht mir sorge man muß aber hoffen bei gott ist kein ding unmöglich und zu moscheles hab ich vertrauen ihn auskultieren zu sehen ist ein wahres vergnügen für nen fachmann so klang was sponholz noch in letzter minute vom coupfenster aus zum besten gab alles am meisten aber das über den alten stechlin gesagte wurde weitergetragen und drang bis auf die dörfer hinaus so namentlich auch bis nach quaden hennersdorf zu supper in den koseleger der seit kurzem mit ermintrud einen lebhaften verkehr unterhielt und angeregt durch die mit jedem tage kirchlicher werdende prinzessin einen energischen vorstoß gegen den unglauben und die in der grafschaft überhandnehmende laxheit plante koseleger sowohl wie die prinzessin wollten zu diesem zwecke beim alten dubslauf als nächstem objekt einsetzen und hielten sein asthma für den geeignetsten zeitpunkt in einem briefe der prinzessin an koseleger hieß es dementsprechend ich will die gute gesinnung des alten herrn in nichts anzweifeln außerdem hat er etwas ungemeiner fabels ich bin ihm menschlich durchaus zugetan aber sein prinzip das nichts höheres kennt als leben und leben lassen hat in unserer gegend alle möglichen irrtümer und sonderbarkeiten ins kraut schießen lassen nehmen sie beispielsweise diesen krippenstapel und nun den lorenzen selbst katzler mit dem ich gestern über unseren plan sprach hat mich gebeten mit rücksicht auf die krankheit des alten herrn wenigstens vorläufig von allem abstand zu nehmen aber ich habe ihm widersprechen müssen krankheit so viel ist richtig macht schroff und eigensinnig aber in bedrängten momenten auch wiederum ebenso gefügig und es sind wohl auch hier wiederum gerade die auferlegungen und bitternisse daraus ein segen für den kranken und jedenfalls für die gesamtheit unseres kreises entspringen wird unter allen umständen aber muß uns das bewusstsein trösten unsere pflicht erfüllt zu haben es war eine woche nach sponholz abreise daß ermintrud diese zeilen schrieb und schon am andern vormittag fuhr koseleger der mit der prinzessin im wesentlichen derselben meinung war auf die stechliner rampe gleich danach trat engelke bei dubslav ein und meldete den herrn superintendenten superintendent koseleger ja gnädiger herr superintendent koseleger er sieht sehr wohl aus und ganz blank was es doch für merkwürdige tage gibt heute du sollst sehen ist wieder so einer mit moscheles fing's an sage dem herrn superintendenten ich ließe bitten ich komme hoffentlich zu guter stunde herr von stechlin zur allerbesten herr superintendenten eben war der neue doktor hier und eine viertelstunde wenn's mit dem präsenten medico nur ein ganz klein wenig auf sich hat muss solche doktor gegenwart doch wohl noch nachwirken sicher sicher und dieser moscheles soll sehr gescheit sein die wiener und prager verstehen es namentlich alles was nach der seite hin liegt ja sagte dubslav nach der seite hin und wies auf brust und herz aber offen gestanden nach mancher andern seite hin ist mir dieser moscheles nicht sehr sympathisch er faßt seinen stock so sonderbar an und schlenkert auch so ja so was muß man unter umständen mit in kauf nehmen und dann heißt es ja auch der major von stechlin habe mehr oder weniger einen philosophischen zug den hat der major von stechlin auch wirklich weil er unchristlichkeit nicht leiden kann und prinzipien reitereien erst recht nicht ich gehöre zu denen die sich immer den einzelfall ansehen aber freilich mancher einzelfall gefällt mir nicht so zum beispiel der hier mit dem neuen doktor und auch mein alter baruch hirschfeld den der herr superintendent muss mutmaßlich kennen werden auch der gefällt mir nicht mehr so recht ich hielt große stücke auf ihn aber vielleicht dass sein sohn isidor schuld ist mit einem mal ist der pferdefuß rausgekommen ja lachte koseleger der kommt immer mal raus und nicht bloß bei barrow ich muß aber sagen das alles hat mit der rasse viel viel weniger zu schaffen als mit dem jeweiligen beruf da war ich eben bei der frau von gundermann und da war auch so was in gewissem sinne ja natürlich ein bisschen anders weil es sich um etwas weibliches handelte stütze der hausfrau und da bändelte sich denn so leicht so was an eben diese stütze der hausfrau war bis vor kurzem noch erzieherin und mit erzieherinnen alten und jungen hat's immer einen haken wie mit den lehrern überhaupt es liegt im beruf und der seminarist steht oben an ich kann mich nicht erinnern sagte dubslav in unserer gegend irgend etwas gröblich verletzliches erlebt zu haben ich bin missverstanden beschwichtigte koseleger und rieb sich mit einem gewissen behagen seine wohlgepflegten hände nichts von vergehungen auf erotischem gebiet wie wohl bei den gundermanns die grad in diesem punkte viel heimgesucht werden auch diesmal wieder ich möchte sagen diese kleine nebenform angenommen hatte nein der große seminaristen pferdefuß an den ich bei meiner ersten bemerkung dachte trägt ganz andere signaturen unbotmäßigkeit überschätzung und in folge davon ein eigentlichlichst bestreben sich von den heilsgütern loszulösen und die befriedigung des inneren menschen in einer falschen wissenschaftlichkeit zu suchen ich will das nicht loben aber auch solche falsche wissenschaftlichkeit zählt dächtig in unserer alten grafschaft zu den allerseltensten ausnahmen nicht so sehr als sie vermuten herr major und aus ihrer eigenen stechlinerschule sind mir klagen kirchlich gerichteter eltern über solche dinge zugegangen allerdings altlutheraner aus der globsower gegend indessen so lästig diese leute zu zeiten sind so haben sie doch andererseits den ernst des glaubens und finden wie sie sich in einem skriptum an mich ausgedrückt haben in der krippenstapelschen lehrmethode diesen ernst des glaubens ach vernachlässigt dubslav wiegte den kopf hin und her und hätte trotz allem respekt vor dem vertreter einer kirchlichen behörde wahrscheinlich ziemlich scharf und spitz geantwortet wenn ihm nicht alles was er da hörte gleichzeitig in einem heiteren licht erschienen wäre krippenstapel sein krippenstapel er der den alten fritzen so gut wie den katechismus aber den katechismus auch reichlich so gut wie den alten fritzen kannte krippenstapel sein großartiger bienenvater sein korrespondierendes mitglied märkisch historischer vereine die seele seines museums sein guter freund dieser krippenstapel sollte den ernst des glaubens verkannt haben bei ihm sollte der seminaristen hochmut zu gemeingefährlichem ausbruch gekommen sein wohl entsann er sich in eigenster person was in ihm diesem augenblick ein wenig verstimmte gelegentlich sehr ähnliches gesagt zu haben aber doch immer nur scherzhaft und wenn zwei dasselbe tun so ist es nicht mehr dasselbe traf dieser satz je zu so hier er erhob sich also mit einiger anstrengung von seinem platz ging auf koseleger zu schüttelte ihm die hand und sagte herr superintendent so wie sie's da sagen so kann es nicht sein von richtigen altlutheranern gibt es hier überhaupt nichts und am wenigsten in die glauben sozusagen gar nichts ich schwittere da was von intrige da stecken andere dahinter bei meinem alten baruch ist der pferdefuß rausgekommen aber bei meinem alten krippenstapel ist er nicht rausgekommen und wird auch nicht rauskommen weil er überhaupt nicht da ist meinen krippenstapel den kenn ich koseleger weltmann wie er war lenkte rasch ein und sprach von konventiklerbeschränktheit und gab die möglichkeit einer intrige zu natürlich wird es einem schwer in diesem erdenwinkel an derlei dinge zu glauben denn intrige zählt ganz eminent zu den höheren kulturformen intrige hat hier in unserer alten grafschaft glaub ich noch keinen boden aber andererseits ist es doch freilich wahr daß heute die verwerflichkeiten ja selbst die verbrechen und laster nicht bloß im gefolge der kultur auftreten sondern umgekehrt ihr voranschreiten als beklagenswerte herolde falscher gesittung bedenken sie was wir neuerdings in unseren äquatorialprovinzen erlebt haben die zivilisation ist noch nicht da und schon haben wir ihre gräuel man erschauert wenn man davon liest und freut sich der kleinen und alltäglichen verhältnisse darin der wille gottes uns gnädig stellte nach diesen worten die was von einem guten abgang hatten erhob sich koseleger und der alte seinerseits seinen arm in den des superintendent einhakend um sich wie er sagte auf die kirche zu stützen begleitete seinen besuch bis wieder auf die rampe hinaus und grüßte noch mit der hand als der wagen schon über die bohlenbrücke fuhr dann wandte er sich rasch an engelke der neben ihm stand und sagte engelke schade dass ich mit dir nicht wetten kann lust hätt ich heute kommt noch wer du wirst es sehen eine woche lang lässt sich keine katze blicken aber wenn unser schicksal erst mal einen schluss gefasst hat dann kann es sich auch wieder nicht genug tun man gewinnt dreimal das große los oder man stößt sich dreimal den kopf und immer an derselben stelle es schlug zwölf als dubsla vom portal hier wieder den flur passierte dabei sah nach dem hippenmann hinauf und zählte die schläge zwölf sagte er und um zwölf ist alles aus und dann fängt der neue tag an es gibt freilich zwei zwölfen und die zwölf die da oben jetzt schlägt das ist die mittags zwölf aber mittag wo bist du sonne geblieben all dem weiter nachhängend wer jetzt öfter tat kam er an seinen kaminplatz und nahm eine zeitung in die hand er sah jedoch kaum darauf hin und beschäftigte sich während er zu lesen schien eigentlich nur mit der frage wer wohl heute noch kommen könne und dabei neben anderen personen aus seiner umgebung auch an lorenzen denkend kam er zu dem schlußresultat daß ihm lorenzen mit all seinem neuen unsinn doch am ende lieber sei als koseleger mit seinen heilsgütern von denen er wohl zwei dreimal gesprochen hatte ja die heilsgüter die sind ganz gut versteht sich ich werde mich nicht so versündigen die kirche kann was ist was und der alte luther nu der war schon ganz gewiss was weil er ehrlich war und für seine sache sterben wollte nah dran war er eigentlich kommt es doch immer bloß darauf an dass einer sagt dafür sterbe ich und es dann aber auch tut für was ist beinahe gleich das will überhaupt so was kann wie sich opfern das ist das große natürlich mag es ja falsch sein was ich da sage aber was sie jetzt sittlich nennen und manche sagen auch schönheitlich aber das ist ein zu tolles wort also was sie jetzt sittlich nennen so bloß auf das hin angesehen das ist das persönliche sich einsetzen und für was sterben können und wollen doch das höchste mehr kann der mensch nicht aber koseleger der will leben und während er noch so vor sich hin seinen faden spann war sein gutes altes faktotum eingetreten an das er denn auch ohne weiteres und bloß zu eigenem ergötzen die frage richtete nicht wahr engelke der aber hörte gar nichts mehr so sehr war er in verwirrung und stotterte nur aus sich heraus ach gottknetiger herr nun ist es doch so gekommen wie was die frau gemahlin von unserem herrn oberfürst was die prinzessin ja die frau katzler doch laucht alle wetter engelke da haben wir's aber ich hab's ja gesagt ich wußt es wie so ein tag anfängt so bleibt er so geht es weiter und wie das hier durcheinander liegt alles wie kraut und rüben nimm die zudecke weg ach was zudecke die reine pferdedecke wir müssen eine andere haben und nimm auch die grünen tropfen weg daß es nicht gleich aussieht wie ne krankenstube die prinzessin aber engelke flink ich lasse bitten ich lasse die frau oberförsterin bitten dubslav rückte sich so gut es ging zurecht im übrigen aber hielt er's in seinem desolaten zustande doch für besser in seinem rollstuhl zu bleiben als der prinzessin entgegen zu gehen oder sie durch einen sicher heben von seinem sitz mehr oder weniger feierlich zu begrüßen er mintrud passte sich seinen intentionen denn auch an und gab durch eine gemessene handbewegung zu verstehen das sie nicht zu stören wünsche gleich danach legte sie den rechten arm auf die lehne eines nebenstehenden stuhles und sagte ich komme herr von stechlin um nach ihrem befinden zu fragen katzler sie nannte ihn unter geflissentlicher vermeidung des allerdings plebäischen mein mann immer nur bei seinem familiennamen hat mir von ihrem unwohlsein erzählt und mir empfehlungen aufgetragen ich hoffe es geht besser dubslav dankte für soviel freundlichkeit und bat das um ihn her herrschende übermaß von ordnung entschuldigen zu wollen wo die weibliche hand fehlt fehlt alles er fuhr noch eine weile sofort in allerlei worten und wendungen wie sie ihm von alter zeit her geläufig waren eigentlich aber war er wenig bei dem was er sagte sondern hing ausschließlich an dem halb nonnen halb heiligen bildartigen ihrer erscheinung das durch einen großen aus mattweißen kugeln bestehenden hals schmuck samt elfenbein kreuz noch gesteigert wurde sie musste jedem auch dem kritischsten auffallen und dubslav der so sehr er dagegen ankämpfte ganz unter der vorstellung ihrer prinzessin in schaft stand vergaß auf augenblicke krankheit und alter und fühlte sich nur noch als ritter seiner dame daß sie stehen blieb war ihm im ersten augenblick störend bald aber war es ihm recht weil ihm einleuchtete daß ihr bild erst dadurch zu voller wirkung kam ermittrud selbst war sich dessen auch voll bewusst und frau genug auf diese vorzüge nicht ohne not zu verzichten ich höre dass dr sponholz den ich als arzt sehr schätzen gelernt habe seine kranken während er im pfeffers ist seinem jungen stellvertreter anvertraut hat junge ärzte sind meist klüger als die alten aber doch weniger ärzte man bringt außerdem dem alter mehr vertrauen entgegen alte doktoren sind wie beichtiger vor denen man sich gern offenbart freilich können sie den geistlichen zuspruch nicht voll ersetzen der in jeder ernstlichen krankheit doch das eigentlich heilsame bleibt ärzte selbst ich habe einen teil meiner jugend in einem diakonistenhaus verbracht ärzte selbst wenn sie ihren beruf recht verstehen urteilen in diesem sinne sogenannte medikamente sind und bleiben ein armer notbehelf alle wahre hilfe fließt aus dem wort aber freilich das richtige wort wird nicht überall gesprochen dubslav sah etwas unruhig um sich her es war ganz klar dass die prinzessin gekommen war seine seele zu retten aber woher kam ihr die wissenschaft dass seine seele dessen bedürftig sei das verlohnte sich doch in erfahrung zu bringen und so bezwang er sich denn und sagte gewiss doch lauch das wort ist die hauptsache das wort ist das wunder es lässt uns lachen und weinen es erhebt uns demütigt uns es macht uns krank und macht uns gesund ja es gibt uns erst das wahre leben hier und dort und dies höchste wort das haben wir in der bibel daher nehme ich's und wenn ich manches wort nicht verstehe wie wir die sterne nicht verstehen so haben wir dafür die deuter gewiss aber es gibt der deuter so viele ja lachte dubslav und wer die wahl hat hat's die qual aber ich persönlich ich habe keine wahl denn genauso wie mit dem körper so steht es für mich auch mit der seele man behilft sich mit dem was man hat nehme ich da zunächst meinen armen elenden leib da sitzt es mir hier und steigt und drückt und quält mich und ängstigt mich und wenn die angst groß ist dann nehme ich die grünen tropfen und wenn er sich immer mehr quält dann schicke ich nach gransee hinein und dann kommt spornholz das heißt wenn er gerade da ist ja dieser spornholz ist auch ein wissender und ein deuter sehr wahrscheinlich dass es klügere und bessere gibt aber in ermangelung dieser besseren muss er für mich ausreichen er mit rud nickte freundlich und schien ihre zustimmung ausdrücken zu wollen und fuhr dubslav fort ich muss es wiederholen genauso wie mit dem leib so auch mit der seele wenn sich meine arme seele ängstigt dann nehm ich mir trost und hilfe so gut ich sie gerade finden kann und dabei denk ich dann der nächste trost ist der beste den hat man am schnellsten und wer schnell ist der gibt doppelt eigentlich muß man das lateinisch sagen ich rufe mir spornholz weil ich ihn wenn benötigt in ziemlicher nähe habe den andern aber den arzt für die seele den hab ich glücklicherweise noch näher und brauche nicht einmal nach gransee hinüber zu schicken alle worte die vom herzen kommen sind gute worte und wenn sie mir helfen und sie helfen mir so frage ich nicht viel danach ob es sogenannte richtige worte sind oder nicht ermintrud richtete sich höher auf ihr bis dahin verbindliches lächeln war sichtlich in raschem hinschwinden überdies schloss dubslav seine bekenntnisrede was sind die richtigen worte wo sind sie sie haben sie herr von stechlin wenn sie sie haben wollen und sie haben sie nah wenn auch nicht in ihrer unmittelbarsten nähe mich persönlich haben diese worte während schwerer tage gestützt und aufgerichtet ich weiß er hat feinde voran im eigenen lager und diese feinde sprechen von schönen worten aber soll ich mich einem heilswort verschließen weil es sich in schönheit kleidet soll ich eine mich segne die hand zurückweisen weil es eine weiche hand ist sie haben spornholz genannt unser superintendent liegt wohl weit über diesen hinaus und wenn es nicht eitel und vermessen wäre würde ich eine gnädige fügung darin zu sehen glauben dass er an diese sterile küste verschlagen werden musste gerade mir eine hilfe zu sein aber was er an mir tat kann er auch an andern tun er hat eben das was zum sie geführt wer die seele hat hat auch den leib unter diesen worten war ermittrud von ihrem stuhl an dubslav herangetreten und neigte sich über ihn um ihm halb wie segnend die stirn zu küssen das elfenbein kreuz berührte dabei seine brust sie ließ es eine weile da ruhen dann aber trat sie wieder zurück und sich zweimal unter hoheitsvollem gruß verneigend verließ sie das zimmer engelke der draußen im flur stand eilte vorauf ihr beim einsteigen in den kleinen katzlerschen jagdwagen behilflich zu sein als dubslav wieder allein war nahm er das schüreisen das grad vor ihm auf dem kaminstein lag und fuhr in die halb niedergebrannten scheite die flamme schlug auf und etliche funken stoben arme durchlaucht es ist doch nicht gut wenn prinzessinnen in oberförsterhäuser einziehen sie sind dann aus ihrem fahrwasser hinaus und greifen nach allem möglichen um in der selbst geschaffenen alltäglichkeit nicht unterzugehen einen besseren trostspender als koseleger konnte sie freilich nicht finden er gab ihr den trost dessen sie selber bedürftig ist im übrigen mag sie sich aufrichten lassen von wem sie will der alte auf stsouci mit seinem nach der eigenen fasson selig werden hat's auch darin getroffen gewiß aber wenn ich euch eure fasson lasse so lasst mir auch die meine wollt nicht alles besser wissen kommt mir nicht mit anzettelungen erst gegen meinen guten krippenstapel der kein wässerchen trübt und nun gar gegen meinen klugen lorenzen der euch alle in die tasche steckt an ihn persönlich wagen sie sich nicht dran und da kommen sie nun zu mir und wollen nicht umstimmen und denken weil ich krank bin muß ich auch schwach sein aber da kennen sie den alten stechlin schlecht und er wird nun wohl seinen märkischen dickkopf aufsetzen auch sogar gegen ippe büchsenstein und die elfenbeinkugeln die ja schon der reine rosenkranz sind und es wird auch noch so was eigentlich bin ich übrigens selber schuld ich habe mir doch den prinzesslichen augenaufschlag und die vier kindergräber im garten zu sehr imponieren lassen aber es fällt doch allmählich wieder ab und ein glück dass ich meinen engelke habe vor erregung war er aus seinem rollstuhl aufgestanden und drückte auf den klingelknopf engelke geh zu lorenzen und sage ihm ich ließe ihn bitten er soll denn aber heute auch der letzte sein denke dir engelke sie wollen mich bekehren aber gnädiger herr das ist ja doch das beste gott nun fängt er auch noch an ende des siebenunddreißigsten kapitels lorenzen kam nicht er war nach reinsberg wo die geistlichen aus dem östlichen teil der grafschaft eine konferenz hatten aber statt lorenzen kam dr moscheles und sprach von allem möglichen erst ganz kurz von dubslavs zustand den er nicht gut und nicht schlecht fand dann von koseleger von katzler auch von sponholz von dem ein brief eingetroffen war am ausführlichsten aber von rechtsanwalt katzenstein und von torgelo ja dieser torgelo sagte moscheles es war ein mißgriff ihn zu wählen und wenn es noch nötig gewesen wäre wenn die partei keinen bessern gehabt hätte aber da haben sie denn doch noch ganz andere leute dubslav war davon wenig angenehm berührt weil er aus der persönlichen niedrigstellung torgelos die hochstellung der torgeloschen partei herausführte der besuch hatte wohl eine halbe stunde gedauert als moscheles wieder fort war sagte dubslav engelke wenn er wiederkommt so sag ihm ich sei nicht da das wird er natürlich nicht glauben weiß er doch am besten daß ich an mein zimmer und meinen rollstuhl gebunden bin aber trotzdem ich mag ihn nicht es war eine dummheit von sponholz sich gerade diesen auszusuchen solchen allerneuesten der nach sozialdemokratie schmeckt und dabei seinen stock so sonderbar anfasst wie man grad in der mitte und dazu auch noch n roten schlips es sind aber schwarze käfer drin ja die sind drin aber ganz kleine das machen sie so damit es nicht jeder gleich merkt was geisteskind so einer ist und wohin er eigentlich gehört aber ich merk es doch auch wenn er an kaiser wilhelms geburtstag mit ner papiernen kornblume kommt also du sagst ihm ich sei nicht da widersprach nicht er hatte jedoch so seine gedanken dabei der alte doktor ist weg und den neuen will er nicht und den aus wutz will er auch nicht weil der so viel mit der domina zusammenhockt und dabei kommt er doch immer mehr runter er denkt es ist noch nicht so schlimm aber es ist schlimm ist genauso wie mit und klughuhn sagte mir schon vorige woche engelke glaube mir es wird nichts ich weiß bescheid das war am montag am freitag fuhr moscheles wieder vor und verfärbte sich als engelke sagte der gnädige herr sei nicht da so so nicht da das war doch etwas stark moscheles stieg also wieder auf seinen wagen und bestärkte sich während er nach gransee zurückfuhr in seinen durchaus ablehnenden anschauungen über den derzeitigen gesellschaftszustand einer ist wie der andere was wir brauchen ist ein general kladradatsch krach tabula rasa zugleich war er entschlossen von einem erneuten krankenbesuch abzustehen der gnädige herr auf von und zu stechlin kann mich ja rufen lassen wenn er mich braucht hoffentlich unterlässt er's dieser wunsch erfüllte sich denn auch dubslav ließ ihn nicht rufen wie wohl guter grund dazu gewesen wäre denn die beschwerden wuchsen plötzlich wieder und wenn sie zeitweilig nachließen waren die geschwollenen füße sofort wieder da engelke sah das alles mit sorge was blieb ihm noch vom leben wenn er seinen gnädigen herrn nicht mehr hatte jeder im haus mißbilligte des alten eigensinn und martin als er eines tages vom stall her in die nebenangelegene niedrige stube trat wo seine frau kartoffeln schälte sagte zu dieser ich weht nit mutter warum he den jungschen doktor rutt grunen tät de jungsche is doch klöger als de olle sponholz isst du hemmet man bloß de glopp so wohl über sponholzen hüren joa olle sponholzer secken sie ja des is so huit ganz gut avers her seck man immer kinnings krank is er eigentlich nicht her brugt man bloß ne supp mit dem beten wat in ja sponholz der kann so wat secken der hätt wat datow avers die glopp so aber wo soll dene suppe herkriegen mit dem beten wat in so verging tag um tag und dubslav dem herzlich schlecht war sah nun selber dass er sich in jedem punkte übereilt hatte moscheles war doch immerhin ein richtiger stellvertreter gewesen und wenn er jetzt einen andern nahm so traf das sponholzen auch mit und das mochte er nicht in dieser notlage seiner hin und her und eines tages als er mal wieder in rechter bedrängnis und atemnot war rief er engelke und sagte engelke mir is schlecht aber rede mir nich von dem doktor ich mag unrecht haben aber ich will ihn nicht sage wie steht das eigentlich mit der buschen sie soll ja doch letzten herbst uns kossett rohrbeckens frau wieder auf die beine gebracht haben ja die buschen na was meinst du ja die buschen die weiß bescheid versteht sich man bloß daß sie ne richtige alte hexe ist und um walburgis weiß keiner wo sie ist und die mädchen gehen sonnabends auch immer hin wenn's schummert und unke hatte auch schon welche notiert und beim landrat anzeige gemacht aber sie streiten alle stein und bein und ein paar haben auch schon geschworen sie wüßten von gar nichts kann ich mir denken und vielleicht war's auch nicht so schlimm und dann engelke wenn du meinst daß sie so gut bescheid weiß da wär's am ende das beste du gingst mal hin oder schicktest wen denn deine alten beine wollen auch nicht mehr so recht und außerdem is schlackerwetter und wenn du mir auch noch krank wirst du habest ja keine katze mehr die sich um mich kümmert woldemar ist weit weg und wenn er auch in berlin wäre da hat er ja doch seinen dienst und seine schwadron und kann nicht den ganzen tag bei seinem alten vater sitzen und außerdem kranken pflegen ist überhaupt was schweres darum haben die katholiken auch nen eigenen segen dafür ja die verstehen es so was verstehen sie besser als wir nein gnädiger herr besser wohl doch nicht na lassen wir's so was ist immer schwer festzustellen und weil heutzutage so vieles schwer festzustellen ist haben sich ja die menschen auch das angeschafft was sie eine encäte nennen keiner kann sich freilich so recht was dabei denken ich gewiß nicht weißt du was es ist nein gnädiger herr siehst du du bist eben ein vernünftiger mensch das merkt man gleich und hast auch ein einsehen davon dass es eigentlich am besten wäre wenn ich zu der buschen schicke was die leute von ihr reden geht mich nichts an und ich bin ja auch kein mädchen und unke wird mich ja wohl nicht aufschreiben engelke lächelte na gnädiger herr dann werde ich mal unten mit unserem mamsell pritzburg sprechen die kann die lütte marie rausschicken marieken ist letzten michaelis erst eingesegnet aber sie war auch schon da noch an demselben nachmittag erschien die buschen im herrenhause sie hatte sich für den besuch etwas zurecht gemacht und trug ihre besten kleider auch ein neues schwarzes kopftuch aber man konnte nicht sagen dass sie dadurch gewonnen hätte fast im gegenteil wenn sie so mit nem sack über die schulter oder mit ner kippe voll reisig aus dem wald kam sah man nichts als ein altes armes weib jetzt aber wo sie bei dem alten herrn eintrat und nicht recht wußte warum man sie gerufen sah man ihr die verschlagenheit an und dass sie für all und jedes zu haben sei sie blieb an der tür stehen na burschen kommt man ran und stellt euch da ans fenster daß ich euch besser sehen kann es ist ja schon ganz schummrig sie nickte ja mit mir ist nicht mehr viel los buschen und nun ist auch noch sponholz weg und den neuen berlinschen den mag ich nicht ihr sollt ja kossett rohrbeckens frau damals wieder auf die beine gebracht haben mit mir ist es auch so was habt ihr courage mich in die kur zu nehmen ich zeig euch nicht an wenn einem einer hilft ist alles andere gleich also nichts davon und es soll euer schaden nicht sein ich weht joa gnädige herr sie wehren joa nicht und denn die lüht die denken immer ich kann hexen und all so wat ich kann aber joa nix und heb mein bloten beten liebstöckel und wachholder und allermannsharnisch und alles blot weh ziehen muß und die gerichten könne mi nix dohn ist mir lieb und geht mich übrigens auch nichts an mit so was komm ich auch nicht kann gerichte selber nicht gut leiden und nun sagt mir buschen wollte den fuß sehn einer ist genug der andere sieht ebenso aus oder doch beinahe nein gnädiger herr luatensmann ich weht joa wie dat is erst sittet hier ob de post und dann sagt es sich und dann sittet hier unten und is all eh'n und des sülvige da möht allen so rutt und wenn es rutt ist dann drückt es nicht mehr und dann können sie wieder gapsen gut leuchtet mir ein et muss rutt sagt ihr und das sag ich auch aber womit wollt ihr's rutt bringen das is die sache welche mittel welche wege joa die mittel heb ich und heben wir erst die mittel dann finden sie hock die weg ich schick hütt noch agnesen mit wehtüten agnes dat is kerlinen er liet dirn ich weiß ich weiß und agnes die solle den unnen in den küch ggoan der mamsell pritzbuer und der pritzbuer und der solle den teemwacken vom gnädigen herrn morgens u de witte tüt und abends u s de blue tüt und ümmermann gestrichenen eßlöffel voll und net wo viel water aber s pullern mült des und wenn de tüten all sehn dann et et rutt dat water nimmt dat water weg na gut buschen wir wollen das alles so machen und ich bin nicht bloß ein geduldiger kranker ich bin auch ein gehorsamer kranker nun will ich aber bloß noch wissen was ihr mir da in euren tüten schicken wollt in der weißen und in der blauen ist doch kein geheimnis nein gnädiger herr na also in de wiete tüt ist bärlapp und in de blue tüt ist was de lüt hier kattenbotnen versteh versteh lächelte dubslav und dann sprach er wie zu sich selbst nur ja nur ja dat kann schon helfen dazwischen liegt eigentlich die ganze weltgeschichte mit bärlapp zum einstreuen fängt die süße gewohnheit des daseins an und mit katzenpfötchen hört es auf so verläuft es katzenpfötchen die gelben blumen daraus sie die letzten kränze machen na wir wollen sehn an demselben abend kam agnes und brachte die beiden tüten und es geschah was beinah über alles erwarten hinaus lag es wurde wirklich besser die geschwulst schwand und dubslav atmete leichter an diesem hexenspruch den er wenn er mit engelkäpp plauderte gern zitierte richteten sich seine hoffnungen und seine lebensgeister wieder auf er war auch wieder für bewegung und ließ wenn es das wetter irgendwie gestattete seinen rollstuhl nicht bloß auf die veranda hinausschieben sondern fuhr auch um das rundell herum und sah dem kleinen springbrunnen zu der wieder sprang ja es kam ihm vor als ob er höher sprenge findest du nicht auch engelke vor vier wochen wollte er nicht aber es geht jetzt wieder alles geht wieder und es ist eigentlich dumm ohne hoffnung zu leben wozu hat man sie denn engelke nickte bloß und legte die zeitungen die gekommen waren auf einen neben dem frühstückstisch stehenden gartenstuhl zuunters die kreuzzeitung als fundament und dann die post und zuletzt die briefe die meisten waren offen anzeigen und anpreisungen nur einer war geschlossen ja sogar gesiegelt poststempel berlin gib mir mal das papiermesser daß ich ihn manierlich aufschneiden kann er sieht nach was aus und die handschrift ist wie von ner dame bloß ein bißchen zu dicke grundstriche ist am ende von der gräfin engelke sagte dubslav du wirst mir zu klug natürlich ist er von der gräfin hier ist ja die krone wirklich es war ein brief von melusine samt einer einlage melusinens zeilen aber lautete am schluss und nun bitte ich ihnen einen brief beilegen zu dürfen den unsere liebe baronin berchtesgaden gestern aus rom erhalten hat und zwar von armgard deren volles glücklich aus diesem brief und allerhand kleinen ihrem charakter eigentlich fernliegenden übermütigkeiten erst so recht ersehen habe dann nahm er die einlage und las rom im märz teuerste baronin an wen könnt ich von hier aus lieber schreiben als an sie vatikan und lateran und grad mal piononos und wenn ich glück habe bin ich auch noch mit dabei wenn am gründonnerstag der große segen gespendet wird man muss eben alles mitnehmen von rom zu schwärmen ist geschmacklos und überflüssig dazu weil man an die schwärmerei seiner vorgänge doch nie heranreicht aber von unserer reise will ich ihnen stattdessen erzählen wir nahmen den weg über den brenner und waren am selben abend noch in verona torre di londra was mich andern tags in der capuletti und montequistadt am meisten interessierte war ein großer parkgarten der giardino mit über zweihundert zypressen alle fünfhundert jahre alt und viele beinah so hoch wie das berliner schloß ich ging mit woldemar auf und ab und dabei berechneten wir uns obwohl die schöne julia hier auch schon auf und ab gegangen sei nur eines störte uns zu solcher pracht avenue von trauerbäumen gehört als abschluß notwendig ein mausoleum das fehlt aber im giardino giusti trafen wir hauptmann von gaza vom ersten gardiregiment der von neapel kommend bereits alle schönheit italiens gesehen hatte wir fragten ihn ob verona wie einem beständig versichert wird wirklich die italienischste der italienischen städte sei hauptmann von gaza lachte von potsdam so meinte er könne man vielleicht sagen daß es die preußischste stadt sei aber verona die italienischste nie und nimmer über das vielgefeierte venedig an dieser stelle nur das eine unser hotel lag in der nähe einer mit barock überladenen kirche daß es einen st moses gibt war mir fremd und vorwunderlich zugleich aber gleich danach dachte ich an unsere gendarmentürme und war beruhigt moses geht doch immer noch vor florenz überspring ich und erzähle ihn dafür vom trasymenischen see den wir auf unserer eisenbahnfahrt passierten woldemar ein ganz klein wenig taschenmoltke mochte nicht darauf verzichten den großen hannibal auf herz und nieren zu prüfen und so stiegen wir denn in der nähe des sees aus an einer kleinen station die glaub ich borgetto duro heißt es war auch für einen laien über erwarten interessant und selbst ich der ich sonst gar keinen sinn für derlei dinge habe verstand alles und fand mich leicht in jeglichem zurecht ja ich hatte das gefühl daß ich in diesem hochgelegenen engpass ebenfalls über die römer gesiegt haben würde der see hat viele zu und abflüsse einer dieser abflüsse mehr kanal als fluss nennt sich der emissarius was mich erheiterte noch interessanter aber erschien mir ein anderer flusslauf der weil er am schlachttage von blut sich rötete der sanguinetto heißt das diminutiv steigert hier ganz entschieden die wirkung der see ist übrigens sehr groß zehn meilen umfang und dabei flach weshalb der erste napoleon ihn auspumpen lassen wollte da hätte sich dann ein neues herzogtum gründen lassen schau schau sagte der alte dubslav wer da blassen kommt dessen das zugetraut hätte ja reisen und in den krieg ziehen da lernt man da wird man anders und er legte den brief beiseite zugleich aber war ein stilles behagen über ihn gekommen und er überdachte wie manche freude das leben doch immer noch habe vor ihm in den parkbäumen schlugen die vögel und ein buchfink kam bis auf den tisch und sah ihn an ganz ohne scheu das tat ihm ungemein wohl etwas besonders schönes im leben ist doch das vertrauen und wenn's auch bloß ein piepvogel ist der seinem entgegenbringt einige haben eine schwarze milz und sagen alles sei von anfang an auf mord und totschlag gestellt ich kann es aber nicht finden engelke kam um abzuräumen ist n schöner tag heut sagte dubslav und die krokusse kommen auch schon raus eigentlich hab ich nicht geglaubt daß ich so was hübsches noch mal sehen würde wenn ich dann denke daß ich das alles der buschen verdanke merkwürdige welt sponholz hatte bloß immer seine grünen tropfen und moscheles hatte nichts als seine ewigen torgelow und nun kommt die buschen und mit einemmal ist es besser ja wirklich merkwürdig nun krieg ich auch noch wenn auch bloß leihweise solchen hübschen brief von einer hübschen jungen frau noch dazu schwiegertochter ja engelke so geht es nicht zu glauben und da hättest du vorhin den buchfinken sehen sollen wie der mich ansah bloß als du kamst da flog er weg er muß sich vor dir gegrault haben ach gnädiger herr vor mir graut sich keine kreatur will dir's glauben und du sollst sehen heute haben wir nen guten tag und es kommt auch noch wer an dem man sich freuen kann wie mir schlecht war da kam koseliger und die prinzessin aber heute kam ein buchfink und ich bin ganz sicher der hat noch ein gefolge dubslavs ahnungen behielten recht und als dann nachmittag da war kam lorenzen der sich seitdem der alte seinen katzenpfötchen tee trank nur selten und immer bloß flüchtig hatte sehen lassen aber das war rein zufällig und sollte nicht eine mißbilligung darüber ausdrücken daß sich der alte bei der buschen in die kur begeben nun endlich empfing in dubslav als lorenzen eintrat wo bleiben sie da heißt es immer wir junker wären kleine könige ja wer's glaubt alle kleinen könige haben ein cortes das sich in huldigungen und purzelbäumen überschlägt aber von solchem gefolge habe ich noch nicht viel gesehen baruch ist freilich hier gewesen und dann koseleger und dann die prinzessin aber der der so halb ex officio kommen sollte der kommt nicht und schickt höchstens mal die kulike oder die elfriede mit einer anfrage lorenzen lächelte herr von stechlin ihre seele macht mir trotz dieser meiner vernachlässigung keine sorge denn sie zählt zu denen jeder spezial empfehlung entbehren können lassen sie mich sehr menschlich ja für ein pfarrer beinahe lästerlich sprechen aber ich muss es ich lebe nämlich der überzeugung der liebe gott wenn es einmal so weit ist freut sich sie wieder zu sehen ich sage wenn es so weit ist aber es ist noch nicht so weit ich weiß nicht lorenzen ob sie recht haben jedenfalls aber befinde ich mich in meinem derzeit erträglichen zustande nur mit hilfe der buschen und ob mich das nach oben hin besonders empfehlen kann ist mir zweifelhaft aber lassen wir die heikle frage erzählen sie mir lieber etwas recht hübsches und heiteres auch wenn es nebenher etwas ganz altes ist etwa das was man früher miss zellen nannte das ist mir immer das liebste gewesen und ist es noch wenn ich das in der zeitung lese voran das politische da weiß ich schon immer alles und was ich von engel gehören das weiß ich auch weil häufig natürlich nur vom aller egoististen zeitungsleserstandpunkt aus ein wahres glück daß es unglücksfälle gibt sonst hätte man von der zeitungslektüre so gut wie gar nichts aber sie sie lesen auch sonst noch allerlei mitunter so gar gutes freilich nur selten und haben ein wundervolles gedächtnis für räubergeschichten und anekdoten aus allen fünf weltteilen außerdem sind sie friederikus rex mann was ich ihnen eigentlich am höchsten anrechne denn die friederikus rex leute die haben alle herz und verstand auf dem rechten fleck also suchen sie nach irgendetwas der art nach einer alten ziehten oder blücher anekdote kann meinetwegen auch wrangel sein ich bin dankbar für alles je schlechter es einem geht je schöner kommt einem so was kavalleristisch frisches und übermütiges vor ich spiele mich persönlich nicht auf heldentum aus renommieren ist ein elendes handwerk aber das darf ich sagen ich liebe das heldische und gott sei dank kommt dergleichen immer noch vor gewiß kommt so was noch immer vor aber herr von stechlin all dies heldische nun aber lorenzen sie werden doch nicht gegen das heldische sein das lässt ihre güte nicht zu sie wollen mich einfangen aber diesmal glückt es nicht was haben sie gegen das heldische nichts herr von stechlin gar nichts im gegenteil heldentum ist gut und groß und unter umständen ist es das allergrößte lassen sie mir also den herr von kultus durchaus gefallen das heißt den echten und rechten aber was sie da von mir hören wollen das ist verzeihung für das wort ein heldentum zweiter güte mein heldentum soll heißen was ich für heldentum halte das ist nicht auf dem schlachtfelde zu hause das hat keine zeugen oder doch immer nur solche die mit zugrunde gehen alles vollzieht sich stumm einsam weltabgewandt wenigstens als regel aber freilich wenn die welt dann ausnahmsweise davon hört dann horch ich mit auf und mit gespitzterem ohr wie ein kavaleriepferd das die trompete hört gut meinetwegen aber beispiele kann ich geben da sind zunächst die fanatischen erfinder die nicht ablassen von ihrem ziel unbekümmert darum ob ein blitz sie niederschlägt oder eine explosion sie in die luft schleudert das sind des weitern die großen kletterer und steiger sei es in die höhe sei es in die tiefe das sind zum dritten die die den meeresgrund absuchen wie ne wiese und das sind endlich die welt teil durch quer und die nordpol fahr ach der ewige nansen nansen der weil er die diesseits verlorene hose jenseits in grönland wiederfand auf den gedanken kam was die hose kann kann ich auch und daraufhin fuhr er über den pol und er wollte wenigstens lorenzen nickte nun ja das war klug gedacht und dass dieser nansen sich an die sache heranmachte das respektier ich auch wenn schließlich nichts daraus wurde bleibt immer noch ein bravourstück gewiß da sitzt nun so wie er im eise sieht nichts hört nichts und wenn wer kommt ist es höchstens ein eisbär indessen er freut sich doch weil es wenigstens was lebendiges ist ich darf sagen ich habe einen sinn für dergleichen aber trotzdem lorenz in die garde bei saint privat ist doch mehr ich weiß nichts herr von stechlin echtes heldentum oder ums noch einmal einzuschränken ein solches das mich persönlich hinreißen soll steht immer im dienst einer eigen idee eines allereigensten entschlusses auch dann noch ja mitunter dann erst recht wenn dieser entschluss schon das verbrechen streift oder was fast noch schlimmer das hässliche kennen sie den kupperschen spy da haben sie den spion als helden mit anderen worten ein niedrigstes als höchstes die gesinnung entscheidet das steht mir fest aber es gibt da beispiele noch andere noch bessere da bin ich neugierig sagte dubslav also wenn sein kann name name greeley leutnant greeley yankee und im übrigen auch einer aus der nordpol fahrergruppe will also sagen nanzen der zweite nein nicht der zweite was er tat war viele jahre vor nanzen und er kam höher hinauf weiter nach dem pol zu oder waren seine eisbärenkonters von noch ernsthafterer natur all das würde mir nicht viel besagen das herkömmlich heldische fehlt in seiner geschichte völlig was an seine stelle tritt ist ein ganz anderes aber dies andere das gerade macht es und das war nun denn ich erzähle nach dem gedächtnis und im einzelnen und nebensächlichen irr ich vielleicht aber in der hauptsache stimmt es also zuletzt nach langer irrfahrt waren es noch ihrer fünf greeley selbst und vier seiner leute das schiff hatten sie verlassen und so zogen sie hin über eis und schnee sie wussten den weg so weit sich davon weg sprechen lässt und die sorge war nur ob das bisschen profi an dass sie mit sich führten schiffs wie back und gesalzenes fleisch bis an die nächste menschen bewohnte stelle reichen würde jedem war ein höchstes und doch zugleich auch wieder geringstes maß als tägliche provision zugebilligt und wenn man dies maß einhielt und kein zwischenfall kam so muss das reichen und einer der noch am meisten bei kräften war schleppte den gesamten profi an das ging so durch tage dann nahm leutnant grilli wahr daß der profi an schneller hinschmolz als berechnet und nahm auch wahr daß der profi an träger selbst wenn er sich nicht beobachtet glaubte von den rationen nahm das war eine schreckliche wahrnehmung denn ging das so fort so waren sie samt und sonders verloren dann nahm grilli die drei andern beiseit und beriet mit ihnen eine möglichkeit gewöhnlicher bestrafung gab es nicht und auf einen kampf sich einzulassen ging auch nicht sie hatten dazu die kräfte nicht mehr und so hieß es denn zuletzt und es war grilli der es sagte wir müssen ihn hinterrücks erschießen und als sie bald nach dieser kriegsgerichtsszene wieder aufbrachen der heimlich verurteilte vorn an der tät trat grilli von hinten an ihn heran und schoss ihn nieder und die tat war nicht umsonst getan ihre rationen reichten aus und an dem tage wo sie den letzten bissen verzehrten kamen sie bis an eine station und was wurde weiter ich weiß nicht mehr ob grilli selbst bei seiner rückkehr nach new york als ankläger gegen sich auftrat aber das weiß ich daß es zu einer großen verhandlung kam und in dieser wurde er freigesprochen und im triumph nach hause getragen und sie sind einverstanden damit mehr ich bin voll bewunderung grilli statt zu tun was er tat hätte zu den gefährten sagen können unser exempel wird falsch und wir gehen an des einen schuld zugrunde töten mag ich ihn nicht sterben wir also alle für seine person hätte er so sprechen und handeln können aber es handelte sich nicht bloß um ihn er hatte die führer und befehlshaber rolle zugleich die richter pflicht und hatte die majorität von drei gegen eine minorität von einem zu schützen was dieser eine getan an und für sich ein nichts war unter den umständen unter denen es geschah ein fluchwürdiges verbrechen und so nahm er dann gegen die geschehene schwere tat die schwere gegentat auf sich in solchem augenblick richtig fühlen und in der überzeugung des richtigen fest und unbeirrt ein furchtbares etwas tun ein etwas das aus seinem zusammenhange gerissen allem göttlichem gebot allem gesetz und aller ehre widerspricht das imponiert mir ganz ungeheuer und ist in meinen augen der wirkliche der wahre mut schmach und schimpf oder doch der vorwurf des schimpflichen haben sich von jeher an alles höchste geknüpft der batallionsmut der mut in der masse bei allem respekt davor ist nur ein herdenmut dubslav sah vor sich hin er war augenscheinlich in einem schwankezustand dann aber nahm er die hand lorenzens und sagte sie sollen recht haben ende des kapitels dubslav hatte nach lorenzens besuch eine gute nacht wenn man mal so was anderes hört wird einem gleich besser aber auch der katzenfüllchentee fuhr fort seine wirkung zu tun und was dem kranken am meisten half war daß er die grünen tropfen fortließ hör engelke am ende wird es noch mal was gefallen dir meine beine wenn ich drücke keine kute mehr gewiß gnädiger herr es wird nu wieder und das macht alles der tee ja die buschen versteht es das hab ich immer gesagt und gestern abend als lorenzen hier war war auch lüt agnes hier und hat unten in der küche gefragt wie's denn eigentlich mit dem gnädigen herrn stünn und die mamsell hat ihr gesagt es stünde gut na das ist recht daß die alte wie ein richtiger doktor sich um einen kümmert und von allem wissen will und daß sie nicht selber kommt ist noch besser so ein bißchen schlecht gewissen hat sie doch wohl ich glaube daß sie viel aufm kerbholz hat und daß die karline so ist wie sie ist daran ist doch auch bloß die alte schuld und das kind wird vielleicht auch noch so sie dreht sich schon wie ne puppe und dazu das lange blonde zottelhaar ich muß dabei immer an bellchen denken weißt du noch als die gnädige frau noch lebte bellchen hatte auch solche haare und war auch der liebling solche sind immer liebling krippenstapel hör ich soll sie auch in der schule verwöhnen wenn die andern ihn noch anglotzen dann schießt sie schon los es ist ein kluges ding engelke bestätigte was dubslav sagte und ging dann nach unten um dem gnädigen herrn sein zweites frühstück zu holen ein weiches ei und eine tasse fleischbrühe als er aber aus dem gartenzimmer auf dem großen hausflur hinaustrat sah er daß ein wagen vorgefahren war und statt in die küche zu gehen ging er doch lieber gleich zu seinem herrn zurück und mit volllegenem gesicht zu melden daß das gnädige fräulein da sei wie meine schwester ja das gnädige fräulein da soll doch gleich ne alte wand wackeln sagte dubslav der einen ehrlichen schreck gekriegt hatte weil er sicher war daß es jetzt mit ruh und frieden auf tage vielleicht auf wochen vorbei sei denn adelheid mit ihren sechsundsiebzig setzte es nicht gern auf eine kleinigkeit hin in bewegung und wenn sie die beinahe vier meilen von kloster woods herüberkam so war das kein nachmittagsbesuch sondern einquartierung er fühlte daß sich sein ganzer zustand mit einem male wieder verschlechterte und daß eine halbe atemnot im nu wieder da war er hatte aber nicht lange zeit sich damit zu beschäftigen denn engelke öffnete bereits die tür und adelheid kam auf ihn zu ich muß doch mal sehen unser rentmeister fix ist vorgestern hier in stechlin gewesen und hat dabei von deinem letzten unwohlsein gehört daher weiß ich es du persönlich deine schwester so was wissen läßt oder einen boten schickst da muß ich schon tot sein ergänzte der alte stechlin und lachte nun laß es gut sein adelheid mach dir's bequem und rücke den stuhl da heran den stuhl da aber dubslav was du dir nur denkst das ist ja ein großvaterstuhl oder doch beinah und dabei nahm sie stattdessen einen kleinen leichten rohrsessel und ließ sich darauf nieder ich komme doch nicht zu dir um mich hier in einem großen polsterschuhl mit backen zu setzen ich will meinen lieben kranken pflegen aber ich will nicht selber eine kranke sein wenn es so mit mir stünde wär ich zu hause geblieben du rechnest immer dass ich zehn jahre älter bin als du nun ja ich bin zehn jahre älter aber was sind die jahre die wut zur luft ist gesund und wenn ich die grabsteine bei uns lese unter achtzig ist da beinahe keine von uns abgegangen du wirst erst siebenundsechzig aber ich glaube du hast dein leben nicht richtig angelegt ich meine deine jugend als du noch in brandenburg warst und von brandenburg immer rüber nach berlin na das kennt man und ich habe neulich was statistisches gelesen damen dürfen nie statistisches lesen sagte dubslav es ist entweder zu langweilig oder zu interessant und das dann noch beinahe schlimmer und nun klingle verzeih mir wird das aufstehen so schwer daß uns engelke das frühstück bringt du kommst à la fortune dupeau und mußt voll lieb nehmen mein trost ist es zu drei stunden unterwegs gewesen hunger ist der beste koch beim frühstück das bald danach aufgetragen wurde die jahreszeit gestattete dass auch eine schale mit kibitzeiern aufgesetzt werden konnte verbesserte sich die stimmung ein wenig dubslav ergab sich in sein schicksal und adelheid wurde weniger herbe wo hast du nur die kibitzeier her sagte sie das ist was neues als ich noch hier lebte hatten wir keine ja die kibitze haben sich seit kurzem hier eingefunden an unserem stechlin da wo die pinsen stehen aber bloß auf der glubsower seite nach der andern seite hin wollen sie nicht ich habe mir gedacht es sei vielleicht ein fingerzeig daß ich nun auch welche nach friedrichsruhe schicken soll aber das geht nicht dann gelt ich am ende gleich für eingeschworen und uncke notiert mich wer dreimal kibitzeier schickt kommt ins schwarze burg und das kann ich schon woldemars wegen nicht ist auch recht gut so was zuviel ist ist zuviel er soll sich ja mit der luca zusammen haben fotografieren lassen und während sie da oben in der regierung und mitunter auch bei hofe so was tun fordern sie tugend und sitte das geht nicht bei sich selber muß man anfangen und dann ist er doch auch schließlich bloß ein mensch und alle menschenanbetung ist götzendienst menschenanbetung ist noch schlimmer als das goldene kalb aber ich weiß wohl götzendienst kommt jetzt wieder auf und hexendienst auch und du sollst ja auch so wenigstens hat mir fix erzählt nach der buschen geschickt haben ja es ging mir schlecht gerade wenn's einem schlecht geht dann soll man gott und jesum christum erkennen aber nicht die buschen und sie soll dir katzenpfötchen tee gebracht haben und soll auch gesagt haben wasser treibt das wasser das mußt du doch heraushören daß das ein unchristlicher spruch ist das ist was sie besprechen nennen oder auch böten wo das alles herstammt dubslav dubslav warum bist du nicht bei den grünen tropfen geblieben und bei sponholz seine frau war eine pfarrerstochter aus kuhdorf hat ihr auch nichts geholfen und nun sitzt sie mit ihm in pfeffers in einem schweizer badeort und da schmoren sie gemeinschaftlich in einem backofen er hat es mir selbst erzählt daß es ein backofen ist der erste tag war immerhin ganz leidlich verlaufen adelheid erzählte von fix von der schmargendorf und der schimonski und zuletzt auch von maurermeister lebenius in berlin der in wutz seine ferienkolonie gründen wolle gott wir kriegen dann soviel armes volk in unsern ort und dazu noch lauter berliner belge mit blieraugen aber die grünen wiesen sollen ja gut dafür sein und unser see soll jod haben freilich wenig aber doch so daß man's gerade noch finden kann adelheid sprach in einem fort derart daß dubslav kaum zu wort kommen konnte gelang es ihm aber so vor sie rasch dazwischen trotzdem sie beständig versicherte daß sie gekommen sei ihn zu pflegen und nur wenn er auf woldemar das gespräch brachte hörte sie mit einiger aufmerksamkeit zu freilich die italienischen reisemitteilungen als solche waren ihr langweilig und nur bei nennung bestimmter namen unter denen tintoretto und santa maria novella obenan standen erheiterte sie sichtlich ja sie kicherte dabei fast so vergnügt wie die schmargendorf ein wirkliches nicht ganz flüchtiges interesse wenn auch freilich kein freundliches zeigte sie nur wenn dubslav von der jungen frau sprach und hinzusetzte sie hat so was unberührtes ja das liegt aber doch zurück wer keusch ist bleibt keusch meinst du das ernsthaft natürlich mein ich es ernsthaft über solche dinge spaß ich überhaupt nicht und nun lachte adelheid herzlich und sagte dubslav was hast du nur wieder für bücher gelesen denn aus dir selbst kannst du doch so was nicht haben und von einem pastor lorenzen auch nicht der wird ja wohl nächstens ne freie gemeinde gründen so war der erste tag dahin gegangen alles in allem trotz kleiner ärgerlichkeiten unterhaltlich genug für den alten der unter seiner einsamkeit leidend meist froh war irgendeinen plauderer zu finden auch wenn dieser im übrigen nicht gerade der richtige war aber das alles dauerte nicht lange die schwester wurde von tag zu tag rechthaberischer und herrischer und griff unter der vorgabe daß ihr bruder anders verpflegt werden müsse in alles ein auch in dinge die mit der verpflegung gar nichts zu tun hatten vor allem wollte sie ihm den katzenpfötchen tee wegdisputieren und wenn abends die kleine meißernerkanne kam gab es jedesmal einen erregten disput über die buschen und ihre hexenkünste so waren denn noch keine acht tage um als es für dubslau feststand dass adelheid wieder fort müsse zugleich seiner nach wie das wohl am besten zu machen sei das war aber keine ganz leichte sache da die kündigung notwendig von ihr ausgehen musste so wenig er sich aus ihr machte so war er doch zu sehr mann der form und einer feineren gastlichkeit als dass es zuwege gebracht hätte seinerseits auf abreise zu drängen es war um die vierte stunde das wetter schön aber auch frisch adelheid hing sich ihren pelzkragen um ein altes familienerbstück und ging zu krippenstapel um sich seine bienenstöcke zeigen zu lassen sie hoffte bei der gelegenheit auch was über den pastor zu hören weil sie davon ausging dass ein lehrer immer über den prediger und der prediger immer über den lehrer zu klagen hat jedes landfräulein deckt so die bienen nahm sie so mit in den kauf es begann zu dunkeln und als die dummen erschließlich aus dem herrenhause fort war war das eine freie stunde für dubslav der noch nicht länger säumen mochte seine miene zu legen engelke sagte er du könntest in die küche gehen und die marie zur buschen schicken der marie weiß ja bescheid da und dann kann sie dann der alten hexe sagen lüt agnes solle heute abend mit heraufkommen und hier schlafen und immer da sein wenn ich was brauche engelke stand verlegen da no was hast du bist du dagegen nein gnädiger herr dagegen bin ich wohl eigentlich nicht aber ich schlafe doch auch nebenan und dann ist es ja wie wenn ich für gar nichts mehr da wäre und fast so gut wie schon abgesetzt und das kind kann doch auch nicht alles was nötig ist agnes is ja doch noch ne lütte krabb ja das is sie und du sollst auch in der anderen stube bleiben und alles tun wie vorher aber trotzdem die agnes soll kommen ich brauche das kind und du wirst auch bald sehen warum und so kam denn auch agnes aber erst sehr spät als sich adelheid schon zurückgezogen hatte dabei nicht ahnend welche ränke mittlerweile gegen sie gesponnen waren auf diese verheimlichung kam es aber gerade an dubslav hatte sich nämlich wie franz mohr an den er sonst wenig erinnerte herausgeklügelt daß überraschung und schreck bei seinem plan mitwirken müßten schlief in einer nebenan aufgestellten eisernen bettstelle dubslav gerade so wie seine schwester hatte das etwas auffällig herausgeputzte kind bei seinem erscheinen im herrenhause gar nicht mehr gesehen es trug ein langes himmelblaues wollkleid ohne teie dazu knöpfstiefel und lange rote strümpfe lauter dinge die karline schon zur letzten weihnacht geschenkt hatte gleich damals am ersten feiertag hatte das kind den staaten auch wirklich angezogen aber bloß so still für sich weil sie sich genierte sich im dorf damit zu zeigen jetzt dagegen wo sie bei dem gnädigen herrn krankenpflege gehen sollte jetzt war die richtige zeit dafür da die nacht verging still niemand war gestört worden um sieben erst kam engelke und sagte no lüt dern stei up is all seben agnes war auch wirklich wie der wind aus dem bett fuhr mit einem mitgebrachten hornkamm den ein paar zähne fehlten durch ihre etwas gekrausten langen blondhaare putzte sich wie ein kätzchen und zog dann den himmelblauen hänger die roten strümpfe und zuletzt auch die knöpfstiefel an gleich danach brachte ihr engelke einen topf mit milchkaffee und als sie damit fertig war nahm sie ihr strickzeug und ging in das große zimmer nebenan wo dubslav bereits in seinem lehnstuhl saß und auf seine schwester wartete denn um acht nahmen sie das erste frühstück gemeinschaftlich so agnes das ist recht daß du da bist hast du denn schon deinen kaffee gehabt agnes knickste nu setz dich da mal ans fenster daß du bei deiner arbeit besser sehen kannst du hast ja schon dein strickzeug in der hand solch junges ding wie du muß immer was zu tun haben sonst kommt sie auf dumme gedanken nicht wahr agnes knickste wieder und daß sie sah daß ihr der alte nichts weiter zu sagen hatte ging sie bis an das ihr bezeichnete fenster daran ein länglicher eichentisch stand und fing an zu stricken es war ein sehr langer strumpf brandrot und nach seiner schmalheit zu schließen für sie bestimmt sie war noch nicht lange bei der arbeit als adelheid eintrat und auf ihren im lehnstuhl sitzenden bruder zuschritt bei der geringen helle die herrschte traf sichs daß sie von dem gast am fenster nicht recht was wahrnahm erst als engelke mit dem frühstück kam und die plötzlich geöffnete tür mehr licht einfallen ließ bemerkte sie das kind und sagte da sitzt ja wer wer ist denn das das ist die agnes das enkelkind von der buschen adelheid bewahrte mit mühehaltung als sie sich wieder zurechtgefunden sagte sie so agnes das kind von der karline lubsterv nickte das ist mir ja ne überraschung und wo hast du sie denn seit ich hier bin versteckt gehalten ich hab sie ja die ganze woche über noch nicht gesehen konntest du auch nicht adelheid sie ist erst seit gestern abend hier mit engelke ging das nicht mehr wenigstens nicht auf die dauer er ist ja so alt wie ich und immer raus in der nacht und rauf und runter und mich umdrehen und heben das konnte ich nicht mehr mit ansehen und da hast du dir die agnes kommen lassen die soll dich nun rumdrehen und heben das kind das wurm haha was du dir noch alles für geschichten machst agnes sagte hier dubslav du könntest mal zu mamsell pritzpur in die küche gehen und ihr sagen ich möchte heute mittag ne gefüllte taube haben aber nicht so mager und auch nicht so wenig füllung und daß es nicht nach alter semmel schmeckt und dann kannst du gleich bei der mamsell unten bleiben und dir ne geschichte von ihr erzählen lassen vom schäfer und der prinzessin oder vom fischer und rotkäppchen wirst du wohl schon kennen agnes stand auf trat unbefangen an den tisch wo bruder und schwester saßen und machte wiederholt ihren knicks dabei hielt sie das strickzeug und den langen strumpf in der hand für wen strickst du denn den fragte die domina für mich dubslav lachte adelheid auch aber es war ein unterschied in ihrem lachen agnes nahm übrigens nichts von diesem unterschiede wahr sah vielmehr ohne furcht um sich und ging aus dem zimmer um unten in der küche die bestellung auszurichten als sie hinaus war wiederholte sich adelheid krampfhaftes lachen dann aber sagte sie dubslav ich weiß nicht warum du dir solange ich hier bin gerade diese hilfskraft genommen hast ich bin deine schwester und deine merkische von adel und ich bin auch die domina von kloster und meine mutter war eine radegast und die stechline die drüben in der gruft unterm altar stehen die haben soviel ich weiß auf ihren namen gehalten und sich untereinander die ehre gegeben die jeder beanspruchen durfte du nimmst hier das kind der karline in dein zimmer und setzes ans fenster fast als ob's ja jeder recht sehen sollte wie kommst du zu dem kind da kann sich woldemar freuen und seine frau auch die so was unberührtes hat und greffin melusine na die wird sich wohl auch freuen und die darf auch aber ich wiederhole meine frage wie kommst du zu dem kind ich habe es kommen lassen ha ha sehr gut kommen lassen der klapperstorch hat es dir wohl von der grünen wiese gebracht und natürlich auch gleich für die roten beine gesorgt aber ich kenne dich besser die leute hier tun immer so wie wenn du dem alten kortschädel sittlich überlegen gewesen wärst ich für meine person kann's nicht finden und sagte dir gern meine meinung darüber aber ich nehme hässliche worte nicht gern in den mund adelheid du regst dich auf und ich frage mich warum du bist ein bißchen gegen die buschen nun gut gegen die buschen kann man sein und du bist ein bißchen gegen die karline nun gut gegen die karline kann man auch sein aber ich sehe dirs an das eigentliche was dich aufregt das ist nicht die buschen und ist auch nicht die karline das sind bloß die roten strümpfe warum bist du so sehr gegen die roten strümpfe weil sie ein zeichen sind das sag gar nichts adelheid ein zeichen ist alles wovon sind sie ein zeichen darauf kommt es an sie sind ein zeichen von ungehörigkeit und verkehrtheit und ob du nun lachen magst oder nicht wenn an einem strohhalm sieht man eben am besten woher der wind weht sie sind ein zeichen davon dass alle vernunft aus der welt ist und alle gesellschaftliche scheidung immer mehr aufhört und das alles unterstützt du du denkst wunder wie fest du bist aber du bist nicht fest und kannst es auch nicht sein denn du steckst in allerlei schrullen und eitelkeiten und wenn sie dir um den bart gehen oder dich bei deinen liebhabereien fassen dann lässt du das worauf es ankommt ohne weiteres im stich es soll jetzt viele solche geben denen ihr humor und ihre rechthaberei viel wichtiger ist als gläubigkeit und apostolikum denn sie sind sich selber ihr glaubensbekenntnis aber glaube mir dahinter steckt der versucher und wohin der am ende führt das weißt du so viel wird er ja wohl noch geblieben sein ich hoffe sagte lubslav und weil du bist wie du bist freust du dich dass diese zierpuppe schon ganz wie die karline rote strümpfe trägt und sich neue dazu strickt ich aber wiederhole dir diese roten strümpfe die sind ein zeichen eine hochgehaltene fahne strümpfe werden nicht hochgehalten noch nicht aber das kann noch kommen und das ist dann die richtige revolution die revolution in der sitte das was jetzt das letzte nennen ich begreife dich nicht daß du davon kein einsehen hast du ein mann von familie von zugehörigkeit zu thron und reich oder der sich's wenigstens einbildet nu gut nu gut und da reist du herum wenn sie den torgelo oder den katzenstein wählen wollen und hältst deine reden wiewohl du eigentlich nicht reden kannst das ist richtig aber ich hab auch keine gehalten und du hältst deine reden für könig und vaterland und für die alten güter und sprichst gegen die freiheit ich versteh dich nicht mit einem ewigen gegen die freiheit lass sie doch mit ihrer ganzen dummen freiheit wachen was sie wollen was heißt freiheit freiheit ist gar nichts freiheit ist wenn sie sich versammeln und bier trinken und ein blatt gründen du hast bei den kürassieren gestanden und musst doch wissen dass torgelo und katzenstein was keinen unterschied macht uns nicht erschüttern werden und nicht und unseren glauben nicht und stechli nicht und wutz nicht die globsower solange sie bloß globsower sind können gar nichts erschüttern aber wenn erst der buschen ihre enkelkinder denn die karline wird doch wohl schon mehrere haben ihre knöpfstiefel und ihre roten strümpfe tragen als müsste es nur so sein ja dubslav dann ist es vorbei mit der freiheit lass mich das wiederholen hat es nicht viel auf sich aber die roten strümpfe das ist was und dir trau ich ganz und gar nicht und der karline natürlich erst recht nicht wenn es auch vielleicht schon eine weile her ist sagen wir vielleicht o ich kenne das du willst das wegwitzeln das ist so deine art aber unser kloster ist auch nicht so aus der welt daß wir nicht auch bescheid wüßten wozu hättet ihr denn sonst euren fix kein wort gegen die und in großer erregung brach das gespräch ab noch am selben nachmittag aber verabschiedete sich adelheit von ihrem bruder und fuhr nach wutz zurück ende des neununddreißigsten kapitels theodor fontane der stechlin diese librivox aufnahme ist in der public domain neunter teil verweile doch tod begräbnis neue tage vierzigstes kapitel agnes während oben die gereizte szene zwischen bruder und schwester spielte war unten in der küche bei mamsell pritzburg und erzählte von berlin wo sie vorigen sommer bei ihrer mutter auf besuch gewesen war eins war da sagte sie das hieß das aquarium da lag eine schlange die war so dick wie ein bein aber hast du denn schon beine gesehen fragte die pritzburg aber mamsell pritzburg ich werde doch wohl schon beine gesehen haben und dann an einem anderen tag da waren wir in einem tiergarten aber in einem richtigen mit allerlei tieren drin und den nennen sie den zoologischen ja davon hab ich auch schon gehört und in dem zoologischen da war ein ganz kleiner see noch viel kleiner als unser stechlin und in dem see standen allerlei vögel und einer ganz wie ein storch stand auf einem bein als die mädchen das wort hörten kamen sie näher heran aber die beine von dem vogel oder es waren wohl mehrere vögel die waren viel größer als storchenbeine und auch viel dicker und röter und taten sie dir nichts nein sie taten mir nichts bloß wenn sie so ne weile gestanden hatten dann stellten sie sich auf das andere bein und ich sagte zur mutter mutter komm der eine sieht mich immer so an und da gingen wir an eine andere stelle wo der bär war das kind erzählte noch allerlei die mädchen und auch die mamsell freuten sich über agnes und sie trug ihnen ein paar lieder vor die ihre mutter die karline immer sang wenn sie plättete und sie tanzte auch während sie sang wobei sie das himmelblaue kleid zierlich in die höhe nahm ganz so wie sie es in der hasenheide gesehen hatte so kam der nachmittag heran und als es schon dunkelte sagte engelke ja gnädiger herr wie ist das nun mit agnesen sie ist immer noch bei mamsell pritzburg unten und die mädchens wenn sie so singt und tanzt gucken ihr zu sie wird wohl auch so was wie die karline soll sie wieder nach haus oder soll sie hierbleiben natürlich soll sie hierbleiben ich freu mich wenn ich das kind sehe du hast ja ein gutes gesicht engelke aber ich will doch auch mal was anderes sehen als dich wie das lüttebalg da so saß steif wie eine prinzess hab ich immer hingeguckt und ihr wohl eine viertelstunde lang zugesehen wie da die stricknadeln immer so hin und her gingen und das rote strumpf neben ihr baumelte so was hübsches hab ich nicht mehr gesehen seit zu weihnachten die grafschen hier waren die blasse komtesse und die gräfin hat sie dir auch gefallen engelke griente na ich sehe schon also agnes bleibt und sie kann ja auch mal nachts aufstehen und mir eine tasse von dem tee bringen oder was ich sonst grad brauche und du alte seele kannst ausschlafen ach engelke das leben ist doch eigentlich schwer das heißt wenn's auf die neige geht vorher ist es soweit ganz gut weißt du noch wenn wir von brandenburg nach berlin ritten in brandenburg war nicht viel los aber in berlin da ging es ja gnädge herr aber nu kommt es ja nu kommt es nur ist katzenpfötchen dran so was gab es damals noch gar nicht aber ich will nichts sagen sonst wird die buschen ärgerlich und mit alten weibern muß man gut stehen das ist noch wichtiger als mit jungen und wie gesagt die agnes bleibt ich seh gern so was zierliches es ist ein reizendes kind ja das ist sie aber ach lass die abers du sag sie wird wie die karline möglich is es aber vielleicht wird sie auch ne nonne man kann nie wissen agnes blieb also bei dubslav sie saß am fenster und strickte mal in der nacht als ihm recht schlecht war hatte er nach dem kind rufen wollen aber er stand wieder davon ab das arme kinn was soll ich ihm denn schlaf stören und helfen kann es mir ja doch nicht so verging eine woche da sagte der alte dubslav engelke das mit der agnes das kann ich nicht mehr mit ansehen sie sitzt da jeden morgen und strickt das arme wurm muß ja hier umkommen und alles bloß weil ich alter sünder ein freundliches gesicht sehen will es geht so nicht mehr weiter wir müssen sehen dass wir was für das kind tun können haben wir denn nicht ein buch mit bildern drin oder sowas ja gnädiger herr da sind ja noch die vier bände die wir letzte weihnachten bei buchbinderzipfel in gransee haben einbinden lassen eigentlich war es bloß ne landwirtschaftliche zeitung und alle die mal den preis gewonnen haben die waren drin und bismarck war auch drin und kaiser wilhelm auch ja ja das ist gut das gib ihr und brauchst ihr auch nicht zu sagen daß sie keine eselsohren machen soll sie macht keine wirklich die landwirtschaftliche zeitung lag also am morgen da und agnes was sehr glücklich mal was anderes zu haben als ihr strickzeug und die schönen bilder ansehen zu können denn es waren auch schlösser drin und kleine teiche darauf schwäne fuhren und auf einem bild das eine beilage war waren sogar husaren engelke brachte jeden morgen einen neuen band und mal erschien auch elfriede die lorenzen um nach dubslavs befinden fragen zu lassen von der pfarre herüber geschickt hatte sie kann sich ja die bilder mit ansehen sagte dubslav am ende macht es ihr selber auch spaß und vielleicht kann sie dem kleinen ding der agnes alles von eben her erklären und dann ist es so gut wie eine schulstunde elfriede war gleich dazu bereit und nun standen die beiden kinder nebeneinander und blätterten in dem buch und die kleine sog jedes wort ein was die große sagte dubslav aber hörte zu und wusste nicht wem von beiden er ein größeres interesse zuwenden sollte zuletzt war es aber doch wohl elfriede weil sie den wehmütigen zauber all derer hatte die früh abgerufen werden ihr zarter beinahe körperloser leib schien zu sagen ich sterbe aber ihre seele wusste nichts davon die leuchtete und sagte ich lebe das mit den bilderbüchern dauerte mehrere tage dann sagte dubslav engelkähe das kind fängt heute schon wieder von vorn an es ist mit allen vier bänden so dick sie sind schon zweimal durch ich sehe wir müssen uns was neues ausbaldobern und es ist nämlich ein wort aus der diebssprache so weit sind wir nun schon übrigens ist mir was gutes eingefallen hol ihr eine von unsern wetterfahnen herunter die stehen ja bloß so rum und wenn ich tot bin und alles abgeschätzt wird was sie ordnen nennen dann kommt kupperschmid reuter aus gransee und taxiert es auf fünfundsiebzig pfennig aber gnädiger herr und's woldemar nu ja woldemar woldemar ist gut natürlich und die komtesse seine junge frau ist auch gut alles ist gut und ich hab es auch nicht so schlimm gemeint ja man red bloß so nur soviel ist richtig meine sammlung oben ist für spinnweb und weiter nichts alles sammeln ist überhaupt verrückt und wenn woldemar sich nicht mehr darum kümmert so ist es eigentlich bloß wieder herstellung von sinn und verstand jeder hat seinen sparren und ich hab meinen gehabt bring aber nicht gleich alles runter nur die mühle bring und den dragoner engelke gehorchte den ersten tag wie sich denken läßt war agnes ganz für den dragoner der als man ihn vor jahr und tag von seinem zelliner kirchlein heruntergeholt hatte frisch aufgepinselt worden war schwarzer hut blauer rock gelbe hosen aber sehr bald hatte sich das kinder der buntheit des dragoner satt gesehen und nun kam statt seiner die mühle an die reihe die hielt länger vor meistens wenn sie nun überhaupt erst im gange war brauchte das kind bloß zu pusten um die mühlflügel in ziemlich rascher bewegung zu halten und der schnarrende ton der etwas eingerosteten drehvorrichtung war dann jedesmal eine lust und einen zücken es waren glückliche tage für agnes aber fast noch glücklichere für den alten ja der alte dubsla freute sich des kindes aber so wohltuend ihm seine gegenwart war so war es auf die dauer doch nicht viel was anderes als ob ein goldlack am fenster gestanden oder ein zei sich gezwitschert hätte sein auge richtete sich gerne darauf als aber eine woche und dann eine zweite vorüber war wurde meine gewisse verarmung fühlbar und das so stark dass er fast mit sehnsucht an die tage zurückdachte wo schwester adelheid sich ihm bedrücklich gemacht hatte das war sehr unbequem gewesen aber sie besaß doch nebenher einen guten verstand und in allem was sie sagte war etwas worüber sie streiten und ein feuerwerk von anzüglichkeiten und kleinen witzen abbrennen ließ etwas was ihm immer die hauptsache war dubslav zählte zu den friedliebendsten von der welt aber er liebte doch andererseits auch friktionen und selbst ärgerliche vorkommnisse waren ihm immer noch lieber als gar keine kein zweifel der alte schlossherr auf stechlin sehnte sich nach menschen und da waren es den wahre festtage wenn besucher aus nähe oder ferne sich einstellten eines tages es schummerte schon erschien krippenstapel er hatte seinen besten rock angezogen und hielt ein übermaltes gefäß mit einem deckel drauf in seinem linken arm nun das ist recht krippenstapel ich freue mich daß sie mal nachsehen ob unser museum oben noch seinen chef hat ich sage chef der direktor sind sie ja selber und nun kommen sie auch gleich noch mit ne urne hat gewiss ihr freund tucheband irgendwo ausgegraben oder is es bloß ne terrine himmel wetter krippenstapel sie werden mir doch nicht ne krankensuppe gekocht haben nein herr major keine krankensuppe gewiß nicht und doch is es einigermaßen so was es is nämlich ne wabe habe da heute mittag einen von meinen stöcken ausgenommen und wollte mir erlaubt haben ihnen die beste wabe zu bringen es ist beinah so was wie der mittelalterliche zehnte der zehnte wenn ich mir die bemerkung erlauben darf war eigentlich was feineres als geld find ich auch aber die heutige menschheit hat für so was feines gar keinen sinn mehr immer alles bar und nochmals bar oh das gemeine geld das heißt wenn man keins hat wenn man's hat ist es soweit ganz gut und daß sie gleich an ihren alten patron ein wort das übrigens vielleicht zu hoch gegriffen ist und unser verhältnis nicht recht ausdrückt gedacht haben lorenzen wird es hoffentlich nicht übel nehmen daß ich sie wenn ich mich ihren patron nenne so gleichsam marsieren lasse ja das mit der wabe freut mich aufrichtig aber ich werde mich wohl nicht darüber machen dürfen immer heißt es das nicht erst hat mir sponholz alles verboten und nun die buschen und so leb ich eigentlich bloß noch von bärlapp und katzenpfötchen am ende geht es doch sagte krippenstapel ich weiß wohl in eine richtige kur darf der laie nicht eingreifen aber der honig mach vielleicht eine ausnahme richtiger honig ist wie gute medizin und hat die ganze heilkraft der natur ist denn aber nicht auch was drin was besser fehlte nein herr major ich sehe die bienen oft schwärmen und sammeln und sehe auch wie sie sammeln und wo sie sammeln da sind voran die linden und akazien und das heidekraut nun die sind die reine unschuld davon red ich erst gar nicht aber nun sollten sie die biene sehen wenn sie sich auf eine giftige blume sagen wir zum beispiel auf den venuswagen niederlässt und in jedem venuswagen besonders in dem roten aber doch auch in dem blauen sitzt viel gift venuswagen kann ich mir denken und wie sammelt da die biene sie nimmt nie das gift sie nimmt immer bloß die heilkraft na sie müssen es wissen krippenstapel und auf ihre verantwortung hin will ich mir den honig auch schmecken lassen und die buschen muß ich drin finden und sich wohl und rübel zufriedengeben übrigens fällt mir bei der alten natürlich auch das kind ein da sitzt es am fenster na komm mal her agnes und sage daß du auch hier was lernst ich habe ihr nämlich bücher gegeben mit allerlei bildern drin und seit vorgestern auch eine götterlehre das heißt aber noch eine aus guter anständiger zeit und jeder gott ordentlich angezogen und da lernt sie glaub ich ganz gut nicht wahr agnes agnes knickste und ging wieder auf ihren platz und dann hab ich dem kind auch unser dragoner und die mühle gegeben also unsere besten stücke soviel ist richtig ich denke mir aber mein museumsdirektor wird über diesen eingriff nicht böse sein eigentlich ist es doch besser das kind hat was davon als die spinnen und was macht denn ihr oberlehrer in templin hat er wieder was gefunden ja herr major münzenfund na ja das ist immer das beste vermutlich georgstaler oder so was dreißigjähriger krieg es war ja ne gräßliche zeit aber daß sie damals aus angst und not so viel verbuddelt haben das ist doch auch wieder ein segen ist es denn viel wie man's nehmen will herr major praktisch und profan angesehen ist es nicht viel aber wissenschaftlich angesehen ist es allerdings viel nämlich drei römische münzen zwei von diokletian und eine von na die passen wenigstens diokletian war ja wohl der mit der christenverfolgung aber ich glaube es war am ende nicht so schlimm verfolgt wird immer und mitunter sind die verfolgten obenauf dabei lachte der alte dann rief er engelke daß er den honig herausnehme krippenstapel aber verabschiedete sich seine leere terrine vorsichtig im arm einundvierzigstes kapitel dubslav hatte sich über krippenstapelsbesuch und sein geschenk aufrichtig gefreut weil es ja das beste war was ihm die alte treue seele bringen konnte er bestand denn auch darauf trotzdem engelke der ein vorurteil gegen alles süße hatte dagegen war daß ihm die wabe jeden morgen auf den frühstückstisch gestellt werde siehst du engelke sagte er nach einer woche daß ich mich wieder wohler fühle das macht die wabe denn man muß jedes einzelchen mitessen wachs und alles und das hat er mir eigens gesagt es ist grad so wie beim apfel die schale die hat die natur so gewollt und ist ein fingerzeig und muß respektiert werden ich bin aber doch für abschälen sagte engelke wenn man so sieht was mitunter alles dran ist ja engelke ich weiß nicht du bist jetzt so fein geworden aber ich bin doch ganz altmodisch und da glaub ich nebenher wirklich daß in dem wachs die richtige gesamte heilkraft der natur steckt fast noch mehr als in dem honig krippenstapel übrigens ist jetzt auch so furchtbar gebildet und hat so viele feine wendungen wie zum beispiel die mit der gesamten heilkraft aber so fein wie du ist er doch noch lange nicht darauf will ich mich verschwören und auch darauf daß er sich keine birne schält in dieser guten laune verblieb dubslaff eine ganze weile sich mehr und mehr zurechtlegend daß er sich die quälerei mit all dem andern zeug eigentlich hätte sparen können denn wenn alles drin ist so ist doch auch bärlapp und katzenpfötchen drin und natürlich auch fingerhut oder wie sponholz sagt die digitalis engelke freilich wollte von diesen sophistereien nichts wissen sein herr aber ließ sich durch solche zweifel nicht stören und fuhr vielmehr fort und dann engelke macht es doch einen unterschied von wem eine sache kommt die katzenpfötchen kommen von der buschen und die wabe kommt vom krippenstapel das heißt also hinter der wabe steht ein guter geist und hinter den katzenpfötchen steht ein böser geist und das kannst du mir glauben an solchen rätselhaftigkeiten liegt sehr viel im leben und wenn mir lorenzen seine patsche gibt so ist das ganz was anders als wenn mir koseleger seine hand gibt koseleger hat solche weichen finger und auf dem vierten einen großen ring aber er ist doch ein superintendent ja superintendent is er und er kommt noch höher und wenn er's nach der prinzessin geht wird er papst und dann wollen wir uns ablaß bei ihm holen aber viel geb ich ihm nicht als dubslav und engelke dies gespräch führten saß agnes wie gewöhnlich am fenster mit halbem ohr hinhörend und so wenig sie davon verstand so verstand sie doch gerade genug krippenstapel war ein guter geist und ihre großmutter war ein böser geist aber das alles war ihr nicht mehr als ob ihr ein märchen erzählt würde sie hatte schon so vieles in ihrem leben gehört und war wohl dazu bestimmt noch viel viel anderes zu hören ihr gesichtsausdruck blieb denn auch derselbe sie träumte bloß so hin daß sie dies wesen hatte das war es recht eigentlich was den alten herrn so an sie fesselte das auge womit sie die menschen ansah war anders als das der anderen engelke hatte sich in die nebenangelegene dienststube zurückgezogen ein heller schein fiel von der veranda her durch die balkontür und gab dem etwas dunklen zimmer mehr licht als es für gewöhnlich zu haben pflegte dubslav hielt die kreuzzeitung in händen und schlug nach einem brummer der ihn immer und immer wieder umsummte verdammte bestie und er holte von neuem aus aber ehe er zuschlagen konnte kam engelke und fragte ob unke den gnädigen herrn sprechen dürfe unke unser alter unke ja gnädiger herr natürlich kriegt man doch wieder mal einem vernünftigen menschen zu sehen was er nur bringen mag vielleicht verhaftung irgendwo demokratennest ausgenommen agnes horchte verhaftung demokratennest ausgenommen das war doch noch besser als ein märchen vom guten und bösen geist inzwischen war unke eingetreten backenbart und schnurrbart wie gemöhnlich fest angeklebt in der nähe der türe blieb er stehen und grüßte militärisch dubslav aber rief ihm zu nein unke nicht da soweit reicht mein ohr nicht und meine stimme erst recht nicht und ich denke doch sie bringen was reguläres also ran hier und wenn es nicht was ganz dienstliches ist so nehmen sie den stuhl da unke trat auch näher nahm aber keinen stuhl und sagte herr major wollen entschuldigen ich komme so bloß der alte baruch hirschfeld hat mir erzählt und die alte buschen hat mir erzählt ach so wegen meiner füße zu befehl herr major wollte gottes stünde besser immer denk ich wenn wieder ein neuer kommt nu wird es aber es will nicht mehr es hilft immer bloß drei tage die buschen hilft nicht mehr und krippenstapel hilft nicht mehr und spornholz hilft schon lange nicht mehr der kutschiert so in der welt drum bleibt also bloß noch der liebe gott unke begleitete dies wort mit einer kopfbewegung die seine respektvolle stellung aber doch auch nicht mehr zum lieben gott ausdrücken sollte dubslav sah es und erheiterte sich dann fuhr er in rasch wachsender guter laune fort ja unke wir haben so manchen tag miteinander gelebt denke gern daran zurück sind noch einer von den alten und der püterke auch was macht er denn ah herr major immer noch tüchtig da schneidig und dabei rückte er sich selbst zurecht wie wenn er die überlegene stattlichkeit seines kollegen wenigstens andeuten wollte dubslav verstand es auch so und sagte ja der püterke natürlich immer hoch zu ross und sie unke ja sie müssen laufen wie n es hat aber auch sein gutes zu fuß macht geschmeidig zu pferde macht steif und macht auch faul und überhaupt gebrüder beneke ist schon immer das beste da kann man nicht zu fall kommen aber jeder will heutzutage hoch raus das ist was sie jetzt die signatur der zeit nennen haben sie den ausdruck schon gehört unke zu befehl herr major und die sozialdemokratie will auch hoch raus und so zu pferde sitzen wie püterke bloß noch viel höher aber das geht nicht gleich so gut ding will meile haben und torgelow wenn er auch vielleicht reden kann reiten kann er noch lange nicht sagen sie was macht er denn eigentlich ich meine torgelow sind denn unsere kleinen leute jetzt mehr zufrieden mit ihm nein herr major sie sind immer noch nicht zufrieden mit ihm er wollte da neulich in berlin reden und hat auch wirklich was zu graf bosadowski gesagt und das ist so dumm gewesen daß es die andern geniert hat ja haben sie ihn bedeutet torgelow nun bist du still so geht das hier nicht ja lachte dubslav und wo der nu steht da sollte ich eigentlich stehn aber es ist doch besser so nun kann torgelow zeigen zernichts kann und die andern auch und wenn sie's alle gezeigt haben na dann sind vielleicht wir wieder dran und kommen noch mal obenauf und jeder kriegt zulage sie auch unke und püterke natürlich auch schmunzelte und legte seine zwei dienstfinger an die schläfe vorläufig aber müssen wir abwarten und den sogenannten ausbruch verhüten und dafür sorgen daß unsere klubsober zufrieden sind und wenn wir klug sind glückt es vielleicht auch glauben sie nicht auch unke daß es kleine mittel gibt zu befehl herr major kleine mittel gibt es es hat schon und welche meinen sie musik herr major verlängerte polizeistunde ja lachte dubslav so was hilft musik und entschotschen dann sind die mädchen zufrieden und bestätigte unke wenn die mädchen zufrieden sind herr major dann sind alle zufrieden unke hatte zusagen müssen mal wieder vorzusprechen aber es kam nicht dazu weil dubslavs zustand sich rasch verschlimmerte von besuchern wurde keiner mehr angenommen und nur lorenzen hatte zutritt aber er kam meist nur wenn er gerufen wurde sonderbar sagte der alte während er in den frühlingstag hinausblickte dieser lorenzin ist eigentlich gar kein richtiger pastor er spricht nicht von erlösung und auch nicht von unsterblichkeit und ist beinahe als ob ihm so was für alltags auch zu schade sei vielleicht ist es aber auch noch was anderes und er weiß am ende selbst nicht viel davon anfangs habe ich mich darüber gewundert weil ich mir immer sagte ja solch tallar und bäffchenmann der muss es doch schließlich wissen er hat so seine drei jahre studiert und eine probe predigt gehalten und ein konsistorialrat oder wohl gar ein generalsuperintendent hat ihn eingesegnet und ihm und noch ein paar andern gesagt nun geht hin und lehret alle heiden wenn man das so hört ja da verlangt man denn auch daß einer weiß wie's mit einem steht ist gerade wie mit den doktors aber zuletzt begibt man sich und hat die doktors am liebsten die einem ehrlich sagen hören sie wir wissen es auch nicht wir müssen es abwarten der gute sponholz der nun wohl schon an der brücke mit dem ichthyosaurus vorbei ist war beinahe so einer und lorenzin ist nun ganz gewiß so seit beinahe zwanzig jahren kenn ich ihn und noch hat er mich nicht ein einziges mal bemogelt und daß man das von einem sagen kann das ist eigentlich die hauptsache das andere ja du lieber himmel wo soll es am ende herkommen auf dem sinai hat nun schon lange keiner mehr gestanden und wenn auch was der liebe gott da oben gesagt hat das schließt eigentlich auch keine großen rätsel auf es ist alles sehr diesseitig geblieben du sollst du sollst und noch öfter du sollst nicht und klingt eigentlich alles wie wenn ein nürnberger schultheiß gesprochen hätte gleich danach kam engelke und brachte die mittags post engelke du könntest mal wieder die marie zu lorenzin rüberschicken ich ließe ihn bitten lorenzin kam denn auch und rückte einen stuhl an des alten seite das ist recht pastor dass sie gleich gekommen sind und ich sehe wieder wie sich alles gute schon gleich hier unten belohnt sie müssen nämlich wissen daß ich mich heute schon ganz eingehend mit ihnen beschäftigt und ihr charakterbild da sie auch schwankt wie so manch anderes nach möglichkeit festgestellt habe würde mir das sprechen wegen meines asthmas nicht einigermaßen schwer und ich wär imstand gegen mich selber in ne art indiskretion zu verfallen und ihnen auszuplaudern was ich über sie gedacht habe habe ja wie sie wissen eine natürliche neigung zum ausplaudern zum plaudern überhaupt und kortschädel der sich im übrigen durch französische vokabel nicht auszeichnete hat mich sogar mal einen genannt aber freilich schon lange her und jetzt ist es total vorbei damit zuletzt stirbt selbst die alte kindermuhme in einem aus glaub ich nicht wenigstens sie herr von stechlin sorgen für den ausnahmefall ich will es gelten lassen und mich auch gleich legitimieren haben sie denn in ihrer zeitung gelesen wie sie da neulich wieder dem armen benixen zugesetzt haben mir mißfällt es obwohl benixen nicht gerade mein mann ist auch meiner nicht aber er sei wie er sei er ist doch ein excelsior mann und wer hierlands für ein freudiges excelsior ist der es bei den ostelbiern pardon sie gehören ja selbst mit dazu von vornherein verdächtig und ein gegenstand tiefen mißtrauens jedes höher gesteckte ziel jedes wollen das über den kartoffelsack hinausgeht findet kein verständnis sicherlich keinen neuen glauben und bringt einer irgendein opfer so heißt es bloß daß er die wurst nach der speckseite werfe dubslav lachte lorenzen sie sitzen wieder auf ihrem steckenpferd aber ich selber bin freilich schuld warum kam ich auf da war das thema gegeben und ihr ritt ins bebeltsche denn weit davon sind sie nicht konnte beginnen aber daß sie's wissen ich habe auch mein steckenpferd und das heißt könig und kronprinz oder alte zeit und neue zeit und darüber hab ich seit lange mit ihnen sprechen wollen nicht akademisch sondern märkisch praktisch so recht mit rücksicht auf meine nächste zukunft denn es heißt nach gerade bei mir was du tun willst tue bald lorenzen nahm des alten hand und sagte gewiß kommen andere zeiten aber man muß mit der frage was kommt und was wird nicht zu früh anfangen ich sehe nicht ein warum unser alter könig von thule hier nicht noch lange regieren sollte seinen letzten trunk zu tun und den becher dann in den stechlin zu werfen damit hat es noch gute wege nein lorenzen es dauert nicht mehr lange die zeichen sind da mehr als zu viel und damit alles klappt und passt gehe ich nun gerade ins siebenundsechzigste und wenn ein richtiger stechlin ins siebenundsechzigste geht dann geht er auch in tod und grab das ist so familientradition ich wollte wir hätten eine andere denn der mensch ist nun mal feige und will dies schändliche leben gern weiterleben schändliches leben herr von stechlin sie haben ein sehr gutes leben gehabt na wenn es nur wahr ist ich weiß nicht ob alle globsower ebenso denken die bringen mich wieder auf mein hauptthema und das lautet das lautet teuerster pastor sorgen sie dafür daß die globsower nicht zu sehr obenauf kommen aber herr von stechlin die armen leute sagen sie das nicht die armen leute das war mal richtig heutzutage aber paßt es nicht mehr und solche unsichere passagiere wie mein woldemar und wie mein lieber lorenzen von dem der junge pardon all den unsinn hat solche unsichere passagiere statt den riegel vorzuschieden kommen den torgeloschen auf halbem wege entgegen und sagen ja ja töffel du hast auch eigentlich ganz recht oder was noch schlimmer ist ja ja jochem wir wollen mal nachschlagen aber herr von stechlin ja lorenzen wenn sie auch noch solch ein gutes gesicht machen es ist doch so die ganze geschichte wird auf einen andern leisten gebracht und wenn dann wieder eine wahl ist dann fährt der woldemar rum und erzählt überall katzenstein sei der rechte mann oder irgendein anderer aber das ist muß wie miene verzeihen sie den etwas fortgeschrittenen ausdruck und wenn dann die junge gnädige frau besuch kriegt oder wohl gar einen ball gibt da will ich ihnen ganz genau sagen wer dann hier in diesem alten kasten der dann aber renoviert sein wird antritt da ist in erster reihe der minister von ritzenberg geladen der wegen kaltstellung unter bismarck von langer hand her eine wahre wut auf den alten sachsenwalder hat und eröffnet die polonaise mit armgard und dann ist da ein professor kathedersozialist von dem kein mensch weiß ob er die gesellschaft eindrinken oder aus den fugen bringen will und führt eine adelige mit kurzgeschnittenem haar die natürlich schriftstellert zur quadrille und dann bewegen sich da noch ein afrikareisender ein architekt und ein porträtmaler und wenn sie nach den ersten tänzen eine pause machen dann stellen sie ein lebendes bild wo ein wilddieb von einem edelmann erschossen wird oder sie führen ein französisches stück auf das die dame mit dem kurzgeschnittenen haar übersetzt hat ein sogenanntes ehebruchstrama drin eine advokatenfrau gefeiert wird weil sie ihren mann mit einem taschenrevolver über den haufen geschossen hat und dann gibt es musikstücke bei denen der klavierspieler mit seiner langen mähne über die tassen hinfegt und in einer nebenstube sitzen andere und blättern in einem album mit lauter berühmtheiten umeinander natürlich der alte wilhelm und kaiser friedrich und bismarck und molke und dann ganz gemütlich dazwischen mazzini und garibaldi und marx und lassalle die aber wenigstens tot sind und daneben bebel und liebknecht und dann sagt woldemar sehen sie da den bebel mein politischer gegner aber ein mann von gesinnung und intelligenz und wenn dann ein adeliger aus der residenz an ihn herantritt und ihm sagt ich bin überrascht herr von stechlin ich glaubte den grafen schwerin hier zu finden dann sagt woldemar ich habe die fühlung mit diesem herrn verloren der pastor lachte und sie wollen sterben wer so lange sprechen kann der lebt noch zehn jahr nichts nichts ich halte sie fest kommt es so oder kommt es nicht so nun es kommt sicherlich nicht so sind sie dessen sicher ganz sicher und dann sagen sie mir wie es kommt aber ehrlich nun das kann ich leicht und sie haben mir selber den weg gewiesen als sie gleich anfangs von könig und kronprinz sprachen dieser gegensatz existiert natürlich überall und in allen lebensverhältnissen es kommen eben immer tage wo die leute nach irgendeinem kronprinzen aussehen aber so gewiss das richtig ist noch richtiger ist das andere der kronprinz nachdem ausgeschaut wurde hält nie das was man von ihm erwartete manchmal kippt er gleich um und er kehrt in plötzlich erwachter pietät im sinne des hochseligen weiterregieren zu wollen in der regel aber macht er einen leidlich ehrlichen versuch als neugestalter aufzutreten und holt ein volksbeglückungsprogramm auch wirklich aus der tasche nur nicht auf lange leicht beieinander wohnende gedanken doch eng im raume stoßen sich die sachen und nach einem halben jahre lenkt er neuerer wieder in alte bahnen und geleise ein und so wird es woldemar auch machen so wird es woldemar auch machen wenigstens wird ihn die lust sehr bald anwandeln so halb und halb ins alte wieder einzulenken und diese lust werden sie natürlich bekämpfen sie haben ihm in den kopf gesetzt dass etwas durchaus neues kommen müsse sogar ein neues christentum ich weiß nicht ob ich so gesprochen habe aber wenn ich so sprach dies neue christentum ist gerade das alte glauben sie das ich glaub es und was besser ist ich fühl es nur gut das mit dem neuen christentum ist ihre sache da will ich ihnen nicht hineinreden aber das andere da müssen sie mir was versprechen besinnt er sich und kommt er zu der ansicht daß das alte preußen mit könig und armee trotz all seiner gepressten und altmodischen geschichten doch immer noch besser ist als das vom neuesten datum und das wir alten vom cremmerdamm und von ferbelin her auch wenn es uns selber schlecht geht immer noch mehr herz für die torgeloschen im leibe haben als alle torgelos zusammengenommen kommt es zu solcher rückbekehrung dann lorenzen stören sie diesen prozess nicht sonst erscheine ich ihnen pastoren glauben zwar nicht an gespenster aber wenn welche kommen graulen sie sich auch lorenzen legte seine hand auf die hand dubslavs streichelte sie wie wenn er des alten sohn gewesen wäre das alles herr von stechlin kann ich ihnen gern versprechen ich habe woldemar erzogen als es mir oblag und sie haben in ihrer klugheit und güte mich gewähren lassen jetzt ist ihr sohn ein vornehmer herr und hat die jahre sprechen hat seine zeit und schweigen hat seine zeit aber wenn sie ihn und mich von oben her unter kontrolle nehmen und eventuell mir erscheinen wollen so schieben sie mir dabei nicht zu was mir nicht zukommt nicht ich werde ihn führen dafür ist gesorgt die zeit wird sprechen und neben der zeit das neue haus die blasse junge frau und vielleicht auch die schöne melusine der alte lächelte ja ja zweiundvierzigstes kapitel so ging das gespräch und als lorenzen aufbrach fühlte sich der alte wie belebt und versprach sich eine gute nacht mit viel schlaf und wenig beängstigung aber es kam anders die nacht verlief schlecht und als der morgen da war und engelke das frühstück brachte sagte engelke schaff die wabe weg ich kann das süße zeug nicht mehr sehn krippenstapel hat es gut gemeint aber es ist nichts damit und überhaupt nichts mit der ganzen heilkraft der natur ich glaube doch gnädiger herr bloß gegen die gegenkraft kann die wabe nicht an du meinst also fürn tod kein kraut gewachsen ist ja das wird es wohl sein das mein ich auch engelke schwieg eine stunde später kam ein brief der trotzdem aus nächster nähe stammte noch durch die post befördert worden war er war von ermintrud behandelte die durch koseleger und sie selbst geplante gründung eines rettungshauses für verwahrloste kinder und äußerte sich am schluß dahin daß wenn sich hoffentlich binnen kurzem ihre wünsche für dubslavs fortschreitende gesundheit erfüllt haben würden agnes das enkelkind der alten buschen als erste wie sie vertraue sittlich zu heilende in das asyl aufgenommen werden möchte dubslav drehte den brief hin und her las noch einmal und sagte dann o diese komödie wenn sich meine wünsche für ihre fortschreitende gesundheit erfüllt haben werden das heißt doch einfach wenn sie sich demnächst den rasen von unten ansehen alle menschen sind egoisten prinzessinnen auch und sind sie fromm so haben sie noch einen ganz besonderen jargon es mag so bleiben es war immer so wenn sie nur ein bisschen mehr vertrauen zu dem gesunden menschenverstand anderer hätten er steckte während er so sprach den brief wieder in das couvert und rief agnes das kind kam auch agnes gefällt es dir hier ja gnädiger herr es gefällt mir hier und ist dir auch nicht so still nein gnädiger herr es ist mir auch nicht so still ich möchte immer hier sein na du sollst auch bleiben agnes solange es geht und nachher ja nachher das kind kniete vor ihm nieder und küßte ihm die hände dubslavs zustand verschlechterte sich schnell engelke trat an ihn heran und sagte gnädiger herr soll ich nicht in die stadt schicken nein oder zu der buschen ja und das tu so ne alte hexe kann es immer noch am besten in engelkes augen traten tränen dubslav als er es sah schlug rasch einen andern ton an nein engelke graule dich nicht vor deinem alten herrn ich hab es bloß so hingesagt die buschen soll nicht kommen es würde mir wohl auch nicht viel schaden aber wenn man schon so in sein grab sieht dann muß man doch anders sprechen sonst hat man schlechte nachrede bei den leuten und das möcht ich nicht um meinetwegen nicht und um woldemars wegen nicht und dabei fällt mir auch noch adelheid ein die käme mir am ende gleich nach um mich zu retten nein engelke nicht die buschen aber gib mir noch einmal von den tropfen ein bißchen besser als der tee sind sie doch engelke ging und dubslav war wieder allein er fühlte daß es zu ende gehe das ich ist nichts damit muß man sich durchdringen ein ewig gesetzliches vollzieht sich weiter nichts und dieser vollzug auch wenn er tot heißt darf uns nicht schrecken in das gesetzliche sich ruhig schicken das macht den sittlichen menschen und hebt ihn er hing dem noch so nach und freute sich alle furcht überwunden zu haben aber dann kamen doch wieder anfälle von angst und er seufzte das leben ist kurz aber die stunde ist lang es war eine schlimme nacht alles blieb auf engelke lief hin und her und agnes saß in ihrem bett und sah mit großen augen durch die halb geöffnete tür in das zimmer des kranken erst als schon der tag graute wurde durch das ganze haus hin alles ruhiger der kranke nickte matt vor sich hin und auch agnes schlief ein es war wohl schon sieben die parkbäume hinter dem vorgarten lagen bereits in einem hellen schein als engelke zu dem kinde herantrat und es weckte stei up agnes ist er tot nein es löb den beten und ich glöw es sittem nit mir so auf de post ich gruhl mich so dat bruckst du nicht und den kann uch sinn her's löb sich weder gesunn und nu stei up und bid die ocken dog um kopp es ist noch n beten ködrut und dann geh in guaten und blücken wenn du wat findst und beten krokus oder wat in zünsten ist die kleine trat auch leise durch die balkontür auf die veranda hinaus und ging auf das rundell zu um nach ein paar blumen zu suchen sie fand auch allerlei das beste waren die schneeglöckchen und nun ging sie mit den blumen in der hand noch ein paar mal auf und ab und sah wie die sonne drüben aufging sie fröstelte zugleich aber kam ihr ein gefühl des lebens dann trat sie wieder in das zimmer und ging auf den stuhl zu wo dubslav saß engelke die hände gefaltet stand neben seinem herrn das kind trat heran und legte die blumen dem alten auf den schoß dat sind de ersten sagte engelke und wir en og wollen de besten sind ende des zweiundvierzigsten kapitels theodor fontane das stecht ihn diese librivox aufnahme ist in der public domain dreiundvierzigstes kapitel es war mittwoch früh daß dubslav still und schmerzlos das zeitliche gesegnet hatte lorenzen wurde gerufen auch kluckhuhn kam und eine stunde später war ein gemeindediener unterwegs der die nachricht von des alten tod den im kreise zunächst wohnenden überbringen sollte voran der domina dann koseleger dann katzlers und zuletzt den beiden gundermanns den tag darauf trafen zwei briefe bei den barbis ein der eine von adelheid der andere von armgard adelheid machte dem gräflichen hause kurz und förmlich die anzeige von dem ableben ihres bruders unter gleichzeitiger mitteilung daß das begräbnis am sonnabendmittag stattfinden werde der brief armgardz aber lautete liebe melusine wir bleiben noch bis morgen hier noch einmal das forum noch einmal den palatin ich werde heute noch aus der fontana trevi trinken dann kommt man wieder und das ist für jeden der rom verlässt bekanntlich der größte trost wir gehen nun nach capri aber in etappen und bleiben unter anderem einen halben tag in monte cassino wo verzeih meine weisheit das ganze ordenswesen entstanden sein soll ich liebe klöster wenn auch nicht für mich persönlich neapel berühren wir nur kurz und gehen gleich bis amalfi wenn wir nicht das höher gelegene ravello bevorzugen dann erst über sorrent nach capri dem eigentlichen ziel unserer reise wir werden nicht bei pagano wohnen wo bei allem respekt vor der kunst zuviel künstler sind sondern weiter abwärts etwa auf halber höhe wir haben von hier aus eine empfehlung in acht tagen sind wir sicher da sorge daß wir dann einen brief von dir vorfinden vorher sind wir so gut wie unerreichbar ein zustand den ich mir als kind immer gewünscht und mir als etwas ganz besonders poetisches vorgestellt habe küsse meinen alten papa nach stechlin hin tausend grüße vor allem aber bleibe was du jederzeit warst die schwester die mutter nur nicht die tante deiner glücklichen dich immer und immer wieder zärtlich liebenden armgard armgards brief kam kaum zu seinem recht weil sowohl der alte graf wie melusine ganz der erwägung lebten ob es nicht trotz armgards gegenteiliger vorwegversicherung vielleicht doch noch möglich sein würde das junge paar irgendwo telegrafisch zu erreichen aber es ging nicht man musste es aufgeben und sich begnügen aller persönlichst vorbereitungen für die fahrt nach stechlin hinzutreffen des alten grafen befinden war nicht das beste so dass seitens des hausarztes sein fernbleiben von dem begräbnis dringend gewünscht wurde daran war aber gar nicht zu denken und so brachen den vater und tochter am sonnabend früh nach stechlin hin auf jeserich wurde mitgenommen um für alle fälle zur hand zu sein es war prachtwetter aber scharfe luft so dass man trotz sonnenschein fröstelte in dem alten herrenhause zu stechlin sah es am begräbnistag sehr verändert aus sonst so still und abgeschieden war heute alles andrang und bewegung zahllose kutschen erschienen und stellten sich auf dem dorfplatz auf die meisten ganz in der nähe der kirche diese lag in prallem sonnenschein da so daß man deutlich die hohen in die feldsteinwand eingemauerten grabsteine sah die früher vor der restaurierung im kirchenschiff gelegen hatten effei fehlte nur holunderbüsche die zu grünen anfingen und dazwischen ebereschensträucher wuchsen um den chor herum der tote war auf dem durch palmen und lorbeeren eine grüne halle umgewandelten hausflur aufgewahrt adelheid machte die honneurs und ihre hohen jahre noch mehr aber ihr selbstbewusstsein ließen sie die ihr zuständige rolle mit einer gewissen würde durchführen außer dem barbys vater und tochter waren von berlin her noch baron und baronin berchtesgaden gekommen ebenso rex und hauptmann von chacko rex sah aus als ob er am grabe sprechen wolle während sich chacko darauf beschränkte das gesellschaftliche durchschnittstrauermass zu zeigen aber diese berliner gäste verschwanden natürlich in dem kontingent das die grafschaft gestellt hatte dieselben herren die sich kaum ein halbes jahr zurück am reinsberger wahltage zusammengefunden und sich damals von ein paar ausnahmen abgesehen über torgelows sieg eigentlich mehr erheitert als geärgert hatten war er auch heute wieder da baron betz herr von krangen jongherr von dem bärenbaum von gneko von blecherhahn von storbeck von wolcho von der nonne die meisten wie herkömmlich mit sehr kritischen gesichtern auch direktor tormeier war gekommen in pontifikalibus angetan mit so vielen orden und medaien dass er damit weit über den landadeln hinaus wuchs einige stießen sich denn auch an und wolcho sagte mit halblauter stimme zu von der nonne sehen sie nonne das ist die schmetterlingsschlacht von der man jetzt jeden tag in den zeitungen liest aber trotz dieser spöttischen bemerkung wäre tormeier doch hauptgegenstand aller aufmerksamkeit geblieben wenn nicht der jeden ordensschmuck verschmähende nur mit einem hochkragigen und uralten frack angetane edle herr von alten friesack ihm siegreiche konkurrenz gemacht hätte das wendig götzenbildartige das sein kopf zeigte gab auch heute wieder den ausschlag zu seinen gunsten er nickte nur pagodenhaft hin und her und schien selbst an die vom ältesten adel die frage zu richten was wollt ihr hier er hielt sich nämlich worin er einer ererbten geschlechtsanschauung folgte für den einzig wirklich berechtigten bewohner und vertreter der ganzen grafschaft das waren so die hauptanwesenden alles stand dicht gedrängt und von blechernhahn der in bezug auf schneid benahe an von molchow heranreichte sagte bin neugierig was der lorenzen heute loslassen wird er gehört ja zur richtung göhre ja göhre sagte von molchow bergwürdig wie der zufall spielt das leben macht doch immer die besten witze weiter kam es mit dieser ziemlich ungeniert geführten unterhaltung nicht weil sich als molchow eben seinen pfeil abgeschossen hatte die gesamtaufmerksamkeit auf jene flurstelle richtete wo der aufgebahrte sarg stand hier war nämlich und zwar in einem brillant sitzenden und mit atlasaufschlägen ausstaffierten frack in eben diesem augenblicke der rechtsanwalt katzenstein erschienen und schritt nachdem er einen granseischen riesenkranz am fußende des sarges niedergelegt hatte mit jener ruhe wie sie nur das gute gewissen gibt auf adelheit zu vor der er sich respektvollst verneigte diese bewahrte gute haltung und dankte von verschiedenen seiten her aber hörte man gleiche das wort affront während ein in unmittelbarer nähe des edlen herrn von alten friesack stehender erst seit kurzem zum christentum und konservatismus übergetrehterer katzensteinscher kollege lächelnd vor sich hinmurmelte schlauberger und nun war es zeit der zug ordnete sich militärmusik aus der nächsten garnison schritt vorauf dann traten die stechlinerbauern heran die darum gebeten hatten den sarg tragen zu dürfen diener und mädchen aus dem hause nahmen die kränze dann kam adelheid mit pastor lorenzen an die sich die trauerversammlung viele von ihnen in langstandsuniform unmittelbar anschloss draußen sah man dass eine große zahl kleiner leute spalier gebildet hatte das waren die von globsow sie hatten bei der rheinsbergerwahl alle für torgelow oder doch wenigstens für katzenstein gestimmt jetzt aber wo der alte tot war waren sie doch vorwiegend der meinung hevirsowit jansgut die musik klang wundervoll kleine mädchen streuten blumen und so ging es den etters ansteigenden kirchhof hinauf zwischen den gräbern hindurch und zuletzt auf das uralte niedrige kirchenportal zu vor dem altar stellten sie den sarg auf einen mit einer versenkungseinrichtung versehenen stein unter dem sich die gruft der stechline befand schiff und emporen waren überfüllt bis auf den kirchhof hinaus stand alles kopf an kopf und nun trat lorenzen an den sarg heran um über den den trotz aller verschiedenheit der meinungen so sehr geliebt und verehrt ein paar worte zu sagen wer seinen weg richtig wandelt kommt zu seiner ruhe in der kammer diesen weg zu wandeln war das bestreben dessen an dessen sarge wir hier stehen ich gebe kein bild seines lebens denn wie dies leben war es wissen's alle die hier erschienen sind sein leben lag aufgeschlagen da nichts verbarg sich weil sich nichts zu verbergen brauchte sah man ihn so schien er ein alter auch indem wie er zeit und leben ansah aber für die die sein wahres wesen kannten war er kein alter freilich auch kein neuer er hatte vielmehr das was über alles zeitliche hinaus liegt was immer gilt und immer gelten wird ein herz er war kein programm edelmann kein edelmann nach der schablone wohl aber ein edelmann nach jenem alles beste umschließenden etwas das gesinnung heißt er war recht eigentlich frei wußt es auch wenn er's auch oft bestritt das goldene kalb anbeten war nicht seine sache daher kam es auch daß er vor dem was das leben so vieler anderer vertirbt und unglücklich macht bewahrt blieb vor neid und bösem leumund er hatte keine feinde weil er selber keines menschen feind war er war die güte selbst die verkörperung des alten weisheitssatzes was du nicht willst daß man dir tu und das leitet mich denn auch hinüber auf die frage nach seinem bekenntnis er hatte davon weniger das wort als das tun er hielt es mit den guten werken und war recht eigentlich das was wir überhaupt einen christen nennen sollten denn er hatte die liebe nichts menschliches war ihm fremd weil er sich selbst als mensch empfand und sich eigener menschlicher schwäche jederzeit bewusst war alles was einst unser herr und heiland gepredigt und gerühmt und an das er die segensverheißung geknüpft hat all das war sein friedfertigkeit barmherzigkeit und die lauterkeit des herzens er war das beste was wir sein können ein mann und ein kind er ist nun eingegangen in seines vaters wohnungen und wird da die himmelsruhe haben die der segen aller segen ist einige der anwesenden sahen sich bei dieser schlußwendung an am meisten bemerkt wurde gundermann dessen der rede halb zustimmende halb ablehnende haltung bei dem versammelten alten und echten die wohl sich aber nicht ihm ein rechter kritik zuschrieben auch hier wieder ein lächeln hervor rief dann folgte mit erhobener stimme gebet und einsegnung und als die orgel intonierte senkte sich der auf dem versenkungsstein stehende sarg langsam in die gruft einen augenblick später als der wieder aufsteigende stein die gruftöffnung mit einem eigentümlichen klappton schloß hörte man von der kirchentür her erst ein krampfhaftes schluchzen und dann die worte nu is allens ut nu mut ich ock weg es war agnes man nahm das kind von dem schemel herunter auf dem es stand um es unter zuspruch der nächststehene auf den kirchhof hinauszuführen da schlich es noch eine weile weinen zwischen den gräbern hin und her und ging dann die straße hinunter auf den wald zu die alte buschen selbst hatte nicht gewagt mit dabei zu sein unter denen die draußen auf dem kirchhof standen waren auch von molchow und von der nonne jeder von ihnen wartete auf seine kutsche die weil der andrang so groß war nicht gleich vorfahren konnte beide froren bitterlich bei der scharfen luft die vom see herwehte ich weiß nicht sagte von der nonne warum sie die feier nicht im hause wo sie noch heizen konnten abgehalten haben es war ja da drin gar keine menschliche temperatur mehr und nun erst hier draußen ist leider so sagte molchow und ich werde wohl auch mit ner kopfkulik abschließen und mitunter stirbt man daran aber wenn man in berlin isst und ich habe da neulich auch so was mitgemacht ist es noch schlimmer da haben sie was was sie ne leichenhalle nennen so ne art kapelle mit bibelspruch und lorbeerbäumen und dahinter verstecken sich ein paar gesangsmenschen wenn man sie nachher aber sieht sehen sie sehr gefrühstückt aus kenn ich kenn ich sagte nonne nur der gesang fuhr molchow fort das ginge noch den kann man schließlich aushalten aber der fußboden und der zug durch die offenstehende tür und wenn man noch bloß den kriegte wer aber pech hat der kommt wenn's winter ist dicht neben einem kanonenofen zu stehn und wenn ich sage der pustet so sag ich noch wenig und der geistliche kann einem auch leicht tun er spricht sozusagen für niemanden wer kann denn bei solchem zug und solchen offenpusten ordentlich zuhören und bloß das weiß ich daß ich immer an die drei männer im feurigen ofen gedacht habe so halb eisklumpen halb bratapfel is nich mein fall ja ja die berliner sagte nonne nicht zu glauben nicht zu glauben und dabei bilden sie sich ein sie hätten eigentlich alles am besten und mancher von ihnen glaubt es auch wirklich aber die hölle lacht ich bitte sie molchow menagieren sie sich das über berlin na das ginge vielleicht noch aber sogleich hier von hölle hier mitten auf nem christlichen friedhof bald danach hatte sich der kirchhof gelehrt und alles was in der grafschaft wohnte war auf dem heimwege nur die von berlin her erschienenen gäste die den nächsten am gransee vorüberkommenden rostocker zug abzuwarten hatten waren in das herrenhaus zurückgekehrt wo mittlerweile für einen imbiss sorge getragen war rex und czako desgleichen auch die berchtesgadens nahmen erst ein glas wein und dann ein glasse kaffee zwischen dem alten grafen und adelheid knüpfte sich ein mäßig belebtes gespräch an wobei der graf der vorzüge des verstorbenen gedachte da schwester adelheid jedoch wie so viele schwestern allerlei zweifel und bedenken hinsichtlich des tuns und treibens ihres bruders hegte so ging man bald zu den kindern über und beklagte daß sie bei einer so schönen feier nicht hätten zugegen sein können dazwischen wurde dann freilich das fast entgegengesetzt klingende bedauernd laut daß das junge paar seinen aufenthalt im süden wohl werde abbrechen müssen der alte graf in seiner güte fand alles was adelheid sagte sehr verständig während sich adelheitsgefühle mit der anerkennung begnügten daß sie sich den alten eigentlich schlimmer gedacht habe melusine war aus der kirche mit in das herrenhaus zurückgekehrt und widmte sich ihr auf eine kurze weile zunächst ihren freunden den berchtesgadens dann rex und czako danach ging sie in die pfarre hinüber um lorenzen zu danken und noch ein kurzes gespräch mit ihm über woldemar und armgard zu haben im wesentlichen eine wiederholung alles dessen was sie schon während ihres weihnachtsbesuches mit ihm durchgesprochen hatte sie verplauderte sich dabei wieder wunsch und willen und als sie schließlich nach dem herrenhause zurückkehrte begegnete sie bereits jener aufbruchsunruhe die kein ernstes eingehen auf irgendein thema mehr zulässt sie beschränkte sich deshalb auf ein paar worte mit tante adelheid daß man sich gegenseitig nicht mochte war der einen so gewiß wie der andern sie waren eben antipoden stiftsdame und weltdame wutz und windsor vor allem enge und weiteseele welch ein mann ihr pastor lorenzen sagte melusine und zum glück auch noch unverheiratet ich möchte das nicht so betonen und noch weniger es beloben es widerspricht dem beispiele das unser gottesmann gegeben und widerspricht wohl auch der natur ja der durchschnittsnatur es gibt aber gott sei dank ausnahmen und das sind die eigentlich berufenen eine frau nehmen ist alltäglich und keine frau nehmen ist ein wagnis und die nachrede der leute hat man noch obenein diese nachrede hat man immer es ist das erste wogegen man gleichgültig werden muss nicht in stolz aber in liebe das will ich gelten lassen aber die liebe des natürlichen menschen bezeigt sich am besten in der familie ja die des natürlichen menschen was ja so klingt frau gräfin als ob sie dem unnatürlichen das wort reden wollten in gewissem sinne ja frau domina was entscheidet ist ob man dabei nach oben oder nach unten rechnet das leben rechnet nach unten oder nach oben je nachdem es klang alles ziemlich gereizt denn so leichtlebig und heiter melusine war einen ton konnte sie nicht ertragen den sittlicher überheblichkeit das verdeck des vor dem portal haltenden wagens war zurückgeschlagen und alsbald hatten die baronin und melusine im fond die beiden herren aber auf dem rücksichtsplatz genommen so ging es eine schon in kätzchen stehende weidenallee hinunter die beinahe gradlinig auf gramsee zuführte das wetter war wunderschön von der kälte die noch am vormittag geherrscht hatte zeigte sich nichts mehr der himmel war gleichmäßig grau nur hie und da eine blaue stelle der rauch stand in der stillen luft die spatzen quirlierten auf den telegraphen drähten und aus dem saaten grün stiegen die lerchen auf wie schön sagte baron berchtesgaden und dabei spricht man immer von der dürftigkeit und prosa dieser gegenden alles stimmte zu zumeist der alte graf der die frühlingsluft einsog und immer wieder aussprach wie glücklich ihn diese stunde mache sein bewegt sein fiel auf ich dachte lieber barbie sagte der baron in meinen huldigungen gegen ihre märkische frühlingslandschaft ein äußerstes getan zu haben aber ich sehe ich bleibe doch weit zurück sie schlagen mich aus dem felde ja sagte der alte graf und mir kommt es wohl auch zu denn ich bin der erste dran davon abschied nehmen zu müssen rex und czako folgten in einem leichten jagdwagen die beiden schecken kleine shetländer warfen ihre mähnen daß man von einem begräbnis kam war dem gefährd nicht recht anzusehen rex sagte czako sie könnten nun wieder ein ander gesicht aufsetzen oder wollen sie mich glauben machen daß sie wirklich betrübten herzens sind nein czako so gröblich inszeniere ich mich nicht und käme mir so was in den sinn so jedenfalls nicht vor einem publikum das czako heißt übrigens wollen sie bloß etwas von sich auf mich abwälzen sie sind betrübt und wenn ich mir alles überlege so steht es so dass sie bei dem chateau lafitte nicht auf ihre rechnung gekommen sind er wirkte denn des alten boxbeutel habe ich von unserem oktoberbesuch her noch in dankbarer erinnerung wie wenn ihn tante adelheid aus ihrem kloster mitgebracht hätte rex sie sind ja wie vertauscht und reden beinah in meinem stil es ist doch merkwürdig so wie die menschen dies nest dies berlin erst hinter sich haben fängt vernunft wieder anzusprechen sehr verbunden aber eskamotieren sie nicht die hauptsache meine frage bleibt warum so belegt czako denn daß sie das sind ist außer zweifel wenn's also nicht von dem lafitte stammt so kann es nur melusine sein czako seufzte da haben wir's tatsache festgestellt obwohl ich ihren seufzer nicht recht verstehe sie haben nämlich nicht den geringsten grund dazu gesamtsituation umgekehrt überaus günstig sie vergessen rex die gräfin ist sehr reich das erschwert nicht das erleichtert bloß und außerdem ist sie grund gescheit das sind sie beinah auch wenigstens mitunter und dann ist die gräfin eine gräfin ja sogar eine doppelgräfin erst durch geburt und dann durch heirat nochmal und dazu diese verteufelt vornehmen namen barbi giberti was soll da teuerste rex man mußte mut haben den tatsachen ins auge zu sehen ich mache mir kein hehl daraus czako hat was merkwürdig kommismäßiges etwas wie landwehrmann schultze kennen sie das reizende ballet uckermärker und picarde da haben sie die ganze geschichte milusine ist die reine picarde zugegeben aber was schadet das italienisieren sie sich und schreiben sie sich von morgen ab czako c i a c c o dann sind sie dem giberti trotz seiner grafenschaft dicht auf den hacken das junge paar war nach geplantem aufenthalt erst in amalfi und dann in sorrenti in capri angekommen woldemar fragte nach briefen erfuhr aber das nichts eingegangen armgard schien verstimmt milusine lässt sonst nie warten das hat dich verwöhnt sie verwöhnt dich überhaupt vielleicht aber so dir's recht ist darüber erst später einmal nicht heute für solche geständnisse sind wir doch eigentlich noch nicht lange genug verheiratet wir sind ja noch in den flitterwochen woldemar beschwichtigte morgen wird ein brief da sein schließen wir also frieden und steigen wir wenn's dir passt nach anna capri hinauf oder wenn du nicht steigen magst bleiben wir wo wir sind und suchen uns hier eine gute aussichtsstelle es war auf dem frontbalkon ihres am mittleren abhang gelegenen albergo daß sie dies gespräch führten und weil die mühen und anstrengungen der letzten tage ziemlich groß gewesen waren war armgard willens für heute wenigstens auf anna capri zu verzichten sie begnügte sich also mit woldemar auf das flachtdach hinauf zu steigen und verlebte da angesichts der vor ihnen ausgebreiteten schönheit eine glückliche stunde von sorrent kamen fischerboote herüber die fischer sangen und der himmel war klar und blau nur drüben aus dem kegel des vesuv stieg ein dünner rauch auf und von zeit zu zeit war es als vernehme man ein dumpfes rollen und grollen hörst du's fragte armgard gewiß und ich weiß auch daß man einen ausbruch erwartet vielleicht erleben wir's noch das wäre herrlich und dabei fuhr woldemar fort komm ich von der eitlen vorstellung nicht los daß wenn's da drüben ernstlich anfängt unser stechli ihn mittut wenn auch bescheiden es ist doch eine vornehme verwandtschaft armgard nickte und von der uferstelle her wo die sorrentiner fischer eben anlegten klang es herauf am andern tage wie vorausgesagt kam ein brief von melusine diesmal aber nicht an die schwester sondern an woldemar adressiert was ist fragte armgard der die bewegung nicht entging die woldemar während er las zu bekämpfen suchte ließ selbst und dabei gab er ihr den brief mit der todesanzeige des alten an ein eintreffen in stechlin um noch der beisetzung beiwohnen zu können war längst nicht mehr zu denken der begräbnistag lag zurück so kam er denn überein die rückreise langsam in etappen über rom mailand und münchen zu machen aber an jedem orte den beide sehnten sich heim nicht länger als einen tag verweilen zu wollen von capri nahm woldemar ein einziges andenken mit einen kranz von lorbeer und oliven den hat er sich verdient die letzte station war dresden und von hier aus war es denn auch daß woldemar ein paar kurze zeilen an lorenzen richtete lieber lorenzen seit einer halben stunde sind wir in dresden und ich schreibe diese zeilen angesichts des immer wieder schönen bildes von der terrasse aus das auch auf den verwöhntesten noch wirkt wir wollen morgen in aller frühe von hier fort sind um zehn uhr in berlin und um zwölf in gransee denn ich will zunächst unser altes stechlin wieder sehen und einen kranz am sarge niederlegen bitte sorgen sie dass mich ein wagen auf der station erwartet wenn ich auch sie persönlich träfe so wäre mir das das erwünschteste es plaudert sich unterwegs so gut und von wem könnte ich mehr und zugleich zuverlässigeres erfahren als von ihnen der sie die letzten tage mit durchlebt haben werden eine frau grüßt herzlich wie immer ihr alter treu und dankbar ergebenster woldemar von st um zwölf hielt der zug auf dem bannhof gransee woldemar sah schon vom coupet aus den wagen aber statt lorenzen war krippenstapel da das war ihm zunächst nicht angenehm aber er nahm es bald von der guten seite krippenstapel ist am ende noch besser weil er unbefangener ist und in manchem weniger zurückhält lorenzen wenn er dies wort auch belächeln würde hat einen diplomatischen zug in diesem augenblick erfolgte die begrüßung mit dem inzwischen herangetretenen bienenvater und alle drei bestiegen den wagen dessen verdeckt zurückgeschlagen war krippenstapel entschuldigte lorenzen der wegen einer trauung behindert sei und so wäre denn alles in bester ordnung gewesen wenn unser trefflicher alter museumsdirektor nur vor antritt seiner fahrt nach gransee von einer herausbesserung seines äußeren menschen abstand genommen hätte das war ihm aber unzulässig erschienen und so saß er denn jetzt dem jungen paare gegenüber angetan mit einem schlipsstreifen und einem großen chemisettvorbau der schlips war so schmal das nicht bloß der zur befestigung der vatermörder dienende hemdkragenrand in halber höhe sichtbar wurde sondern leider auch der aus einem keilartigen ausschnitt hervorlugende adamsapfel der sich nun wie ein ding für sich beständig hin und her bewegte die verlegenheit armgards deren auge sich natürlich ganz gegen ihren willen unausgesetzt auf dies naturspiel richten mußte wäre denn auch von moment zu moment immer größer geworden wenn nicht krippenstapels unbefangene haltung schließlich über alles wieder hinweggeholfen hätte und dazu kam noch daß seiner unbefangenheit seine mitteilsamkeit entsprach er erzählte von dem begräbnis und wer vom grafschaftsadel alles da gewesen sei dann kam tormeier an die reihe dann katzenstein und die domina und zuletzt auch lüt agnes des kindes müssen wir uns annehmen sagte armgard wenn du darauf dringst gewiß aber es liegt schwieriger damit als du denkst solche kinder ganz im gegensatz zur pädagogenschablone muß man sich selbst überlassen der gefährlichere weg wenn überhaupt was gutes in ihnen steckt ist jedesmal der bessere dann bekehren sie sich aus sich selbst heraus wenn aber irgendein zwang diese bekehrung schaffen will so wird meist nichts daraus da werden nur heuchelei und ziererei geboren eigener freier entschluß wiegt hundert erziehungsmaximen auf armgard stimmte zu krippenstabeln aber fuhr in seine berichte fort und erzählte von kluckhuhn von unke von elfriede sponholz werde in der nächsten woche zurückerwartet und koseliger und die prinzessin seien ein herz und eine seele ganz besonders und das sei das allerneueste seit man für ein rettungshaus sammle seitens des adels werde fleißig dazu beigesteuert nur molchow habe sich geweigert so was schaffe bloß konfusion um zwei traf man in schloss stechlin ein woldemar durchschritt die verödeten räume verweilte kurze zeit in dem sterbezimmer und ging dann in die kirchengruft um da den kranz an des vaters sarge niederzulegen am nächsten nachmittag erschien auch lorenzen und sprach zunächst sein bedauern aus daß er einer amtshandlung halber cosette czocke habe sich wieder verheiratet nicht habe kommen können er blieb dann noch den abend über und erzählte vielerlei zuletzt auch von dem was er dem alten feierlich habe versprechen müssen woldemar lächelte dabei die zukunft liegt also bei dir unter diesen worten reichte er armgard die hand armgard hatte sich von der im stichliner hause herrschenden weltabgewandtheit angeheimelt gefühlt aber der gedanke hier ihre tage zu verbringen lage doch vorderhand noch fern und so kehrte sie denn kurz nach ablauf einer woche nach berlin zurück wo mittler meile melusine für alles gesorgt und eine ganz in der nähe von woldemars kaserne gelegene wohnung gemietet und eingerichtet hatte das war am belle allianzplatz als das junge paar diese wohnung bezog ging die saison bereits auf die neige die frühjahrsparaden nahmen ihren anfang und gleich danach auch die wettrennen an denen armgard voller interesse teilnahm aber ihre freude daran war doch geringer als sie geglaubt hatte weder das großstädtische noch das militärische weder sport noch kunst behaupteten dauernd den reiz den sie sich anfänglich davon versprochen und ehe der hochsommer heran war sagte sie lass mich's dir gestehen woldemar ich sehne mich einigermaßen nach schloss stechlin er hätte nichts lieberes hören können was armgard da sagte war ihm aus der eigenen seele gesprochen liebenswürdig und bescheiden wie er war stand ihm längst fest daß er nicht berufen sei jemals eine generalstabsgröße zu werden während das alte märkische jungkertum von dem frei zu sein er sich eingebildet hatte sich allmählich in ihm zu regen begann jeder neue tag rief ihm zu die scholle daheim die dir die freiheit gibt ist doch das beste so reichte er denn seine demission ein man sah ihn ungern scheiden denn er war nicht bloß wohlgelitten an der stelle wo er stand sondern überhaupt geliebt man gab ihm als sein scheiden unmittelbar bevorstand ein abschiedsfest und der ihm besonders wohlwollende kommandeur des regiments sprach in seiner rede von den schönen gemeinschaftlich durchlebten tagen in london und windsor all die zeit über waren natürlich auch die von einer übersiedlung aufs land unzertränglichen kleinen mühen und sorgen an das junge paar herangetreten unter diesen sorgen lizzi hatte abgelehnt weil sie die große stadt und die bildung nicht missen mochte war in erster linie das ausfindig machen einer geeigneten kammerjungfer gewesen es traf sich aber so glücklich dass bordier hartwigs hübsche nichte mal wieder außerstellung war und so wurde diese denn engagiert melusine leitete die verhandlungen mit ihr ich weiß freilich nicht hedwig ob es ihnen da draußen gefallen wird ich hoffe es aber und sie werden jedenfalls zweierlei nicht haben keinen hängeboden und keinen ankratz wie die leute hier sagen oder wenigstens nicht mehr davon als ihnen schließlich doch vielleicht lieb ist ach das ist nicht viel versicherte hedwig halb scham halb schalkhaft am einundzwanzigsten september wollte das junge paar in stechlin einziehen und alle vorbereitungen dazu waren getroffen schulze kluckhuhn trommelte sämtliche kriegervereine zusammen die düppelstürmer natürlich am rechten flügel während krippenstapel sich mit tucheband über ein begrüßungsgedicht einigte das von rolf krakes älterster tochter gesprochen werden sollte die globsur gingen noch einen schritt weiter und bereiteten eine rede vor der in der neue junge herr als einer der ihrigen begrüßt werden sollte das alles galt dem einundzwanzigsten am tag vorher aber traf ein brief melusines bei lorenzen ein an dessen schluss es hieß und nun lieber pastor noch einmal das eine morgen früh zieht das junge paar in das alte herrenhaus ein meine schwester und mein schwager erinnern sie sich bei der gelegenheit unseres in den weihnachtstagen geschlossenen paktes es ist nicht nötig daß die stechline weiterleben aber es lebe der stechlin endet es romanz